ja wer wie also wo ist die leitstelle aus der münchen geht es dir jetzt wie steht mir geht es gut und selbst ja alles paletti würde ich behaupten kann mich nicht beklagen so ddu 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 0 4 funk check Ich bin gar nicht da. Bin ich, ähm... 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 Gut... Bin ich, ähm... 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 Bitteschön. Amelians 1, 10, 20. Check. Mhm. Oh, der Herr, dann bekommen Sie einmal Ihre Schmerzmedikamenten. Bitteschön. Danke. Dann wünsche ich Ihnen gute Besserung. Danke und einen schönen Tag, ja? Ebenso. Tschüss. Tschüss. Bye-bye. Tschüss. Ambulance 1, äh, Ambulance bei Code 4. Check. Gibt's gleich auf, meine Akte zu schreiben, eigentlich war ich nur deswegen hier. Ach, du bist aktisch? Oh Gott. Soll ich sonst Kohleitstelle machen? Ja. Das ist doch was. Alles okay. Ich liebe grad unsere Kollegen, aber ja. Ich hab' nicht gesagt, ob wir's machen sollen oder nicht. Ich hab' nicht gesagt, ob wir's machen wollen, sondern wir wissen, ob wir's machen wollen, wir wissen, dass wir uns machen wollen, und wir wissen, dass wir uns da und ich das nicht so gut machen wollen. Und wir wissen, ob wir es da sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Eine Apotheke werden Sie hier nicht finden. Wenn Sie eine Apotheke suchen, müssten Sie von den Kollegen im Prinzip behandelt werden, weil so bekommen Sie in diesem Staate keine Medikamente. Okay, es ging um Heuschnupfen. Okay. Dann setzen Sie sich einmal hin. Ich schicke gleich einen meiner Kollegen. Ja, danke schön. Dankeschön. Okay. Ambulance 1 für Arbeitstelle kommen. Wie mit allen gehört, kommen. Einmal vier und fünf Zwecksbehandlung. Gehst du mal nach hinten in der Akte bitte in Pause rum? Was hast du für mich? Ich wollte, warte. Kommen. Chiller. Haben wir auch was gegen Heuschnupfen? Nee, eine Sensibilisierungsgeschichte kann man machen, aber es ist schwierig bei Heuschnupfen, da bringt es nichts. Nicht viel, glaube ich. Ja, ich schätze mal die Kollegen. Du kannst ein Anti-Histaminikum oder Anti-Allerikum oder sowas, ja. Ja, aber könnten wir, haben wir das auch. Ja, FNC haben wir. Nein, nicht so meine ich das. Du kannst das aber allerdings noch anders verabreichen. IV oder beziehungsweise eigentlich eher intramuskulös. Was ich sagen wollte ist, kannst du bitte die Leitstelle weiter übernehmen? Ich habe von der Verwaltung richtig Ärger bekommen, ich sollte die heute mal nicht so lange machen. Und die Content konnte ich sie nicht ab, weil der hat gestern und vorgestern, nachdem ich immer gegangen bin, auch die gegeben und hatte mindestens genauso wie ich, also auch vier oder fünf Stunden. Und ja, die Verwaltung hat mir vorhin gesagt, als ich die wieder übernommen habe, ich soll bitte, wenn der nächste Kollege da ist, der Leitstelle nicht gestern und heute so lange hatte, wie konnte ich die wieder einmal abgeben. Ja, ich bin eigentlich verdammt auch mal im Dienst gekommen, weil ich das Akten schreiben wollte. Okay. Ich komme schon wieder nicht zum Akten schreiben, dann ganz ehrlich, dann fuck off, dann scheiß auf die verfickten Akten, interessiert mich langsam nicht mehr. Na gut, dann, äh, mal gucken. Ich meine, du kannst ja hier Masumi und so, ich kann dich unterstützen ja erstmal bei der Leitstelle. Wenn das gar nicht geht, dann sag Bescheid, dann übernehme ich sie wieder. Ich schreibe jetzt aber erstmal die Akte von dem Herrn eben, beziehungsweise ich muss aber erstmal eine Person eine Akte anlegen fix noch, die hat er nämlich nicht gehabt, weil der neu war. Okay. Okay. Absoluter Bullshit, um ehrlich zu sein. Ja, es ist schon, ich meine, können Sie sich doch glücklich schätzen, dass überhaupt jemand die Leitstelle hat, oder nicht? Eigentlich schon. Was soll man denn machen, wenn halt immer nur dieselben im Dienst sind? Das Problem an der ganzen Situation ist, ich kriege auch permanent die Leitstelle aufgedrückt, weil kein fucking Kollege das machen möchte im Prinzip. Was? Nichts, ähm, hinter euch sitzt ein Herr, der will was gegen Heuschnupfen haben und sucht eigentlich grundsätzlich eine Apotheke. Ich habe ihm gesagt, dass wir eigentlich keine Apotheke haben. Oder hat sich was in den letzten drei, vier Tagen getan, dass wir jetzt doch eine Apotheke haben. Toll, warum ist Frieda nicht mehr da? Weißt du, die Person, die sich mit sowas am besten auskennt, mit Allergien, die ist genau jetzt nicht mehr da. So ein Scheißer. Ja, ich kenne mich damit auch weniger aus. Deswegen war ich gerade komplett... Ich suche gerade meine Sachen durch. Wir hatten hier was für eine Herbüsche, die ich schon in der Schulung bekommen. Ich gucke gerade, ob hier was drinsteht. Ich schnupfe nur Fußpilz, was das heißt. Also mein erster Gedanke wäre jetzt eigentlich erst mal irgendwas Übertünchendes, wie Minze oder Lavendel. Schlafstörungen, Neurosität, Stress. Ich hatte so einen Fall, wie gesagt, noch nicht. Deswegen bin ich da... Weiß ich es eben halt nicht. Ja, Frieda, glaube ich, werden wir auch jetzt nicht erreichen. Ich kann es probieren, aber es wird wahrscheinlich sich gerade hingelegt haben. Ja, wie gesagt, auf dem Festland ist es ja was komplett anderes. Da kriegst du eben halt diese ganzen Sprays und hast du nicht gesehen. Ja, wir haben aber auch nichts dagegen. Krieg meinte gerade irgendwas von... Ähm... Äh... Fenestil. Hallo. Ja, aber wir haben kein Fenestil, was du dafür nehmen kannst. Also wir haben kein Fenestil... Äh, wir könnten ihm kein Fenestil IV geben. Wir können ihm auch keine Salbe geben. Die würde auch nicht reichen, weil wenn er das Heuschnupfen hat, werden seine Schleimhäute zugehen. Das heißt, er braucht eher eine Nasenspray, was eben Antiallergien wirkt. Genau. Und da ist immer die Frage, was wäre das passend so? Wie mir ein Tinktur, Asthma, Bronchitis, Atmungsweg, Infekte, Schmerz lindernd leicht. 22 Funk, check. 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 Verstehe den Grund auch wegen Fenestil, aber wir haben nichts, was wir in der Zeit, so in der Art anwenden können. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Deswegen ist hier mal die Sache... So, jetzt mache ich mich andersweitig schlau. Vielleicht haben wir ja doch was, was man das EMO typisch dafür anwendet. Gut. Luko, Kordikoide, davon haben wir aber auch nichts. Antihistamin, Milika, Hystaminblocker. Ja, der wäre Fenestil, aber wir haben nichts als Nasenspray. Ja, das muss man anfangen. Er meinte eben halt, Fenestil intervenös im Prinzip, aber... Ja, toll, wie soll ich denn den Zugang legen und dann kann er sich direkt da von mir spritzen mit, dass er sich jedes Mal, wenn er Heuschnupfen kriegt, sich das EMO reinjagen kann. Entschuldigung, aber das ist halt was denn. Wir geben denen keinen Zugang mit, dann fängt da damit noch was anderes an, ohne beleidigend zu sein. Jetzt gucke ich gerade, ähm... Die Histamin... Gab's davon nicht auch was von der Herbal Witch, wie, dass die da was hatten? Lass mich nochmal kurz in die... Ja, das ist jetzt ein hartnäckiger Fall. Ich gucke gerade meine E-Mails. Da hatten wir auch nochmal eine Zusammensetzungsliste. Gucke ich gerade mal, ob wir was davon, was beinhaltet. Aber war bei S-Ketamin nicht etwas, äh, äh, so Kentamin, das ist... Was, das wird zwar von Ärzten verabreichen. Ketamin-S, oder? Ja, durften wir das nicht, nein. Weil es steht drin... Wir sehen keinen S-Ketamin jetzt. Nein, ne, 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 ich sehe gerade. Alles okay. Da hängt jetzt, glaube ich, gerade Ketamin mit S-Ketamin. Hm. Nein, S-Ketamin wäre jetzt was mir einfallen würde, aber das... Ja. Ich gucke gerade von der... Die hatten uns mal was geschickt. Glücklich. Wenn hinter mir hier steht, sag mir Bescheid, dann gehe ich weg. So, jetzt gerade nur... ...mich schlau zu machen. Du, ich gucke mich auch gerade nebenher, damit du... ...wann nicht so alleine stehst. Nein, ey, ist verschwiegen. Jetzt vielleicht etwas anderes. ...Medikamente... Hier, Produktliste, Herr Wiltschi, da. ...Kerbstoffe, Wundheilung, Gallensickrück, Abführen, Verbrennung, Sonnenbarnabfung. ...lebend. Ja, es heißt, Image von der Stil an der Giltigung. Da einmal sehe ich in der Allgemeinliste bei uns. Was wir ihm geben könnten, aber eine Salve. Ich kann eigentlich hier weg aus der Pause. Kann mal einer mal checken? Check. Dankeschön. Das Einzige, was ich jetzt hier sehe, wirklich bei Salben und bei Gehlen ist, äh, ja, Phenestil. Anergetikum, aber es bringt uns eben halt auch nichts, wenn wir ihm permanent Phenestil mitgeben. Es wird auch nicht die Wirkung haben, die er möchte. Ja. Ich werde es ihm gleich fragen, wie es dann bei ihm wirkt, wenn er mir halt ankommt, klassisch. Ja, holschnuppen, meine Schleimhäute werden zu, meine Nase geht zu halt, wie man es halt kennt. Dann brauchen wir was, was in die Nase geht, was für die Schleimhaut und keine Salbe, die außen wirkt. Und da wird sich keine, wir werden keine Salbe in die Nasenschleimhaut schieben. Das werden wir vergessen. Das wird nicht besser werden. Das wird nicht besser, Mann. Im Gegenteil, es wird sogar noch schlimmer im Prinzip in dem Moment. Ja, weil es nicht in die Schleimhaut reingeht. Das lädt sich drauf. Ja, und es wird was wirken, aber auch nicht. Dann haben wir aber eine Salbe in der Nase. Toll. Gibt auch davon nichts. Die haben hier nichts, was irgendwie... Also, ich habe... Sonnenhaut... Sonnenhaut... Desinfektion, Schlangen, Bisse, Akne, Extremgeschwüre... Alle Infekte, Atemwegsinfektion, Halsschmerzen, Zollbeschrank, Verstärkung des Immunsystems, Allergien, Sonnenhut, haben wir das? Ein Aufguss wäre schon mal die Idee, weil dann könnt ihr den Aufguss inhalieren. Das würde zwar akut nichts bringen, aber wenn er zuhause ist, könnte er das nützen. Eine Tektur wäre auch eher was zum Trinken, Allergien, Kaffeesäure, Püße, ECO-B-Einzündungsschiffen, Wundheiten fördert Speichelflust, ja. Hier, Heuschnupfen. Äh, jetzt bin ich, jetzt bin ich aus dem Programm raus. Was? Nein. Hat das doch gerade? Es war, glaube ich, irgendeine... Was? Ja. Wunder, wunder, wunder. Habt ihr gerade Heuschnupfen gelesen? Wo war's? Das ist Monatsbeutelung, hast du wieder gesagt? Hier. Ähm, Thymian. Bronchitis, Keuchhusten, Rippenfelsen, Zündung, Asthma, Heuschnupfen, Wurmmittel, Kinder. Also generell Atemweg auch viel bei chronischen Infektionen. Gut, dann haben wir Aufgusstinkturen, Öle. Ätherische Öle nicht im Verkauf. Ätherische Öle nicht während der Schwangerschaft und innerlich anwenden. Ja gut, das ist ja jetzt, glaube ich, weniger. Da könnte man eher die ätherischen Öle verwenden. Jetzt ist die Frage, haben wir die Öle davon? Wer hat Zugang hinten zu dem Schrank? Haben wir gerade jemanden? Ähm, in der Tat nein. Super. Dann, äh, soll er später wiederkommen. Oder zur Hörbevici. Schreibt mal Thymian auf. Gut, das ist das Einzige, was ich jetzt offen anheb hätte. Ähm, haben wir nicht ganz hinten im Zimmer 5 etwas von dem ganzen Zeug? Dann gucken wir mal, glaube ich, dann nur Massageöle. Ich schau mal ganz kurz. Ja. Pöhm, puhm, 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 puhm. ja das einzige was ich habe da hinten ein bisschen Ringelblumensalbe und Massageöle wow toll gut das heißt unser Standpunkt ist jetzt erst mal ihm empfehlen dass er was sich von der vielleicht von der Hürbel Ritual holen soll und dann noch mal gucken aber wie ich das einst du jetzt gefunden hab Thymian dass das eben gut hier steht innerlich gut wir machen es so 86 14 20 soll ich checken check gut ich weiß wie ich vorgabe danke dir guck guck Um, um, um. Thank you. 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 Yeah. Thank you. Ach du Scheiße. Alles gut? Ja, ich stelle gerade nur fest, der Patienten, den ich und Conan hatten, er ist nochmal hergekommen. Okay. Schlimmer geworden. Das ist nicht gut. Okay. 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 im Dienst. Außer ganz viele Trainees. Und viel zu wenig IMTs oder Advanced-IMTs. Leider Gottes, so kann man nichts machen. Wenn wir alle ausgelernt haben, dann sind voll viele Superkräfte hier. Ja. Ich bin mal ganz kurz beim Bankautomaten. Ja. 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 Eine tolle Erfindung, die heißt Notizen. Ja, und? Was ist mit denen? Man sollte die App nur finden. Ja, dabei ist die doch gar nicht so versteckt. Ja, ich bin heute etwas durch, ich weiß schon gar nicht mehr warum. Magst du dich mal strecken? Du siehst sehr verspannt aus. Ja. Ja, besser. Sehr viel besser. Wir wissen zwar, dass du den ATMs sehr gern hast, aber du musst ihn nicht so gern haben. Aber das ist meine freie Entscheidung, oder? Ja, gut. Oh, was macht ihr heute noch so Schönes? Gute Frage. Erstmal arbeiten. Keine Ahnung. Masumi, ich habe ja schon gesehen, du hast Leitstellentschuldung gehabt. Ja. Haben die Kollegen dir schon die Leitstelle versucht aufzudrücken? Nein, nicht direkt. Okay. Okay, dann machen wir es jetzt so. Du bist heute Co-Leitstelle. Ich ziehe dich zu mir rüber. Mhm. Co-Leitstelle heute mitspielen, wenn du möchtest. Ja, gerne. Überlasse ich dir, genau. Ich schmeiße dich nicht sofort ins kalte Wasser. Ich beheizte das Telefon, aber das Checken und das Leitstellenblatt überlasse ich dir. Okay. Da werde ich nichts dran ändern. Das machst du. Wenn jemand kommt, checkst du, ziehst ihn rein. Wenn du eine Ambulanz bestücken möchtest, machst du das. Okay. Genau. Aber sei bewusst, zwei EMT-Trainees dürfen nicht auf eine Ambulanz. Ja. Immer nur mit einem EMT dazwischen, richtig? Genau. Mit einem EMT oder einem Paramedic oder mit einem Advance dazwischen. Ärzte, wenn ein Arzt hier ist, dann bitte da lassen. Wenn es fünf Ärzte, okay, ab dem dritten Arzt kannst du den auch langsam rausschicken. Ja. Genau. Ich glaube, ich habe mein Bericht fertig. Ich bin nur etwas am Heulen, dass der Patient wiedergekommen ist und das schlimmer war als eigentlich vorher. Ja, warum das denn? Ja, er ist eigentlich sechs Meter runtergeflogen. Ihm war schwindelig, ihm war schlecht. Als er erst sechs Meter in die Tiefe gestürzt, muss man dazu sagen. 95, 10, 20. Check. Vor wie vielen Tagen war denn das so ungefähr? Weißt du das? Ich glaube, den Bericht habe ich sogar gelesen. Genau. Und zwar war das der Patient, ist sechs Meter runtergefallen. Ja, um mal. Okay. Wie der Volk. Runtergefallen, hat SHT leicht. Also wir wussten ihn gar nicht zuzuteilen in der ganzen Situation, weil er komische Symptome hat. Er war die ganze Zeit bei Bewusstsein, hat Kopfschmerzen von der 5 angegeben. Ihm war schlecht, ihm war schwindelig. Und seit seinem Unfall hat vor 2013, bekommt er schlecht Luft. Daraufhin haben wir ihm Sauerstoff angelegt. Wir haben ihm, ja wie gesagt, eine... Wir haben ihm eine Kanüle gelegt, Fingerlösung gegeben, Kopfcheck gemacht, war ohne Befund im Prinzip, Pupillen, haben langsam reagiert. Der Patient kam, keine richtige Luft, Sauerstoff verabreicht und EKG angeschlossen. Danke. Genau. Ich gehe nach oben. Ihr Volk. EKG-Werte waren mitten in der Akte, genau. Das haben wir vor Ort gemacht im Prinzip. Als wir ihn hier hatten, haben wir ihn ins MRT gebracht. Conan hat es ausgewertet. Die Bilder hängen auch in der Akte drin. Wir konnten keine Knochenbrüche oder sonst irgendetwas feststellen bei dem Herrn. Daraufhin haben wir ein Schmerzmittel verabreicht. In den 15 Minuten haben wir den Herrn noch gebetet, Sauerstoff drin. Also noch liegen zu bleiben, indem wir die Infusionen verabreichen. Und Sauerstoff habe ich in den 15 Minuten drangelassen, damit einfach die Sauerstoffwerte etwas besser sind. Der Patient hat so lange rumgedruckst, dass er eigentlich wieder rüber will, arbeiten will und habe es jetzt verliegen. Sie glauben ja nicht, dass sie jetzt arbeiten gehen können. Wir hatten schon die Probleme, ihn überhaupt herzubekommen. Was hat er gearbeitet? McGill und Olsen. Genau, die Baufirma. Er ist runtergeflogen, hat schon die ganze Zeit gesagt, der Patient, habe ich auch geschrieben. Der Patient wollte von Anfang an nicht mit ins MD und wollte die ganze Zeit weiterarbeiten. Und wir haben ihn überreden müssen, damit er sich durchschicken lässt. Der Patient wollte auch nicht dableiben und warten, dass ein Arzt kommt. Und hat einmal wieder gepocht, dass er gehen will. Also ich konnte ihn gar nicht dalassen. Er wollte permanent wieder rüberarbeiten. Ich verstehe es nicht. Und dann sehe ich ihn einen Tag später, bei der McGill und Olsen Party, ja, saufend. Darf mal ab. Hätten die vielleicht eine Akte noch reinschreiben sollen, das war privat, das muss ich denen aber auch noch sagen, wenn ich einen von denen treffe, dass der Patient einen Tag später gesoffen hat. Dann ist er wiedergekommen und es war noch schlimmer. Ja, es steht in der Akte nicht drin, zum Beispiel, dass er gesoffen hat wie ein Klot. Hat er denn jetzt beim zweiten Mal wenigstens eingesehen, dass er sich schonen muss? Es aussieht, ja, morgen muss er wiederkommen, steht in der Akte drin, aber ich werde Frieda auch noch mal in Kenntnis setzen, sobald ich sie sehe, genauso wie Brunway, weil ich werde nur sagen, dass er auf der McGill und Olsen Party war und da noch gesoffen hat. Er hat gesoffen wie ein Schlot. Er hat bestimmt auch Schmerzmedikationen gehabt, ne? Nein, er hat nur von mir zwei Aspirin mitbekommen, weil er wollte ja nichts an Schmerzmitteln haben. Okay, ja, wahrscheinlich damit er trinken kann. Ja. Das Problem an der ganzen Situation, ich verstehe so Leute einfach nicht. Ich weiß, den Tag später gehen wir noch saufen und kommen aber, Moment, ich kann es sogar direkt nachvollziehen. Wann ist denn der wiedergekommen? Ich schreibe gerade mal. Nachkontrolle bei NG 62, 22 und 66. Da ist kein Schädel, nichts drin. Vom 11., der 11. war gestern. Vom 11., genau, von gestern bis zum 14., also sprich bis übermorgen. Am 13. soll er sich wieder vorstellen. Ich verstehe so Leute einfach nicht, um ehrlich zu sein. Am 11., wie hieß denn der? Wenn du Berichte, alle Berichte, Seite 4. Seite 4. Das war, genau, am 9.6. Mike, äh, Le Kavalier. Die Akte ist heute fertig geworden. Ah ja. Genau. Bei die habe ich vorhin versucht, ähm, ich glaube, zum achten Mal versucht, fertig zu machen. Oh man, da steht echt viel drin. Ich würde mal geschwind noch eine E-Mail an meine Bank schicken, die mir den Kredit umändern. Wenn ihr das, wenn ihr euer Passwort falsch eingibt und euch überlegt, scheiße, wie war das nochmal? Oh ja. Ich habe jetzt fünfmal mein falsches Passwort eingegeben, bis mir da eingefallen ist, okay, das war so. Ja, immerhin wird es nicht zurückgesetzt oder so, das wäre ziemlich unprachtisch. Oh, hör auf. Einfach mal gesperrt. Oh, dreimal falsch eingegeben, ups. Überleg mal, das hast du bei Venture und musst jedes Mal zu Venture wieder zurückgehen. Ach, scheiße. Alter. Das wäre sehr unvorteilhaft. Das ist auf jeden Fall. Okay. Wenn man sein Passwort eingibt, sich verschreibt, ein anderes Passwort eingibt, was dann falsch ist. Und dann gibt man das erste Passwort wieder ein und kommt rein. Kennt ihr das? Ja. Kennt ihr das? Wenn ich mich richtig erinnere, Paradise war doch hier direkt um die Ecke, oder nicht? Ja, müssten eigentlich. Gut. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hat mich einer auf Venture angeschrieben, der verkauft einen, oh Gott, ich glaube Winchester heißt der. Für die Car-App kannst du ja schauen, wie der dann aussieht. Ja, das ist ein Viertürer. Was verlangt er dafür? 4.000. Also ich denke, es geht, oder? Ich habe tatsächlich keine Ahnung von dem Modell, deswegen. Ach nee, Washington heißt das, sorry. Ich glaube tatsächlich für in Washington ist das okay. Ja, kannst du nichts sagen. 4.000 Bilder dafür haben wir jetzt. Morgen habe ich die dann zusammen. Aber der ist irgendwie im Urlaub bis zum 23. Also dauert es noch ein bisschen, bis ich das Auto letztendlich habe. Danke. Ja, das stimmt. Und dieser Vogel, ne? Das ist unsere Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 T state. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hast du denn heute schon irgendwas erlebt? Die Stunde, die du schon im Dienst warst vorher? Erlebt? Nee, eigentlich gerade nur die Dehydration, die gerade war, wo wir hingefahren sind. Ist doch wenigstens etwas. Ja, wenigstens etwas, genau. Wenigstens ein bisschen was zu tun. Ja, ist ja auch noch nicht so spät, ne? Ist ja erst 17 Uhr. Ja, stimmt. Kommt wieder alles heute Nacht rein. Wahrscheinlich, ich bin aber nicht mehr im Dienst. Ich muss mir auch mal abends Zeit nehmen für die Arbeit, aber ich bin irgendwie immer so verplant abends. Oh, das kann ich auch vorher. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Es wird nicht besser an so Sachen. Ich finde die voll niedlich. Es ist mal wenigstens was zu gucken, wenn nichts los ist, als sie hier steht. Ja, es ist irgendwie total entspannt, der beim Winken zuzugucken. Das ist schon hypnotisierend. Wurdet ihr schon mal hypnotisiert? Nein. Ich frage mich, wie das ist. Nach Las Vegas, Finns heraus. Wie bitte? Wie bitte? Ich gehe nach Las Vegas, sonst Finns heraus. Ich glaube, da habe ich nicht genug Vertrauensinn zu den Menschen. Findest bestimmt auch hier irgendwen, der das für dich macht. Einfach mal fragen. Ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, dass man dann einfach so, keine Ahnung, Dinge macht, die man eigentlich gar nicht selber machen will. Ich kann mir aber nicht vorstellen, wie sich das anfühlen sollte, tatsächlich. Das ist auch eine interessante Frage. Kann man sich nach einer Hypnose daran erinnern, was während einer Hypnose passiert? Nein, wunderschön. Kann man Ihnen helfen? Ja, dann gehen Sie einmal raus und auf die andere Seite. Da sind unsere Toiletten. Hallo. Einen wunderschönen. Ich muss auch gerne, warte. Ich muss auch gerne, warte. Ich muss. Guten Abend. Einen Abend. Wie kann man helfen? Ich hatte am Donnerstagnacht einen Autounfall und wollte ihn nochmal drüber gucken lassen, weil mir der Nacken immer noch zieht. Wie ist denn Ihr Name? Yvain Lemar. Und die Toilette war? Direkt einmal raus und gegenüber. Also, wenn es der Einmal hier rausgeht und wenn sie hier rausgehen, jetzt hier aus den Notausgängen einmal geradeaus rüber, dort sind die Toiletten. Achso, mach ich. Okay, danke. Nicht dort. Nicht dort. Gehen die alle hin? Ich weiß es nicht. Das ist da, die Notausgänge. Hier ist die Toilette auf der anderen Seite von unserem Noteingang. Ähm. Was? Ähm. Jetzt hat er sich ganz verlaufen. Okay. Ja, dann setzen Sie sich einmal hin. Ich hole mag Schönen Kollegen. Dankeschön. Bitte schön. Oh je. Ich bin verwirrt. Ich habe eben gesagt, der Seitenausgang. Da meinte er, ach dieser hier und läuft in den Blumenladen rein. Ja. Da müsste man gleich einmal rausholen. Er muss auch da drüben. Da raus. Ja, zum Seitenausgang raus. Genau. Ambulance 1, verleitstelle, willkommen. Herzlich willkommen. Einmal zum Weitschernreden. Check zur Verhandlung. Check mal, ist auf den Weg kommen. Seitenausgang. Guten Tag. Wie kann man Ihnen helfen? Guten Tag. Ich war gestern Abend mit einem Kollegen, haben wir ein bisschen Boxtraining gemacht. Und da bin ich in die falsche Richtung ausgewiesen. Quasi direkt in seine Faust. Aber gestern Abend war hier niemand mehr, deswegen bin ich jetzt da. Okay. Wie ist denn Ihr Name? Blake Ryan. Soll ich Ihnen mal meinen Ausweis hier vorne hinlegen? Nein, alles okay. Setzen Sie sich einmal hin. Meine Kollegen kommen gleich zu Ihnen. Perfekt. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Ich glaube, er hat den Weg gefunden. Okay, gut. Er hat den Weg gefunden. Wollen Sie zwei verleitstelle kommen? Ja, ich bin hier. Herzlich willkommen. Einmal zu leid, ich bin der Riesenzwecksbehandlung. Weg. Schnell weg. Nachschillende. Ihr bekommt die. Ja, dann war beide Ambulanzen. Yay. Einen guten Tag. Und zwar geht... Einen guten Tag. Wir sind Ambulanz 1. Genau, Ambulanz 1. Hinter euch die Dame mit dem blonden Haar. Die Dame hat einen Autounfall gehabt vor zwei, drei Tagen und kommt jetzt her, weil ihr der Nacken noch wehtut. Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht nachgeschaut, ob es eine Akte deswegen gibt. Guckst du gerade oder sollen wir wieder mal gucken? Ich gucke gerade. Ich sehe hier nix. Ja, wen darf man? Genau, für euch. Der Herr, der da sitzt mit rotem T-Shirt, schwarzer Jacke, der hat einen Boxkampf gehabt mit seinem Kollegen und der ist in die Forst reingerannt. Ganz ehrlich, hau noch mal drauf. Gut, dann ist das wahrscheinlich, hatte sie wohl einen kleinen Unfall, hat sie jetzt nicht für Nichtigkeiten und dann wird sie jetzt so zurückkommen sein. Ja, sie ist im Prinzip dann selbst schuld. Ja, gut, trotzdem meine ich sie. Gut, warum bist du das übernehmen? Ist ja letztendlich eine Art Schleudertrauma. Gerade eins, jetzt war meine Vermutung aus dem ersten. Ähm, ja, ich kann es versuchen. Genau. Okay, dann viel Spaß. 86 und 31, 10, 50, mehr und kommt 2. Check. 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 Ich mach schon. Check. 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 коп Run. Check. 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 Ich muss tatsächlich sagen, bisher finde ich Leitstellenarbeit echt angenehm. Aber gut, ich habe auch noch kein Chaos mitgekriegt, tatsächlich. Jetzt die Frage, in welchen Raum die jetzt gehen. Nicht, dass sie denken, dass sie im Behandlungsraum 1 sind, aber sie sind jetzt in 2, die anderen. Vielleicht darauf achten. Sie sagen es uns einfach nicht. So Fälle habe ich auch schon so oft gehabt. Check. Vielleicht sind sie auch erst in den Falschen reingelaufen. Kann auch was sein. Ja, dann ist das so. Aber hey, es gibt ein wenig was zu tun. Gehen nicht nur blöd herum. Wobei, so Sachen hatte ich auch schon so oft, dass die Kollegen, wir hatten, ach, da waren wir noch nicht hier im MD, da waren wir drüben im Pillbox. Wir standen wirklich, fühlt fünf Tage lang nur am Stück da und haben auf die Türe gestarrt. Darauf, dass jemand reinkommt. Okay. Das ist hart. Ja. Ich hatte jeden Tag sieben Stunden gemacht. Oh Gott. Ja. Es ist sehr anstrengend gewesen. Ja, aber andererseits, finde ich, muss man ja auch so wieder sehen, ne? Ein bisschen positiv denken. Immerhin geht es an den Leuten gut und es passiert halt wirklich nichts. So. Es ist ja im Grunde gut für die Leute, ne? Das ist ja für uns, weil wir im Moment keine Arbeit haben und einfach nur blöde dastehen. Ja. Ja. Man kann es halt wirklich so sehen, man kann es so sehen, ne? Hallo. Ja. Und. dope. Du musst auf das Vacuum. mateier und Okay. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Das war sehr leise und zart. Du warst sonst immer beim Boxtraining, oder? Also Shamrock. Genau, das habe ich in der letzten paar Malen. Ja, sonst habe ich das nochmal gemacht. War das schon immer so ein Hin und Her, dass es nicht drinsteht? Oder? Nein, in der Tat müsste es eigentlich drinstehen. Mich wundert selber, dass es nicht mehr drinsteht. Okay. Ja, weil ich habe mich halt die letzten Male nur gewundert. Weil ich nehme ja daran teil. Und wenn ich halt immer so reingeguckt habe und gesehen habe, okay, es ist nicht mal hier angegeben. Und dann wundern sich halt die Leute bei Shamrock immer so, ja, warum kommt denn keiner? Warum dauert das so lange? Na, das weiß ich selber. Aber mir wurde gesagt, ich soll von Shamrock erstmal die Finger lassen. Okay. Ist das ein Grundzug, oder? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich tue das jetzt gerade erstmal. Dammastag, Samstag, Sonntag, Mittwoch, was? Ja, jetzt steht irgendwie so ein PD-Training ist da drin, ne? Ach, Gott. Ja, wenn sie so ein Box drin haben wollen, warum nicht? Vielleicht hätten sie sich dann mal die Donutfresser in Form. Entschuldigung. Nein, das ist gut. Ich kann das verstehen. Aber ja, ich dachte nur, vielleicht weißt du da ein bisschen was oder vielleicht wäre das vorher auch schon so gewesen. Aber das finde ich halt nur ein bisschen seltsam, tatsächlich. Ja, in der Tat müsste es eigentlich auch drinstehen. Ich weiß nicht, warum es gerade derweil nicht drinsteht. Vielleicht wegen der Umstellung oder keine Ahnung. Ja, aber eigentlich, soweit ich das von Kim weiß, ist das ja alles mit der Verwaltung abgesprochen, dass das halt wöchentlich stattfindet. Ich weiß es nicht, was da los ist. Jetzt will ich mit dir reden, was? Ich merke schon. Und Hallöle. Hat es denn letztes Mal stattgefunden? Äh, letztes Mal ja. Ich glaube, die Woche davor ist es ausgefallen. Irgendwie so. Weil keiner Medics kam, oder was? Nee, nee, das war von Kims Seite aus. Alles in Ordnung hier unten? Ja. Muss ja. Ich höre dich nicht, wie du hörst mich nicht. Okay, wir haben einmal ja, wir haben einmal eher nicht so. Hat es was mit dem Dienst zu tun, kann ich dir helfen? Wie, du hörst mich nicht. Ich bin nicht verwirrt. Die Luna Moore, die ist... Ist jetzt besser? Das sind immer so 10,6, weil das sind jetzt, ähm, für die, ähm, aus, ähm, nicht für die Ausbildung, für die Verwaltung. Ah, okay. Grundsätzlich nicht für uns greifbar. Ach, ja, okay. Ja, das hatte ich nicht auf dem Schirm tatsächlich. Aber gut. Okay, nee, ich sag's nur. Sag's nur, damit du es in Zukunft weißt, die Trainees, äh, für die, ähm, Verwaltung, die sind grundsätzlich, ähm, den Sex. Die sind nie für uns erreichbar. Die haben ja auch gar nicht mit unserem Medics-Dienst zu tun. Die machen ja nicht die Ausbildung, wie ihr macht, im Prinzip. Oder ist die Musik zu laut und du hörst es deswegen nicht? Dies, Feedback. Need Feedback. Mache ich die Musik nochmal ein bisschen leiser. Jetzt hört natürlich gerade das Lied auf. Und dann geht's. So, ich hoffe, dass das jetzt besser passt mit der Lautstärke. Also, ich weiß ja nicht, ob so eine Lautstärke lag. Wem geht's denn von euch nicht gut? Hm? Aber irgendwie, weil Nico gemeint hat, ein Ja, ein Nein. Ja, nicht immer alles so, wie ich sein sollte, sagen wir es einfach nur so. Ja? Meinst du denn Dienst? Nein, das hat nichts mit dem Dienst zu tun, es hat was Privates zu tun. Ach so, ja, fühle ich. Wenn das Leben nicht so läuft, wie es eigentlich hätte sein sollen. Hm. Fühle ich, fühle ich. Ist irgendwas Schlimmes passiert? Magst du drüber reden? Nee, über die Sache, die kann man nicht reden, dann muss ich jetzt einfach heute Abend abwarten und schauen, ob ich weiterhin als Hüt noch hingestampelt werde oder, ja. Also, so was abkommt, die sind nämlich als Hüt noch hinterher geht. Oh, ich fühle das. Also, weißt du, was der Witz an der ganzen Sache ist? In solchen Situationen, wenn ich sowas raushöre, da weiß ich direkt schon, wo das Problem liegt an der fehlenden Kommunikation. Und so viele Menschen haben einfach Probleme zu kommunizieren, richtig zu kommunizieren. Ja, vor allem auch die Wahrheit zu kommunizieren und nicht sagen, von wegen dem ist gar nicht so, das bildet sich nur alles ein. Und ich glaube meinem Bruder mehr anstatt wie dir. Und das ist halt das Traurige an der ganzen Situation. Man wird selber als Lügner hingestellt, wobei man, ich habe in meinem ganzen Leben ein einziges Mal gelogen. Und danach habe ich eine Bambustange so lange auf den Arsch gekriegt von meiner Oma, bis er blutig war. Ich sage mal so, es gibt solche Lügen, die sind okay. Das sind dann diese Notlügen, wenn du andere Menschen damit schützen willst. Aber es gibt halt auch diese ganz speziellen Lügen, wenn man so irgendwie hingestellt wird, weiß ich ja nicht. Und das stimmt halt auch nicht, nur weil derjenige für den Ausdruck so blöd ist, für den Mund aufzumachen. Also fühle ich, Kommunikation ist ein ganz, 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 ganz großes Problem für viele. Ja, und dann habe ich ja auch mitgekriegt, dass eine Kollegin, die hier auch mitgearbeitet hat, die hat ja gekündigt im Prinzip und seitdem her reiche ich sie nicht mehr. Ich weiß nicht, was los ist, weil ich eigentlich noch mit ihr selbstständig ein Hühnchen zu rupfen habe. Bist du Mila? Ja. Ja, du warst meine Ersthilfe-Kursleiterin. Ich bin übrigens die Lucy. Ich weiß nicht, ob du mir, ich meine, du lernst so viele Leute dort kennen, du wirst wahrscheinlich mich nicht mehr kennen. Ich habe das eine Mal in Notgekungen, ja, gemacht gehabt, in den einen. 31, glaube ich. Wo der Herr Kollege so viele Verletzungen hatte, da war ich mit einer blonten Freundin dabei. Leute, hört auf zu reden, wenn du so ein Funk gesagt hast, verdammt. Aber das waren die gleichen Beispiele, mit denen mich Frieda immer gequält hat. Ja, das ist ja okay. Ich habe das jetzt mit Jackie auch schon gemacht. Allerdings war ich die, die sich verletzt hat und sie war die, wo man reanimieren musste. Und ja. Die eine Hälfte hat sie erklärt, die andere habe ich erklärt. Ja, das war wie gesagt nur Notbedrungen an dem einen Abend, dass ich das da übernommen habe, wo ich dann auch dezent pissig war, dass die Sachen wieder mir aufgedrückt werden, wo ich gesagt habe, Leute, ich habe in 20 Minuten eigentlich mein Gespräch. Ich habe für Erste-Hilfe-Kurs mein Gespräch mit der Führungsebene abgesagt. Ja. War auch sehr lustig. Ich durfte mir dann Anschluss anhören, warum ich diesen Termin wahrnehme, aber nicht den mit der Führungsebene. Aber das ist von wegen, ja, unterbesetzt. Die Ausbilder sind nicht da und das ist ein Termin, den wir nicht absagen können. Ja, schwierig, schwierig. Er will alles richtig machen und es ist doch nicht richtig. Check. Sie hat es gefunkt. Beim Nachgang. Stimmt, aber wie lange ist es her? Ja, 20 Minuten. Naja. Was jetzt? Sie ist neu. Wer ist neu? 73 Funk, check. Find ich nimmer die neu? Check. Stimmt nicht. Nein, die Verwaltung. Die 24. Check. Check. Olivia. 013, 6, Ausbildungsarbeit. Check. Jetzt kommen sie aber alle an. Ja, und die meisten liegen hinten. Da muss die Verwaltung sich wirklich 10, 6 melden, wenn sie in die Verwaltung geht? Ja. Weil im Prinzip die Verwaltung ist im Haus, wenn irgendwas ist mit Code Black oder Code Blue, dann wissen wir, wo die Verwaltung im Prinzip in dem Moment ist. Ah. Einmal kurz ein Wurf. Der letzte Funkspruch war 10, 6. Wer war das nochmal? Habt ihr das mitbekommen? Die 0, 3. Okay, danke. War lift. Eure Ausbildungsleitung. Ach gut, okay. Wenn ihr irgendwelche Probleme habt, haltet euch an Niff oder an Conan. Im Prinzip an die beiden. Im schlimmsten Fall, wenn wirklich die beiden nicht da sind oder überhaupt nicht für euch greifbar sind, geht zu Frieda. Frieda war ehemalige mit Ausbildung, macht es zwar immer noch ab und an, dass sie mal eine Ausbildung anbietet, aber einfach nur, um zu helfen. Sonst, wenn ihr Fragen habt, ist es ein Klazi da, es ist eine, keine, die da, oder ein Rick. Rick hat mir auch schon geholfen. Aber es ist lustig, ist, wir haben einen Klazi da, wir haben einen Nico da, zwei Trainees da. Du könntest im Prinzip die Ambulanz 1 und die 2 rausschicken und sagen, dass sie auf Bewegungspfad gehen können. Wenn wir Patienten hier haben, haben wir einen Nick, einen Nico oder einen Klazi, der hier behandelt. Somit kommen die anderen raus. Ja, und da könnte ich dann immer mitgehen, wenn Nico behandelt. Genau. Soll ich das jetzt machen? Weißt du, wie der Funkspruch ist? Ähm, gerade aktuell nicht. Eine im Funkkreis, die Ambulanz 1 und 2 können sie selbstständig auf Bewegungspfad begeben. Okay. Wenn sie aber fertig sind mit ihren Sachen. Eines ist jetzt gerade fertig geworden. Kannst du jetzt erst mal schon mal die 2 rausschicken. Ja, die 2 ist. Dann raus. Oben. Ich würde sonst noch eben warten, bis die gleich durch sind. Hallo. Hallo. Hi. Ich bin oben. Mhm. Äh. Ich wollte gerade sagen, es lohnt sich nicht, die gehen doch gleich alle oben raus. Die müssen doch runter. Ah. Ja, vielleicht will er nur irgendwie oben an die Computer gehen, dass hier nicht alles so voll steht. Ich mach das auch manchmal, um zu lernen. Soll ich ihn holen gehen? Nein, nein, musst du nicht. Alles okay. Ich mach halt eh eine Pause, weil wenn ich weiter in meinem Hirn alles reindrücke, dann kriege ich Kopfschmerzen. Das ist nicht gut. Nee. Ja, wenn man halt ohne Vorerfahrung hier den Beruf lernen will, dann ist es schwierig, ne? Viel. In Schrank ist jetzt nur noch eine Ibuprofen. Ach du Scheiße. Ich hab jetzt die letzten, ich hab jetzt 6 rausgenommen. Wenn wir eine Schmerztherapie bei der Dame auch anfangen können. Ich brauch gleich mal Nico hier unten. Eine Ibuprofen. Kann ich ihn auch holen gehen, dann mussten wir da noch rufen. Ach, dafür hab ich die Laufung. Ich geh mal Klaas zuquatschen, ich komm nachher wieder. Viel Erfolg. Dankeschön. Hi Nico, hier ist Mila. Eine blöde Frage. Kannst du uns unten im Leitstellenschrank einmal die Medikamente auffüllen, weil wir nur noch eine Ibuprofen haben? Okay, danke Nico. Ciao. Das ist schon blöde Frage. Aber okay. Ich hätte ja auch die Verwaltung ärgern können, dass man hätte. Die Frage, funken sie jetzt gleich durch? Camelands 1, 10, 20. Check. Ja, und jetzt würde ich tatsächlich gleich noch einmal sagen, dass sie sich selbstständig auf Bewegungspfad begeben können. Ambulance 1 und 2 können sich selbstständig auf Bewegungspfad begeben. Eine Information der Leitstelle, Ambulance 1 und Ambulance 2 können sich selbstständig auf Bewegungspfad begeben. Ich weiß gar nicht, ob man das verstanden hat gerade. Okay. Hallo, hier Nico. Äh, kurze Frage. Hanako Sakura? Ja, nein. Das stimmt. Okay. Nee, weil wegen dem Übernahmegespräch, äh, Übernahmegespräch, der Werbungsgespräch, da hattest du reingeschrieben, hat ein klares Ziel vor Augen und noch einen Satz. Deswegen war ich mir jetzt unsicher, ob ich sie einladen soll oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich war jetzt zwei Tage nicht da und ich komme hier zurück und mein Handy ist am explodieren und ich habe gar keinen Bock mehr. Perfekt, dann weiß ich Bescheid. Ich danke dir. Ich danke dir. Danke dir. Danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Eigentlich wieder traurig, dass sie wieder nicht auf die Leitstelle hören. Ja, vor allen Dingen, ja, wenn man halt die Möglichkeit hat, ich meine, ich weiß nicht, jetzt hier so rumstehen ist jetzt auch nicht so das Besonderste. Ja. Ja, wie scheiße es eigentlich ist, hier zu stehen und er kommt da gar nicht mehr raus und ich denke, ja, jetzt kriegst du die Möglichkeit rauszufahren und du machst das nicht. Okay, okay, Akten schreiben. Ich wollte gerade sagen, wobei ich glaube, die schreiben halt gerade noch Akte, ne? Aber zum Beispiel Rose und Conan sind in einem Ambulance und Peter und Rick könnten halt rausfahren, ne? Ja, um 18 Uhr werde ich der ganzen Sache nochmal ein bisschen Druck verleihen. Und dann dürften sie einigermaßen ja durch sein mit ihrem Akten schreiben. Ja. 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 Ta. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, aber ich glaube, ich mache mich jetzt auch mal auf. Okay, dann mach das. Okay, ich wünsche noch viel Erfolg. Danke dir. Bis dann. Bis dann. 0-4 meldet sich aus dem Funkkreis ab. Check. Siehst du, dass sie mal reinbrüllt? Check. Check, 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 check. So, ausschalten. So, ausschalten. So, ausschalten. So, einschalten. So, einschalten. So, äh. So, einschalten. So, einschalten. So, einschalten. So, einschalten. So, mit der 1-1-1-1. So, wie move je nach? Tschüss. Hallöchen. So, ich muss jetzt nur Paradise finden. Aber das... Ja, das ist nicht weit vom Rocky entfernt, ne? Ja, ich weiß. Und eigentlich auch nicht weit vom MD, wurde mir gesagt. Ist ja alles irgendwie so eine Ecke. Auf MD gucke ich sogar. Warte mal. Ja, ich gucke sogar fast aufs MD, glaube ich. Ja, gut, warte so. Soll ich dir mal einen Standort schicken? Ähm, ja, nee, warte mal. Ich glaube, ich fahre mal eben hier aus der Tiefgarage. Ich sehe dich schon. Oh! Okay. Gut, dann, ähm, ja. Oh, jetzt habe ich den mal einmal umgeschlüsselt. Genie, du. Ja. Mag ich hier denn? Also, ja, hier auf der Seite ist es... Ich stelle mich, ich stelle mich einfach hier vorne dreist hin. Ich stelle dich halt nicht zu meinem Motorrad. Nee, ich stelle mich hier ganz dreist. Hat sich richtig gelohnt, aus der Tiefgarage rauszufahren, sage ich dir. Und ich sehe meine... Oh mein Gott, ich sehe meine Kollegen da oben stehen. Oh mein Gott. Ist das unangenehm. Dann wirst du jetzt gleich noch scurrile. Ich komme zu dir. Ja, okay. Genie! Ja, hallo! Ähm, boh. Eiskalt wieder abserviert, ey. Ja, ist auch schön, dass wir uns hier hinter dem Müllcontainer... Wir können auch eben gucken da oben gerade. Ja, ist ein bisschen gruselig tatsächlich. Ich bin aber nicht hier beim Müllhaufen. Komm mal mit auf die andere Seite. Nein! Genie, hast du's? Nein! Nein, das... Genie! Genie! Ach du... Du blöde Kuh! Ja, selber. Was hast du vor? Was? Was hast du vor? Was ist jetzt... Vorhabe? Ich will es nicht jetzt... Machst du mich? Nubiku. Kannst du dich bitte mal wieder vor mich... Was soll das denn hier? Warum turnst du um mich herum, hä? Ja, ich turn nicht um dich herum. Ja. Masumi? Das hat bei Billy und mir Tradition mit den auf die Knie gehen. Für alle denklichen Situationen. Und jetzt kriegst du diese Situation auch ab. Ähm, Masumi? Ich wollte dich einfach nur fragen, ob du mal eine zweite Trauzeugin sein möchtest. Oh! Ja, Genie. Ja. Ich... Ja. Ja. Ich bin, ähm... Okay. So, jetzt machen wir dir noch mehr Show, ne? Oh, no. Yes! Ich hoffe, sie haben's gesehen. Ich hab dich gern, Genie. Oh, Mann. Ich warte ja drauf, dass ich jetzt ein SMS krieg, wirklich. Ich hoffe, die haben's gesehen, weil ich stand ja schon ziemlich in der Straße rein, ne? Also, Sumi, das geht so nicht. Ich will ja, dass du was dazu reden hast bei dir, ne? Also, nochmal, möchtest du meine Trauzeugin sein? Ja, ich möchte. Ich will. Das wird ein schönes Arbeitsklima, ist das dir. Die gucken auch ganz gespannt rüber zu uns. Ja, du, ich hoffe, die sind einfach sehr in ihre Zigaretten verzieht. Zumindest Klaas dabei. Ja, ist es. Ja, scheinbar. Deswegen sag ich ja, ich warte nur auf eine SMS. Ich hab ja tatsächlich eher damit gerechnet, dass du, ähm, anfängst zu winken oder so. Ich soll winken? Nein. Dem Klaas? Das kann ich machen, du. Hör mal, das ist gar kein Problem. Wenn du möchtest, winke ich deinem Klaas. Oh, Gott. Hallo! Ich will nicht verstecken. Zoome jetzt, dann nicht weg. Jetzt steck mich jetzt. Sehr unangenehm. Auf, dich zu verstecken. Können wir jetzt. Du hast einen Termingenie. Ja, um 18 Uhr. Ja, gut. Okay, was gab es denn jetzt eigentlich noch, was du... Nein, 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 der winkt zurück. Warte mal, das ist Rick, der zurück winkt. Ist das nicht Klaas? Ne, das ist Rick. Klaas steht ganz links. Hallo, Rick. Hallo, Rick. Ihr nehmt mich eh nicht von hier unten, oder? Er hat ja sonst... Da winkt noch einer. Ich möchte gar nicht, ich... Ich möchte gar nicht... Ich... 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 Ich wollte dich fragen, ob du meine Traurzeugin sein willst. Achso, das war's. Oh, achso. Ja. 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 Sieben Minuten haben wir noch, Ginny. Sollte Nala wirklich noch kommen, dann wird die Nummer drei. Ja, alles gut. Ich, äh, ne. Ne, 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 ne. Du wirst jetzt Traurzeugin. Ich trage aber kein Aprikokleid. Ne, damit bist du ja befördert worden. Du bist ja jetzt nicht mehr Brautjungfer. Jetzt ist Arizona Brautjungfer. Oh, das schreibe ich ihr. Oh, Ginny. Vielleicht liest du es noch im Flieger. Das Aprikofarbende... Kleid gehört jetzt dir. Kleid gehört jetzt dir. Das passt bestimmt super zu Ihren Haaren. Du bist nun zur Brautjungfer. Keine Ahnung, ob das richtig geschrieben ist. Ist mir auch scheißegal. Ich bin rechtschreibliche Szeniker. Mhm. Und zur Brautjungfer befördert worden. So. Abgeschickt. Yay! 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 Einmal die Achse lüften. Einmal die Achse. Was? So gut. Uuuuh! Uuuuh! Scheiße. Unangenehm. Ja, ich hoffe, dass die Leute von Paradise nicht sich die ganze Zeit das schon angucken, und wir hier treiben. Das wird dezent unangenehm. Oh, Propopo Paradise. Ich muss mal kurz... Propopopo? Propopo? Propopopo? Halt, ich geh mal ein Stück. Ich möchte nicht dein Handy in meiner Achsel haben. Ja, nee, bitte nicht, sonst stinkt mein Handy. Hallo, Genie, ich hab frisch geduscht. Ja, du warst grad arbeiten. Ja, für eine Stunde. Hat sich ja vorhin gelobt. Ich gucke, ich hab frisch... Ich bin frisch! Sag ich dir, ich bin frisch! Ey, Genie! So, da ist ja die Mail von meiner Frau. Ähm, pfff, ja. Wie plant man mit Billy eine Hochzeit? Alles, was ich an Ideen hatte, schickt sie mir per E-Mail. Okay. Ja, gut eigentlich, oder nicht? Ja, ja. Ich bin mal gespannt, ob das überhaupt unsetzbar ist. Naja, das ist eine andere Sache. Ich hoffe es. So, ich brauche jetzt noch schnell eine, dann gehen wir da vorne rein. Kriege ich auch eine? Nee, warte, ich hab selber welche, alles gut. Habe ich mir eine angemacht. Ja, Genie, ich weiß. Das ist richtig fiesling. Ich lass mal aufhören, auf mich zuzulaufen. Was soll das denn? Hä? Du bist doch nervös. Ich, warte. Ich bin nicht sportlich mit der Zigarette. Mach ich dich nervös, oder Klaas, hm? Macht mich alle Kille im Kopf, ey. Na. Ist jetzt besser, Genie, ja? Mir geht's super. Nein, ich meinte... Oh nein, was... Natürlich kriege ich jetzt einen Anruf. Ja. Okay, mal ran. Wurde nichts zu tun? Hallo, Klaas. Wir warten. Hallo, Klaas. Also für die Zeit hättest du auch arbeiten können weiter so, ne? Muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. Mir wurden wichtige Fragen gestellt. Ich bitte dich. So wie scheiß unangenehm. Also früher, ja, die Leute, die irgendwo an der Straße standen, bei mir in der Heimat, da wurde angehalten, die haben wir mit Müll geschmissen oder sowas irgendwie, ne? Weil die da rumgelungert haben die ganze Zeit. Wollt ihr die Kops rufen? Was machst du da? Wollt ihr da einbrechen? Ja, natürlich wollen wir da einbrechen. Nein, war ein Witz. Okay, ihr wartet. Okay, ne, ja. Ich wollte mal wissen, ob sie das... Oh, Jenny, halt mal den Mund! Weil die Daten, die ich gewunken hatte daneben, und dachte mir, die hatten Probleme und ich weiß nicht, ob ich hier runterkommen sollte oder nicht. Nein, die hat nur so einen kleinen Hirnschaden, glaube ich. Aber das ist... Hirnschaden? Ja, aber das ist so chronisch. Ich will Neurologe werden. Ich will sie mir jetzt angucken. Ich bin zwar nicht fertig, aber... Legt drüber, werfen kann ich schon mal. Ne, alles gut. Anso, euch geht's gut. Ja, alles gut. Okay, gut, dann, äh... Ich wollte nur wissen, ob du das bist oder ob... Ja, ja, ich, ähm... Okay, na dann, schönen Abend noch. Ja, danke, gleichfalls. Mach's gut, Emmett. Bye. Ciao. Bis gleich, Schatzi. Das war... Das war nicht Klaas. Das war sein bester Freund, der dir als erstes gewunken hat. Schön, oder? Das ist doch durchaus sympathisch, du. Fatsch dich, ey. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich weiß gar nicht. Na, Bind. Na, Bind. Ich hatte einen Termin für 80 Uhr. Ah, okay, sie war das, okay. Ja. Wir warten noch kurz auf meine Kollegin. Die kommt auch jeden Moment, denke ich, ums Eck. Ja, ist ja noch Zeit. Genau. Ich muss sie mal kurz anrufen, wo sie ist. Ja, alles gut. Guck mal, Sumi. Jetzt hat sie gar nicht auflegen müssen. Genie. Du schuldest mir eine Zigarette. Ich schulde dir eine Zigarette. Wegen dir hat er mich angerufen. Wegen dir? Ja, wegen dir habe ich meine Zigarette opfern müssen. Warum wegen mir? Weil er wissen wollte, ob bei dir alles okay ist. Warum? Weiß ich nicht, weil du da wie eine Irre am Strand, am Straßenrand stehst und auf einmal anfängst zu winken. Ob du irgendwie Hilfe brauchst, so. Hab ich gesagt, du hast einen Hirnschaden. Hast du ihm gesagt? Ja, ich hatte einen Hirnschaden. Oh mein Gott, stimmt. Oh mein Gott. Ich hab sogar die Wahrheit gesagt. Ich hab ein Beben davon, du. Oh no. Eieieiei. Ja, genau. Ja, sie ist auch in zwei, drei Minütchen hier. Jo. Wollen wir uns da mal reingehen? Können wir uns da nach oben setzen? Wir haben da oben so eine schöne Dachterrasse. Können wir uns da hinsetzen. Ja, perfekt. Dann einfach mal folgen. Oh Gott, ey. Unangenehm. Ich dachte, keiner hat Angst vor Leitern oder so? Nee. Nee. Ich bin begeistert. Hi. Na, wie geht es dir? Ja, ne? Sieht man vor uns nicht so wirklich. Oha, schick. Genau, hier ist unser, sag mal, kleines Outdoor-Büro, was wir noch haben. Wo man auch mal so kleine Privatfeier machen kann. Ich wollte gerade sagen, ihr lasst es euch hier ein bisschen gut gehen, ne? Ja, ab und zu. Richtig schick. Genau, könnt ihr schon mal Platz nehmen? Ja. Könnt ihr dann schon mal, wo ihr möchtet? Könnt ihr schon mal anfangen langsam dann? Jetzt zu dir. Was möchtest du? Setz mich zu dir. Dann setz ich mal zu mir. Ja. Gut, dann stelle ich mich kurz vor, ich bin Tom, hier von Paradise Entertainment, beziehungsweise auch von Paradise Outdoor. Meine Kollegin kommt gleich, die Lani, Swipes und ja. Macht ihr schönes, ne? Wir können auch schon mal langsam anfangen. Wir planen ein bisschen die Hochzeit, ne? Ne, 6. 7. 7. 9. 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 10. 10. 10. 10. 10. 10. Dieolutionen Palito, ne? Genau. Da hatten wir nämlich erst angefragt, ob das sogar möglich wäre, oben auf dem Hügel das zu machen. Aber da meinte dann schon einer von euch, ich weiß nicht, mit wem meine Frau telefoniert hat. Wahrscheinlich mit Katie, glaube ich. Dass das schwierig wird mit der Umsetzung wegen Stühle stellen und sowas da oben. Und deswegen sind wir dann runter auf die Landzunge dann geweckt. Welche Landzunge ist das genau? ist das jetzt ja auch mal eine hochzeit gehabt die war weißt du wo die lotz ja wenn man da da sofort genau da ist ja dieser hügel und unten drunter ist ja diese langgezogen ganz so sage ich mal okay dann war das genau da wo damals so eine hochzeit habe ich auch stattgefunden hat ja hallo ihr möchtet heiraten habe ich gehört ich nicht das wäre ich also ich heirate und sie ist meine traurzeugen freut mich euch kennenzulernen landes und paradise entertainment hallo ja hallo und mein kollegen kennt ihr ja schon er hat sich schon vorgestellt super okidoki genau ich habe schon ein bisschen angefangen ich habe schon mal eine liste für uns fertig gemacht ich gehe da mal rein so müsste und ich fahre musik da okay na dann schießt mal los vorstellung wünsche träume ist halt die frage ob es umsetzbar ist also werden wir sehen gerne ein paar stuhl rein dort also wenn circa knapp 30 leute sein oder sind wir auch schon mit eingerechnet und vorgestellt haben wir uns dass unsere hochzeit mehr in den farben schwarz rot stattfindet weil wir halt alles eher so ja ins rockige sag ich mal ist mehr so das thema die deko blumen und sowas alles so ein bisschen schwarz rot gehalten bleiben genau 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 dann hat man überlegt ob das dann halt je nachdem auch gut aussieht zwischen den stuhl rein irgendwie dann halt einen roten teppich oder irgendwie sowas in der art auszulegen ja und vorne wo wir beide dann halt stehen also meine frau und ich dass da dann halt entweder so sollen oder halt irgendwie so ein bohlen ist auch in den farben halt in dem strahlen was da umsetzbar ist und an blumen weil schon so mehr so in richtung rosen aber hauptsache so in den farben halt rot was so sollen oder bögen angeht müssen wir mal mit 100 sprechen weil der auch gut mit begill zugange ist und ja mal anfragen was man da so machen kann genau 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 da müssen wir dann einfach mal schauen ob man da was machen kann irgendwas was in den farben da ist das können wir so jetzt tatsächlich ad hoc nicht zusagen falls es keine säulen und keinen bogen und so weiter und so fort gibt was es definitiv gibt was wir wissen sind halt wir haben zum beispiel so und öfter aufwarten verhoffzeiten gemacht die halt so aus paletten quasi aufgebaut wurden und die könnte man dann so ein bisschen mit rosen dekorieren dass das ganze am ende so was wie ein altar ergibt in ganz hübsch werdet ihr mit sowas auch einverstanden oder das ist nicht so eures das wäre dann auch in ordnung ja okay alles klar dann nehme ich das schon mal so mit auf weil ihr detaillierter der chef das weiß desto besser können wir darüber sprechen noch mal eben kurz oz quatsch ich zu können das gespräch überlegt termin habe ich schon gesehen dass der neunte siebte und uhrzeit soll sind ursagen für die trauung 17 ok heißt also so circa 16 uhr 30 dass dann so langsam die gäste eintrudeln und so weiter und so fort genau ok alles klar ok die trauung also in palito auf der landzunge auf welcher landzunge denn genau da gibt es ja so einige direkt bei der baby blotsch wo er damals bei der was auch nicht dabei aber ich weiß wo würde ich wo die baby blotsch ist direkt darüber direkt links neben palito die erste und dort wird auch nur die trauung stattfinden also die feier selber ist dann später im after hours hatte ich ja schon mal angefragt oder so oder oder was soll ich sagen ja genau ich wollte fragen was genau ist dass die dienstleistung die ihr von uns haben möchtet am einfachsten ist es für hochzeitspaare immer wenn alles tatsächlich über uns läuft und wir alles quasi dann buchen und organisieren dann sind wir auf der sicheren seite dass wirklich alles organisiert ist ansonsten können wir natürlich auch mit euch hin und her telefonieren ob das alles so weit steht und so weiter und so fort dann hättet ihr am ende eine gesammelte rechnung und könntet alles über uns laufen lassen die wir euch dann ausstellen und dann habt ihr alles mit einem mal fertig ansonsten ist es ein bisschen aufwendiger mit der ganzen hin und her telefoniere rei zwischen euch und uns wer was regelt kriegt man aber auch ein je nachdem was sie gerne möchte also im grunde von euch würden wir gut finden wir das komplett was wir bei der trauung stattfindet dort vor ort also das was in palito stattfindet dass wir das über euch machen die feier an sich ist halt komplett schon mit after hours geregelt okay also sind wir da komplett raus genau da brauchen auch keine aufbauten mehr oder irgendwas heißt also auch catering und alles drum und dran was das betrifft kümmern wir uns gar nicht drum genau gut okay weil was die trauung betrifft das allererste was am wichtigsten für uns ist wie hoch ist denn da euer budget insgesamt für uns wegen frage was kostet sowas ungefähr ich habe da null preis vorstellungen also es ist auf jeden fall budget vorhanden okay das kommt nämlich ganz darauf an wie hoch euer budget ist und wie viel ihr da wollt und was wir da so absprechen ist halt die frage wie stellt ihr euch eure trauung vor ihr geht dahin jemand hält eine rede und fertig ist oder ihr kommt dahin wir organisieren können zwar die noch was schönes nebenbeispielen für den für den einzug quasi oder vorab künstler die dahinter und musik spielen während die gäste eintrudeln oder künstler die bei der rede zum beispiel im hintergrundmusik spielen oder die zwischendurch lieder singen die trauzeugen halten rede und es wird mit hintergrundmusik begleitet oder auch überhaupt gar nicht oder direkt nachdem das gewesen ist spielen noch künstler oder ihr stellt euch vor dass ihr keine ahnung eure gäste überrascht mit einem speziellen flash mob oder sowas dass ihr dann was weiß ich tanzend wieder wieder quasi auszieht aus den reihen nachdem ihr geheiratet habt da gibt es ja alle möglichen möglichkeiten je nachdem was euch vorstellt wie groß euer budget ist können wir da sachen überlegen oder eben halt auch nicht künstler während der trauung fände ich gut ja was wir halt bisher angedacht haben als besonderes sag ich mal ist es wird bei uns in den einladungen drinstehen dass wenn es möglich ist unsere gäste mit dem bike kommen sollen weil wir dann planen mit den bikes gemeinsam runterzufahren zum after hours müsste man nur gucken weil direkt bis zur landzung kommt man wahrscheinlich nicht bis zum bike da müssen sie entweder laufen oder lande stehen müssen ja genau aber gerade so also meine freundin soll will halt unbedingt vorne stehen ich soll dann auf sie zu kommen hat es hier so geplant dass da eigentlich ein ganz guter moment wäre für ein lied ja und den gang zum altar schon mal dann habt ihr da schon irgendwelche vorstellungen ehrlich gesagt nur gut da kann man ja dann muss da morgen mit ihr drüber sprechen ja genau ja höchstwahrscheinlich für unsere eigene planung schon wenn ihr das alles so ein bisschen rockiger gestalten möchte dann bei sowas auch eher so ein bisschen rockigere lieder dann kann man schon mal so ein bisschen nach künstlern überlegen okay mit gesang oder ohne gesang gerne mit gesund okay das schon mal gut zu wissen ich weiß nicht kennt ihr bonnie flowers weil die kennt auch tatsächlich einige rockigere lieder dann könnte man sich im zweifel ansonsten auch mit der zusammen noch mal treffen dass das ihr halt euch überlegt was ihr da gut finden würdet und dann treffen wir uns einfach gemeinsam mit ihr zusammen und besprechen dann ob sie da zeit hat ob sie das hinkriegt ja bonnie flowers kenne ich hab sie auch schon im old police zu innen gehabt ach ja perfekt eher ein ja oder eher ein nein ich hab da jetzt nichts rausgeholt eher ein da muss ich mit meiner freundin drüber reden ok ist ja kein problem ist nur die erste die mir gerade so in den kopf gekommen ist möchtet ihr bei der trauung oder nach der trauung noch so eine art sektempfang da haben oder generell irgendwie das wäre gut ja weil dann haben wir nämlich noch so ein bisschen zeit dort vor ort und fahren dann halt los weil after hours ist dann erst so ab 18 18 30 also eher nur sekt oder wollte auch so kann ich gar zu essen dann da haben was gibt es denn da für möglichkeiten für so kleine snacks und dass man zum beispiel so ein paar häppchen oder sowas hat weil ansonsten die leute sich ja selbst verpflegen für die dauer der trauung dann auch anschließend was halt immer ich finde es immer ein bisschen kann man halt machen na klar sind dann die leute nur mit den gefüllten taschen dabei weiß ich jetzt auch nicht ja könnt ihr halt so machen wenn ihr das gerne möchtet ich finde es nur geschickter wenn man dann so ein paar kleine häppchen zumindest und sektempfang dann auch reichen kann ja dann machen wir das ok irgendwas alkoholfreies dann dazu noch ja also häppchen kann man ja gucken was man dann so bekommt gibt ja zum beispiel so kleine brezel oder belegte brötchen oder vielleicht donatskuchen oder sowas kann man ja alles mal was man dann sagen möchte gibt ja viele viel auswahl je nachdem dann von der polito bakery oder so ansonsten würden wir das nämlich so machen so machen wir das eigentlich immer dass wir die einzelnen gastronomen die so in frage kämpfen vielleicht sagt ja auch keine ahnung frisch ist komplett raus oder so sonst würden wir die einfach anfragen was sie da so überhaupt hätten was man da so reichen könnte und würden uns dann einfach angebote reinholen und dann entscheidet euch einfach für was so wollen wir das machen ja okay machen wir so werden die trauzeugen reden halten während der trauung ist da was geplant ja oder nein bisher noch nicht okay dann würde ich vorschlagen dass so oder so viel gleich die nummern austauschen auch mit den trauzeugen weil es gibt auch manchmal ja sachen die das brautpaar nicht so mitbekommen soll die fahren wir dann natürlich mit ein aber ihr wisst dann einfach nichts davon ja da würde ich auch vorschlagen sumi machst du das weil ich denke mal dass vier nicht immer zu erreichen ist ja ja kann ich machen das kann auch gerne dann komplett über sie laufen weil die trauzeugen meiner frau sind nämlich aktuell im urlaub die sind dann hoffentlich rechtzeitig wieder da ja 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 gut alles bei dir schön du hast mich aber gerade in was reingeritten ich habe sie gerade unten auf der ecke gefragt wir sind inzwischen wir sind inzwischen profis und kennen da so einiges also kriegen wir schon hin ja absolut keine Panik wir kennen das ist gut bisher haben wir noch immer alles irgendwie hinbekommen das klingt schon mal sehr gut ja es gibt immer für alle Lösungen auch mit Zufriedenheit also nicht dass es irgendwie hingeklatscht wurde sondern auch mit Zufriedenheit danach ja ja das ist klar wir sind Meister der Improvisation und darin äh Situation zu retten das ist sehr gut ich bin nämlich manchmal ein bisschen chaotisch manchmal und orientierungslos aber das ist noch was anderes deswegen habt ihr euch ja auch an uns gewendet richtig okay also es geht rein um die Trauung heißt für mich ist das Bild jetzt wie folgt ihr kommt irgendwann an gibt es da irgendwas zu beachten habt ihr da irgendwie besonderte Vorstellungen dass wir da noch auf irgendwie weiß ich auch nicht irgendwas organisieren sollen oder sonst irgendwas oder kommt ihr einfach selber an und seht so wie ihr hinkommt äh wir kommen ähm selber an also ich denke mal dass ich mit einem meiner Trauzeugen kommen werde meine Frau wird mit ihrer Nightblade kommen weil wir mit dem Motorrad dann auch zusammen zum After Hours hinfahren wollen super okay heißt also ab 16.30 Uhr kommen die ganzen Gäste an vorher ähm vorher müssen wir das Catering hinbekommen also Sektempfang und Häppchen genau äh ab ca. 16.00 Uhr machen wir dann das ab 16.30 Uhr kommen dann ungefähr die Gäste an ab 17.00 Uhr soll die Trauung stattfinden Zweckstrauung habt ihr euch da schon mit dem DOL auseinandergesetzt? da findet morgen das Traugespräch statt ähm an und für sich haben wir dem DOL aber auch schon geschrieben dass wir gerne äh selber auch nochmal ein Part haben möchten weil wir beide ein Gelübde vorbereitet haben oh sehr schön und ähm ich so ein bisschen Angst habe dass das wieder untergeht aber bei der Hochzeit von einer Freundin von mir ja waren die Ringe schon ausgetauscht und irgendwann habe ich dann als Trauzeugin gemeint ihr hattet da noch was und das ist halt komplett fast untergegangen das fand ich sehr schade ja wir werden uns dann denke ich mal sowieso noch auch mit denen nochmal in Verbindung setzen und werden sie dann auch nochmal Bescheid sagen genau also das Gespräch findet morgen statt ok super also das heißt eurerseits weiß das DOL schon Bescheid ja und die wissen auch schon das Datum und die Uhrzeit und wir würden dann quasi am Tag vorher beziehungsweise auch ein zwei Tage vorher wir rufen lieber einmal zu viel an als einmal zu wenig nochmal sicherstellen dass sie auch Bescheid wissen dass jemand da ist und dass das Ganze glatt geht ok sehr gut möchtet ihr dann nach der Trauung auch noch irgendwie jemanden Künstler haben der zum Beispiel singt oder irgendwie was oder was stellt ihr euch dann danach vor oder wollt ihr dann kurz da verweilen und dann sofort weiter genau also da denke ich mal wird es eher darauf hinauslaufen dass wir kurz noch verweilen und dann uns alle auf die Bikes schwingen ok ok um wieviel Uhr war nochmal geplant im After Hours 18 Uhr ok also hätte man da zähl keine Stunde ja eher so eine halbe bis Viertelstunde nach der Trauung je nachdem wie lange das so gehen soll genau dann wäre ja kurz noch der Sektempfang danach und dann würden sie ja weiter genau genau dann kommen ja eh erst mal so die ganzen Glückwünsche und das alles das zieht sich ja dann auch gerne ein bisschen genau 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 was das betrifft für den Hintergrund hätte ich direkt auch schon Vorschlag und zwar ist ein ähm Freund von mir wieder in der Stadt Samuel Bailey heißt er der spielt Gitarre und singt dazu wäre das was für euch oder eher nicht so mhm also er kann auch nur Gitarre spielen nur singen ist schlecht aber Gitarre wäre schon schön ja in was für eine Richtung spielt er denn also später so am Abend wird so die Musikrichtung sehr gegen ja Foo Fighter Screen Day so die Richtung gehen ziemlich cool genau also da würde ich halt sagen wirklich dann zum Sektempfang direkt im Anschluss der Trauung was er spielt da würden wir uns dann natürlich nochmal mit euch zusammensetzen und drüber sprechen also wenn ihr das Ganze eher röckiger halten wollt würde ich halt auch sagen dass es halt eher in diese Richtung gehen soll ich spreche da nochmal mit ihm was er da alle so in petto hat was er da alle so kann er kann ziemlich viel auf jeden Fall und er ist wirklich absolut fantastisch ich weiß nicht ob ihr ihn schon mal gehört habt aber der ist wirklich der helle Wahnsinn und seid auch im Hintergrund dann ganz gut geeignet und dann gerade bei sich auch die Gratulationen immer so ein bisschen hinziehen kann ich aus Erfahrung sagen was im Hintergrund zu haben ist sowieso gut und dann haben auch die Leute die jetzt quasi stehen und warten dass sie dass sie drankommen und das Sektempfang ist und dass es weitergeht die haben dann halt auch so ein bisschen ja Programm Programm genau Beschäftigung wollte ich sagen aber Programm ist das richtige Wort genau okay genau da hätte ich noch eine Frage nach der Trauung ist ja meistens so dass dann die ganzen Gäste und so kommen und euch Geschenke bereichen und Glückwünsche ausrichten wollt ihr das dann da vor Ort machen oder beim After Hours weil aus Erfahrung ist ja meistens so dass euch dann halt viele Sachen in die Hand gedrückt werden und ihr halt nicht so die Hände für habt und wenn ihr damit beinkommt hast du wahrscheinlich ja auch nicht so viel Platz denke ich mal ich denke mal dass wir das eher dann auch die Gäste bitten dass das erst im After Hours stattfindet dass sie irgendwie gucken und wenn ich mir zur Not zur Not unsere Mule vom OP hinstelle dass sie irgendwo dann einen Ort haben wo wir noch Sachen dann wieder reinpacken können erstmal genau das wäre ja auch mal so ein Fahrzeug oder Auto genau wenn man ein bisschen Stauraum hat in den letzten Fall in den letzten Hochzeiten haben aber auch die Treuzeugen immer geholfen dabei dass sie dann daneben gestanden haben und so ein bisschen was entgegen genommen haben auch die haben dann Rucksäcke mitgebracht die heißen Fritten was und äh genau haben das dann entgegengenommen und haben das dann immer relativ zügig auch weggebracht genau hey ähm gibt es irgendetwas eurerseits das wir noch beachten sollen was weiß ich möchtet ihr gerne Sicherheitspersonal vor Ort haben oder so manche manche möchten das ganz gerne denkt ihr das wäre irgendwie notwendig in irgendeiner Form möchtet ihr irgendwie dass die Gäste kontrolliert werden irgendwas in der Richtung ähm ich denke nicht dass das notwendig wird wir haben später im After Hours haben wir Security dabei und ähm ja aber während der Trauung eigentlich eher nicht ne ok das schauen wir ganz gut also ich halte nochmal fest wir haben Catering ab 16 Uhr das heißt ihr möchtet nicht nur also ihr müsstet dann nicht nur die ähm die ähm das vielleicht noch abzuklären das würde nämlich mit gehören zu der Anfrage zu dem äh was wir da alles so aufwandern hinstellen sollen wie stellt ihr euch das mit dem Sektempfang vor weil sie müssen irgendwo die Sachen natürlich auch lagern können und irgendwo dass es gut sichtbar ist wo die Gäste hinkommen können um sich da halt Sekt und Häppchen abzuholen möchtet ihr irgendwie ein Pavillon aufgestellt bekommen mit einem Kühlschrank sollen wir da versuchen ob wir da irgendwie was weiß ich einen kleinen äh Imbisswagen hinbekommen oder habt ihr da irgendwelche Vorstellungen dazu ähm oder sollen wir dem Chef sagen er soll einfach gucken dass er das irgendwie ein bisschen schön hinbekommt ähm weil der kennt ja auch McGill und die kennen ja auch schon viele Sachen der hat ja auch schon sehr viel Erfahrung drin dann machen wir einfach so dass es gut aussieht das geht auch ja würde ich sagen also ich äh Pavillon weiß ich jetzt nicht ähm ja er soll mal gucken was gut aussieht okay machen wir so ja vielleicht kann man irgendwie so ein paar äh Paletten hinten in der Ecke stehen auf Sandstellen damit wir ein bisschen verzieren und dann so einen kleinen Kühlschrank oder so hinstellen genau 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 hätte ich auch gedacht ja okay also Trauung ganz normal ähm Hintergrundmusik zum ähm zum Gang zum Altar dann findet die Trauung statt während der Trauung möchtet ihr eure Gelübde sprechen ähm dann seid ihr quasi getraut dann findet ein Sektempfang im Anschluss statt der wird hinterlegt mit ähm so ein bisschen Musik und dann schwingt ihr euch irgendwann auf eure Motorräder und fahrt runter zum Afterhouse das ist jetzt so der grobe Abbau ja hatte ich gerade noch eine Frage aber sie ist mir wieder entfallen während ich gesprochen habe ich stelle sie gleich nochmal wenn sie mir einfällt habt ihr noch irgendwelche Fragen eigentlich nicht ähm Farbe rot ja hatten wir aufgeschrieben ja haben wir aufgeschrieben genau also schwarze Blumen wird wahrscheinlich sehr sehr schwierig ansonsten gucken wir was wir sonst so finden was man dekorationsmäßig einsetzen könnte rote Rosen passt schon als Blumen okay das denn eher auch so ein bisschen gröber werden was weiß ich so ein bisschen industriell im Stil von von Sachen die man aufstellen könnte Dekoration oder eher so nicht so in der Richtung wie heißt es noch in dieser Großvilla wo auch dieser Pool drin ist ich weiß nicht ob ihr den kennt da hatten wir zum Beispiel mal so Feuertonnen aufgestellt und so sowas ist ja am Strand auch immer ganz schön ist sowas in der Richtung eher auch für euch geeignet oder eher nicht so einfach so ein bisschen zum Begrenzen weil wir eh gesagt haben deswegen ja auch so dieses Thema Rock weil das ist begleitet uns halt auch viel wir sind halt beide nicht so diese typisch kitschig romantischen Leute und das würde fände ich persönlich auch besser als jetzt irgendwie überall Rüschen und so ein Kram oder so also so eine Feuertonne kann ich mir da schon eher vorstellen ich hätte auch noch eine Frage deine Braut steht ja quasi dein Amaltan wartet quasi auf dich sowas möchtest du dann den Weg vom Strand quasi unten dahin laufen oder wollen wir dann vielleicht ein Fahrzeug irgendwie organisieren weil wir haben ja auch so Autofahrzeug oder so ein Difter sag ich mal so ein Strand Buggy das will ich dann vielleicht vorfahren und dass du dann bis zum Teppich vorgefahren wirst und dann nach vorne läufst und dann möchtest du von hinten komplett laufen ok ok ich denke ich denke dann wären wir im groben passend durch wenn wir noch Fragen haben wegen Musik und so kommen wir natürlich nochmal auf euch zurück fragen nochmal nach welche Lieder ihr vielleicht da haben möchtet wenn ihr ein bisschen abgesprochen habt noch das werde ich morgen auf jeden fall machen mit ihr dass wir uns da einigen ich bin hier noch ein bisschen gerade am zusammenschreiben und am Liste ausfüllen nicht wundern dass ich gerade ein bisschen still bin sagen wollte aber mir ist wirklich einfach entfallen ok dann würde ich vorschlagen dass wir erstmal jetzt die Telefonnummern austauschen damit wir im Gespräch bleiben können ja dann gebe ich dir erstmal meine ja das ist ja vorweil wie immer 413 ja 251 413 251 genau ok und der vollständige Name war Ginny Carter genau ok bist du mit dem Chefkoch aus dem OP verwandt Chefkoch aus dem OP ja der DJ Kater du meinst Dean Carter kann das sein ja genau das ist mein Exfreund und er schreibt sich anders als ich er schreibt sich mit K ich schreibe ich mit C ok gut zu wissen ja und der ist kein Chefkoch mehr bei uns oh ja gut der ist ja sagen wir mal er wollte vor Weihnachten für eine Zeit nach Hause und kam nie wieder nein wirklich ja oh das tut mir aber leid ja 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 dir offensichtlich nicht so viel Titsleid ne ich mein ich fand's nach wie vor schade dass er nicht zurückgekommen ist dass man irgendwie mal ein klärendes Gespräch führen konnte oder so aber ja verstehe ich habe die Beziehung dann halt leider per SNS beendet weil ich keine andere Wahl hatte ja gut offensichtlich hat sich er zum Guten gewendet sonst würden wir jetzt nicht hier sitzen ja durchaus ok dann rufe ich einmal durch das ist meine Nummer ja perfekt so jetzt die Talzeugin bitte genau das wäre genau die normale Vorwahl 8-1 4-2 7-2 8-1 4-2 7-2 genau ok und dein vollständiger Name Masumi Nobuko ok schreibt man das M-A-S-S-O-U-M-I N-O-B-U-K-O so klang es nämlich M-A-S-U-M-I und ich glaube Nobuko war richtig No und Buko ok ok cool ok kann das kann das sein dass du damals im OP mich gefragt hast wegen der Nummer wegen dem DJ ja das war auf jeden Fall ich sehe nämlich gerade dass ich deine Nummer schon mit Namen komplett abgespercht hab von mir ja perfekt das ist immer richtig das war auf jeden Fall fertig so das ist meine Nummer ja gut perfekt dann der Name war nochmal Lani schreibt schreibt Hey. Hey. Okay. Weil mir meine Frage immer noch nicht wieder eingefallen ist, würde ich sagen, wenn ich später... Ey, was ist denn das? Wenn ich dran denke und dann putzelt sie in meinen Kopf, ruf ich dir einfach nochmal an. Möchtest du vorsichtshalber die Nummer von der zweiten Trauzeugin auch noch haben? Oh ja, voll gerne. Das wäre dann einmal die Fia O'Connor. Moment, der Name kommt mir bekannt vor. Habe ich aber nicht eingespeichert. Okay. Ja, vor war wie immer. 173. Ja. 205. 173 205. Genau. Okay. Super, habe ich so eingespeichert. Das ist nicht, was hier gerade los ist. Also dann, damit wir ganz sicher sind. Hochzeit relativ klassisch. Mit musikalischer Untermalung für den Gang zum Altar und für den Sektepfang. Als Aufbauten stellt ihr euch vor, dass wir Stuhlreihen aufstellen. Dazwischen ein roter Teppich. Gerne in schwarz und rot die komplette Deko gehalten mit roten Rosen. Wenn es möglich ist, irgendwie vorne Säulen oder ein Bogen oder sowas in der Art in rot und schwarz. Wenn das nicht möglich ist, werdet ihr aber auch mit einem quasi Palettenaltar zufrieden. Genau, als Blumen Rosen haben wir schon. Und für den Sektempfang irgendwie, dass wir zugucken, dass wir da so ein paar Paletten hinstellen mit Kühlschränken, wo die Leute dann hingehen können. Sodass das alles insgesamt ein stimmiges Bild ergibt. Eher in rockige Richtungen. Und Feuertonnen können wir gerne auch dazu aufstellen, um das Ganze so ein bisschen den Bereich zu begrenzen oder so. Und ja, soviel zu den Aufbauten, richtig? Meint er, die Stühle werden auch dann in den Farben sein oder gibt es dann nur weiße? Das müssen wir erfragen. Ja, müssen wir abhören. Das können wir so nicht beantworten, genau. Wären weiße Stühle dann ein Problem? Ansonsten könnten wir auch fragen, ob es irgendwie Sitzbänke oder sowas gibt, die halt auch eher so ein bisschen rustikal gehalten sind. Eventuell könnten wir sonst sowas mal gucken. Ja, lieber das als weiße Stühle. Okay, dann nehmen wir das andere drauf. Vielleicht auch sowas, wie wir jetzt gerade hier haben, so Strandsitze, sag ich mal mehr. Ja, so Sitzlounges. Sonst auch in Ordnung? Wären sonst auch in Ordnung, ja. Okay. Okay. Jetzt hängt Sumi hier und auf die Frau zugegenauern. Habt ihr einen Fotografen für das, dass ihr Fotos habt von der Trauung? Ne, den haben wir bisher noch nicht. Wollt ihr euch dann darum kümmern oder wollen wir auch mal anfangen? Oder möchtet ihr überhaupt jemanden? Werd ich euch morgen schreiben. Okay. Ja, alles gut. Das ist, ja, stimmt. Das ist ein Punkt, den haben wir noch gar nicht besprochen gehabt. Habt ihr noch nicht drüber geredet? Nee. Okay. Dadurch, dass Billy im Moment so, ja, sporadisch da ist, sag ich mal, ist das halt alles gerade ein bisschen schwierig. Okay. Also mit dem DOL setzt ihr euch auseinander und ihr habt das alles schon, ähm, oder DOA und ihr habt das alles schon beantragt. Habt morgen das Trauergespräch und wir fragen dann vorher nochmal nach, ob alles glatt geht und ob die Leute dann da sind. Mit dem After Hours setzt ihr euch auch komplett auseinander, das heißt, da sind wir auch komplett raus aus der kompletten, ähm, Planung, was das betrifft. Und auch was den Hin- und den Rückweg betrifft, da kümmert ihr euch auch quasi selber drum. Richtig? Genau. Mögt ihr dann noch irgendwie, ähm, je nachdem, was halt das Ganze letztendlich dann kostet, irgendwie noch, ähm, für den Weg, der ist ja dann doch ein bisschen weiter zu dieser Landzone, möchtet ihr da noch irgendwie, dass wir da, keine Ahnung, so dekomäßig, was weiß ich, Laternenindustriell im Stil hinstellen oder sowas, damit die Leute wissen, dass sie da langlaufen müssen oder, ähm, irgendwie was in der Richtung vielleicht? Ja, so diese Feuertonnen vielleicht auch, ne, dass man so ein bisschen symbolisiert, wo sie lang müssen. Das ist eigentlich eine gute Idee, ja. Okay. Gut, habe ich auch mit aufgenommen. Jetzt gehe ich nochmal in die Liste von unserer letzten Hafte, dann guck mal, was wir da noch alles drin hatten, ob wir da noch irgendwas drin haben, was wir denken müssen. Ich habe auch mal kurz reingeschaut, das Einzige, was wir noch halt wissen müssen, wären halt so die, die Liedwahl. Wenn ihr jetzt vielleicht mal vom Gang zum Altar hin, dass wir dann da noch die Liedwunsch stehen haben, möchtet uns noch Bescheid sagen und was ihr euch danach so euch vorstellt. Das wäre jetzt das, was mir noch einfällt, aber das wolltest du ja noch abklären, wollt ihr noch absprechen. Genau. Und da müssen wir natürlich auch gucken, ob die Künstler das entsprechend vorbereiten können. Wobei ich sagen kann, wirklich, Bonnie ist da wirklich absolut fantastisch. Ich habe mal einen Geburtstag organisiert, für den hatte ich ein paar Liedwünsche, habe gesagt, wenn sie irgendwas davon kann, würde ich mich sehr darüber freuen. Und sie hat sich tatsächlich alles selber beigebracht innerhalb von zwei Tagen, damit sie das dann an dem Abend auch noch live vortragen kann. Also ja, da ist sehr vieles möglich und sie macht da auch sehr vieles möglich. Wenn ihr natürlich okay für euch ist. Falls nicht, gucken wir, dass wir den Anlass kriegen. Müssen wir eh mal gucken, weiß ja auch nicht, ob sie Zeit hat. Müssen wir einfach mal schauen, müssen wir einfach mal absprechen. Okay, nee, ansonsten haben wir soweit an alles gedacht. Alles ist mit drin. Gibt es irgendetwas, irgendwen, an den wir denken müssen, was wir jetzt noch nicht bedacht haben? Zum Beispiel für die Häppchenauswahl und so weiter und so fort. Habt ihr unter euren Freunden und unter den Gästen Vegetarier und Veganer? Ähm, Veganer? Nein, Vegetarier kann sein. Okay, für den Fall fahren wir das einfach mit ein. Ähm... Okay, Sekt und Alkoholfreies habe ich eingetragen. Für Vegetarier, was mit dabei, habe ich auch eingetragen. Habt ihr irgendwie irgendwelche speziellen Wünsche für den Sektempfang? Ansonsten, falls das nicht so ist, was Getränke betrifft, machen wir einfach das Übliche. Also wirklich klassisch Sekt, wir fragen dann an, wegen Spurmanter und so weiter und so fort. Ja. Okay, ist klar. Sehr unkompliziert, sehr einfach. Und für meistens eigentlich. Sehr schön. Hochzeitszorte und so weiter und so fort. Um sowas müssen wir uns auch überhaupt nicht kümmern. Das werdet ihr dann alles regeln mit dem After Hours, richtig? Genau. Okay, ja dann fällt mir jetzt tatsächlich nichts weiter ein. Und ich sehe auch nichts weiter. Sollte euch irgendetwas einfallen, ihr noch irgendwelche Fragen haben, irgendwelche Wünsche haben, sonst irgendetwas, könnt ihr natürlich jederzeit gerne anrufen. Entweder mich direkt privat oder unter der 9414 oder 9415. Irgendwo ist immer jemand von uns erreichbar. Ja, und dann sind wir hier jetzt soweit durch und ja, seid in die Trauzeige und möchtet ihr mich noch oder uns noch? Also gerade tatsächlich nicht. Ist gerade noch ein bisschen über vorne gewesen, glaube ich. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, wir stehen ja auch noch ganz am Anfang. Genau. Ja, das stimmt. Genau. Wenn ihr ungefähr einen Preis wisst, sagt ihr uns dann Bescheid, ne? Ja, genau. Wirst du das dann mit einkalkulieren können? Gibt es denn ein Limit nach oben hin, was es auf keinen Fall übertreffen darf? Inklusive Aufbau, inklusive unserer Arbeitsstunden, inklusive Catering. Ja, ich denke mal so 10.000, 15.000, auf keinen Fall mehr. Okay, das ist schon mal ein sehr gutes Budget, mit dem wir arbeiten können. Okay, dafür kriegt man auf jeden Fall was hin, also ist ein Feuerwerk auf jeden Fall schon mal raus. Weil das kostet nämlich 10.000 Dollar. Feuerwerk muss es auch nicht sein. Okay, das wäre nämlich sonst noch eine Frage gewesen, die ich gehabt hätte, aber das ist damit raus. Hat sich erledigt. Ja. Gut, dann sind wir tatsächlich an dieser Stelle soweit durch. Und falls ihr noch Fragen habt, kommt gerne auf uns zu. Und falls ihr noch irgendwie Feedback für uns habt, immer gerne auch. Ja, werden wir auf jeden Fall machen. Vielleicht, je nachdem, kommt morgen nochmal was auf, wenn Billy sich das dann alles von mir hat anhören lassen. Vielleicht hat sie da noch eine Frage oder so. Einfach durchrufen, genau. Genau, entweder einfach durchrufen oder falls, wie da erwarten, keiner von uns erreichbar sein sollte, zu dem Augenblick könnt ihr auch gerne einfach eine SMS schreiben. Und wir nehmen das dann so mit auf und schicken euch dann eine Bestätigungs-SMS zurück. Genau, ich kann ja auch noch kurz meine Nummer geben, falls Lani nicht erreichbar ist, dann könnt ihr mich auch anrufen. Ja. Das wäre 3 mal die 5, 3 5 6, 0 8 3. Und du warst, äh... Tom Bones. Sehr gut. Da habt ihr jetzt 4 Nummern, da sollte eigentlich immer eigentlich einer erreichbar sein. Das war mal die Leitstelle und unsere beiden Nummern. Mögt ihr noch was zu essen oder zu trinken? Hm, das ich nicht, danke. Ich auch nicht, danke schön. Okay. Ja, dann... ... sind wir tatsächlich durch. Sehr gut. Falls man einfällt, dann rufen wir einfach durch oder ihr ruft durch. Ja, machen wir auf jeden Fall. Kriegen wir hin. Gut, dann bringen wir euch mal runter. Okay. Okay. pour... ... Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha. Ha, ha. Hera spaziert? Hm. Ich muss eine Fia auf jeden Fall auf die Nase binden, die ärgert sich dann. Weswegen? Ja mit dem Leitern da hochklettern. Tja, sie wollte sich eigentlich nur wieder bei mir melden, aber okay. Ja, ich glaube die hängt noch im Jetlag drin. Ja, ich glaube auch. Okidoki, dann euch einen schönen Abend noch. Viel Spaß noch bei der weiteren Besprechung und sollte irgendwas sein, ruft gerne durch oder schreit dann. Ja, danke. Ja, danke euch auch, vielen Dank. Ja, immer gerne. Ciao. 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 Eieieieiei, ich fühle mich safe. Hm? Sie liebet mich killen. Wieso? Weshalb? Weshalb? Was hast du getan, Genie, was nicht okay ist? Ich hoffe, das ist für sie okay, dass ich jetzt dazu gesagt habe mit musikalischer Begleitung. Wieso meinst du, dass sie das nicht will? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, oder? Wir haben echt nicht drüber geredet gehabt. Ich dachte, ihr habt so viel über alles geredet. Ja, eigentlich schon. Aber über sowas nicht? Eigentlich schon. Ja. Ich bin natürlich gerade... Eieieieiei, okay. Ui. Da muss ich mich ja jetzt auch noch... Okay. Dann, ähm, ja. Schaue ich, dass ich mich demnächst mal mehr mit 4 auseinandersetze. Was treibst du jetzt? Gehst du jetzt wieder zurück in den Dienst? Ähm, ne, ich treffe mich gleich mit Klaas. Wir, ähm... Nein, Genie, äh... Ja, das, ne? Du warst ja gestern auch dabei und so. Und ähm... Wo war ich gestern dabei? Bei dem als, ähm, Viktor explizit unbedingt nach seinem Alter gefragt hat, Arizona, und so? Wie hat ihr denn da? 42? 43? Ja. Du bist vorgierig. Ja, ich weiß. Ja. Ja, aber es ist... Schwierig. Ich bin mir ein... Ja. Somi, soll ich dir mal was verraten? Hm? Rina ist irgendwas mit 40. Anfang 40. Edith ist... Äh... Lass mich jetzt nicht lügen. Irgendwas mit 70. Ja, ich weiß... Im Grunde ist es... Die beiden sind ein echt glückliches Paar. Ja, ich weiß. Im Grunde ist es ja auch kein Problem, würde ich sagen. Alter ist scheißegal. Ja, ich weiß nur nicht, was ich mir da manchmal vielleicht... Ich... Ja. Und außerdem sollte er Kohle machen, beerbst du ihn schneller. Toll. Das ist nicht meine Intention, wirklich nicht. Nein, es geht... Nein, es geht... ...mein Vater sein. So im Grunde, ne? Und ich weiß nicht, inwieweit das für mich dann vielleicht... ...doch irgendwie... ...probleme... Also nicht... Ja, aber er ist nicht dein Vater. Ja, ich weiß. Es ist Bullshit. Alter ist Bullshit. Sieht der aus, als wäre... ...wenn er schon dein Vater wäre? Nein. So. Man ist so alt, wie man sich fühlt und... Ey, ganz ehrlich... Alter ist in einer Beziehung scheißegal. Solange das alles... Ja, ich weiß. Ich hab halt nur Angst, dass mir irgendwie das... ...mein Kopf da dann irgendwann... ...komische Sachen sagt. Also im Grunde, dass... ...dein Kopf dir irgendwann sagt, er ist dir zu alt. Im Grunde ja. Gegenfrage. Hast du Schmetterlinge im Bauch, wenn du an ihn denkst? Was hab ich? Schmetterlinge im Bauch, wenn du an ihn denkst. Ein wenig. So. Weißt du, Sumi, du kannst nicht wissen, was passiert, wenn du es nicht versuchst. Ja, ich weiß. Und du kannst nicht wissen, ob das irgendwann mal ein Problem für dich ist, wenn du es nicht versuchst. Ja, ich weiß. Ich hab nur Angst, dass ich dann vielleicht irgendwie komisch ihm gegenüber werde und er halt nicht weiß, warum. Ja, aber dann rede doch so erst mal mit ihm. Das wäre... ...brich diese Punkte offen und ehrlich an und sag einfach ganz klar, jung, da ist was, aber ne... ...wir haben ja schon einen krassen Altersunterschied. Gut, das machst du jetzt vielleicht ein bisschen netter. ...ausgedrückt, als ich es jetzt gesagt habe. Du weißt, wie ich das meine. Ja. Und ansonsten ist alter Scheiß egal. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich hab ja auch... Es war mir im Grunde ja auch egal, sonst hätte ich ja nachgefragt. Das ist auch das, was ich mit Arizona schon hatte. So, sie hätte im Grunde schon nachgefragt, aber ich hab's halt einfach nicht für nötig angesehen, weil wir haben uns gut verstanden. Fertig. Ja, eben. Darum geht's doch. Wenn er 80 ist. Scheiß drauf. Ja, wie gesagt, ich hab nur Angst, dass da irgendwie irgendwas wieder hochkommt oder so. Wegen Todes. Bobi oder wie war's jetzt? Nein. In deinem Vater? Ja. Ah, okay. Kennt er die Geschichte von dir? Nein. Und deswegen will ich versuchen irgendwie ein bisschen... Ich weiß nicht, inwieweit ich's ansprechen möchte. Aber ich finde, er hat's irgendwie verdient, dass ich ihm da so ein bisschen... bisschen klarer drüber erzähle. Aber ich weiß halt nicht, wie. Mhm. Weil, wie gesagt, das ist es halt, was ich... Wo ich grad so ein bisschen bei mir halt ein eventuelles Problem sehe. Dass ich da halt vielleicht wirklich irgendwann... Dass mir da was hochkommt und ich das dann... Und er halt einfach im Grunde nicht weiß, warum. Weißt du, weil das will ich eigentlich verhindern. Ich will ihm ja nicht vor den Kopf stoßen. Mhm. Aber dafür muss ich halt erstmal den Mut zusammenfassen und ihm irgendwie... Das ist so ein bisschen... Ja. Schaffst du das alleine? Ich bin mir noch unsicher. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht inwieweit... Wie viel ich ihm erzählen will bisher. Wenn du mich irgendwie brauchst. Und wenn es nur als... Äh, Ginny, bleib einfach mal dabei. Sag aber nix. Dann sei einfach nur da. Dann ist das auch okay. Okay. Hm? Ja, danke. Wenn du willst, dass ich dich bei dem Gespräch unterstütze, mach ich das. Das ist lieb von dir, Ginny. Und wenn er dir so wichtig ist, ähm... Ja, er sollte es wissen. Ja, das bin ich halt auch der Meinung. Dann nicht, weil du ihm was schuldig bist, so wie du es gerade ausgedrückt hast. Sondern er muss wissen, warum du manchmal, äh, so reagierst, wie du reagierst. Ja. So nochmal nicht von 0 auf 0 auf 100 abschalten. Das geht halt nicht, klar. Ja, ich mein... Äh, deswegen... Er steckt ja bisher... Ist er ja auch schon so ein bisschen, dass er sich zurücknimmt. So... Weil er halt weiß, dass ich da so ein bisschen meine Zeit brauche. Das hab ich ihm ja schon gesagt. Er weiß halt nur nicht genau, warum. So... Und ich glaub, manchmal ist es halt ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht weiß, warum. Ja. Denk ihm rein Wein ein. Ich werd's versuchen. Ja. Wo ist denn Klaas? Der soll mal runterkommen hier. Ich glaub, der ist grad noch im Dienst. Ja, dann soll der Feierabend machen, der Typ. Ich hör immer nur von ihm. Du erzählst mir, was er so schreibt. Aber gesehen hab ich den Kerl immer noch nicht. Vielleicht ist er auch Gesichtskontrolle durchgefallen. Ich weiß es ja nicht. Gesichtskontrolle durchgefallen? Der hier? Ja, warte. Ich muss sowieso eigentlich mal auf Toilette. Das heißt, wir können eigentlich mal gleich kurz rüber. Ich muss auch aufs Klo, Sumi. Kannst mich da in die inneren rein. Also ganz ehrlich, warum habt ihr echt unten im Empfang kein Gästeklo? Wir haben ein Gästeklo jetzt. Ja, ihr habt da jetzt doch. Ja. Da kann ich dich gleich hinschieben. Du kam da nicht mehr alleine raus, bis die eine dann auch mal fertig war im Klo. Ja, das ist halt so das Ding. Aber wir haben jetzt ein Gästeklo. Also was heißt Gästeklo? So. Wollen wir rüber gehen? Kann ich dir zeigen. Ich hab halt grad gesehen, also er ist halt grad Leitstelle. Deswegen, ich glaub, das ist ein bisschen schwierig mit jetzt Feierabend machen. Gäste, Raumi. Ja, bin denn okay? Nee, Genie, bitte nicht. Guck mal, ich hab bestimmt deine Finger geschnitten, ne? Wieso? Was? Ja, wir müssen doch leider jetzt ein Glas. Ja, muss, muss ihm sagen. Musst hingehen. Aber er kann nicht, ich wollt grad sagen, er kann nicht operieren. Ähm. Warum? Genie, wir müssen hier rüber. Warum nicht? Weil... Weil er, wie gesagt, gerade Leitstelle macht. Wir müssen hier immer rüber! Rüber! Meine Güte, ey, Genie. Knuckelchen, ich kenn die Seite von dem... Was? Kennst du? Diese Seite hier vom Krankenhaus kenn ich nicht. Mhm. 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 Ja, hier können wir halt, bin ich der Meinung, auch reinlaufen. Oh, hier ist die Tiefgarage. Uhuhuhu. Uhuhu. Schnucki, Schnucki, komm, 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 komm. Ja. Oh, hier den Eingang, da war ich schon mal. Oh, links? Mhm. Ja. Kommst halt rein, wenn du mit dem Wagen kommst. Links, rechts, überall PD. Ah, okay. Und was macht Genie? Fährt mit dem Rappler durch, fährt über den Bordstein an den Krankenwagen. Hier lang! Um sich direkt vor den Eingang zu platzieren. Okay. Ich hatte ne verletzte Person an Bord. Ach, ja gut. Der bewusstlos war. Ja. Darfst du mich hier überhaupt mit reinnehmen? Hier ist dunkel. Ja, das ist ein Gäste, das ist die öffentliche Toilette hier. Tatsächlich. So, komm her. Ernst? Für die Gäste? Ist es dunkel? Ja, hier, komm. Kannst reingehen. Toilette. Ins Büro? Nicht ins Büro, ins Klo. Wir nicht. Genie! Ich wär mit dir auch ins Büro gegangen. Rrrr, Genie. So. Mal fix auf Toilette. Oh. Mal fix auf Toilette. Und jetzt. Voterspann. Stöhnen. Vielen Dank. 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 Das war aber dezent unangenehm, wo jetzt gerade sie Dean angesprochen hat. Mussten wir das Lachen sehr verkneifen. Ich, wo sie meinte, ach, das ist aber sehr schade, dass er nicht mehr auf der Insel ist. Ja, total schade, weil du ja nicht mehr so schade, weil du ja nicht vorher erwähnt hast, dass es dein Ex ist. Ja. Das ist total schade. Mensch, du, hör mal, ey. Ja, das ist so schade, 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 ich habe ihm schon angekündigt, dass du ihn kennenlernen willst. Just saying. Just sagen, du hast du, das ist eigentlich auch gar nicht mehr seit daqui a little Too estä mo overwhelme, oh, das ist so schade, das ist so schade, das ist so schade, das ist so schade, das ist so schade. Oh, das spür ich. So, Ginny, was willst du dir holen? Was gibt's denn Schönes? Weiß ich noch nicht. Oh, ein Stück Kuchen, Sumi, ja? Was denn für Kuchen? Ja, hier gibt's ganz viel Kuchen. Aber ich will nicht drei Stück Kuchen. Was soll ich denn mit drei Stück Kuchen? Äh, an deine Freunde verteilen? Die Schnurrer, ey. Oh, lecker. Soll ich dir mit einer Zuckerwatt kaufen? Nee. Nee. Du kannst ja auch zwei Stück Kuchen kaufen, Regenbogenkuchen. Nee. Soll ich Billy dann so eine Einhorn-Torte kaufen zur Hochzeit? Meinst du, da freut ich diese Kuchen? Ginny, habt ihr überhaupt schon drüber gesprochen, was ihr für Kuchen wollt? Nö. Ich hab nicht mit Hochzeitstorten geredet. Du machst mich echt ein bisschen fertig, Ginny, weißt du das? Ja. Weißt du das eigentlich, dass du mich echt fällst? Du sagst, ihr habt über alles geredet. Ja, haben wir auch. So mehr oder weniger. Mhm. Alles klar. Ich hol mir erstmal eine Coke. Eine Coke. Eine Coke. Eine Coke. Ich dachte, das ist eine E-Cola. So, was willst du denn jetzt für einen Kuchen, Mensch? Ja, weiß ich nicht. Was krieg ich denn für Kuchen? Werde ich. Ja, such's dir aus. Ich kann mir das doch selbst kaufen, Ginny. Nein, ich kauf jetzt Kuchen. Was nehmen wir dir denn? Weiß ich nicht. Was magst du für Kuchen? Ähm, ich mag eigentlich alles, was es hier gibt. Nimm mal den Cheesecake Marble Brownie. Das ist ein Brownie, aber ich möchte den haben. Cheesecake und so. Aha, okay. So. Jetzt steche ich auch noch Ansprüche. Mal was trinken. Zählt das als Bestechung, wenn wir Klaas jetzt auch ein Stück Kuchen hinlegen? Oh, unangenehm. Jetzt ist da leider eine Kollegin auch noch. Hä? Also nein, er geht gerade außer Dienst. Er geht gerade außer Dienst. Ach, schade. Das wäre echt, also Ginny, das wäre Bestechung. Wirklich. Also das dürfte er tatsächlich, glaube ich, gar nicht annehmen. Ginny, bitte versuch nicht so unangenehm zu sein. Okay. Also Arizonas erste Reaktion war schon, er ist blau. Er ist blau. Einfach blau. Und das war auch ein bisschen unangenehm. Frag ich dir, wie es ist. Auch gar nicht komisch. Achso, ja, ich habe es gerade im Augenwinkel gesehen. Blaue Haare. Nein, aber er hatte auch blaue Klamotten an komplett, deswegen. Ähm, es ist auch gar nicht unangenehm, dass wir hier stehen vor den anderen Kollegen. Gar nicht, Ginny, gar nicht. Soll ich dir eine Blume kaufen, Sumi? Wird es dann noch unangenehmer? Ey, dann kill ich dich, wirklich. Darf ich dir schon mal dein Stück Kuchen rüberreichen? Ja, gerne. Nervennahrung, hallelujah. Ja, noch nicht essen. Darf ich mir den wenigstens angucken? Nee. Nee? Du darfst auch nicht dran lecken oder dran riechen, ne? Aber ich möchte gern dran lecken. Also, das ist unangenehm. Was hat du denn für ein T-Shirt an? Hallo. Hi. Hallo. Nicht alles gut. Interessantes T-Shirt. Ja, das habe ich in der Wüste gefunden, ne? Das ist gerade alles unangenehm. Ich weiß auch nicht, warum. Wie, was ist es unangenehm? Ist doch nicht unangenehm? Ja, siehst du. Ich bin komisch drauf heute. Ich weiß auch nicht. Hier, bitteschön. Ja, ich bin komisch drauf, Ginny, ist klar. Oh. Ja. Oh. Dankeschön. Gerne. Darf ich den Kuchen jetzt essen? Bei drei. Ich nein. Scheiße, was? Wir können auch woanders hin. Aber echt. Ja, gerne. Wird ungenies bestehen bleiben. Ne, macht nen Vorschlag. Wir können uns auch direkt an die Rezeption stellen, hm? Ja, nein. Ja, nein. Nee. Nee. Nee, lieber nicht. Ähm. Ja, weiß ich nicht. Kann man hinfahren? Kann man sich hinsetzen? Ich weiß es nicht. Gibt es auch was da aus der Rasse? Also nicht so schön wie bei Paradise. Die war geil, ne? Wer? Wir sind Leitern hochgeklettert und alles. Oh, ich bin jetzt Tauzeugin. Mhm. Oha. Mhm. Ach stimmt, ja. Du heiratest ja, habe ich erfahren. Ja, genau. Mein Glückwunsch. Ja, danke. Ja. 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 Und ich weiß nicht, wo wir hinfahren können, sollen, tun, wie auch immer. Wie geht's einfach nochmal da hinten hin, wo unsere Motorräder sind? Das wäre gar nicht so schön, glaube ich. Du bist ja so weit gefahren aus der Tiefgarage. Ja, das wohne. Bei der Fahrt. Was? Ja, ich bin doch eben vorhin außer Dienst gegangen. Und ich dachte, Paradise wäre eine Straße weg. Und fahre aus der Tiefgarage und dann... Du weißt schon, dass die gleich gegenüber uns sind. Okay. Ne, ist nicht schlimm. Das habe ich ihr dann auch am Telefon gesagt. Ja. Ja. Wenn du öfters mal aus dem Fenster gucken würdest, würdest du es auch sehen, ne? Ja, dankeschön. Wenn da so ein großer AKW vor dem Laden steht, dann fällt es gleich auf, okay. Oh Mann. Nicht schlimm, was hier eben war. Ich bin halt ein bisschen verpeilt. Na dann, wo habt ihr eure Bikes? Ja, verpeilt euch. So weit muss ich laufen, okay. Ja. Okay, weil... Ja, so. Ich wollte keine Spritztur mit mir machen. Ich weiß auch nicht warum. Wohl an mir nicht. Ja, und sonst so? Habt ihr alles geklärt, was ihr geklären wolltet? Ja, Ginny. So ziemlich. Hast du alles geklärt? Hast du nur die Hälfte nicht nachgefragt, ne? Das stimmt überhaupt nicht. Oh Mann. Ich sag nicht, oh Mann. Doch, sag ich aber. Ich mein, wie kann man nicht drüber reden, ob man einen Fotografen oder Musik haben? Bitte dich. Na ja, Musik kann doch Mike machen, oder? Du hast ja da auch Connections. Aber es wird ja alles über Paradise geregelt. Wir haben über Musik geredet, aber das war halt alles bezüglich der Feier selber. Ja, aber... Na ja. Wer macht das der, der Konstantin? Oh, der Priester? Mhm. Ja. Boah. Ey, das zieht so hart nach. Woher die heiraten? Location? Ähm. Ähm. Heiraten selber an der Palito-Lanzung? Mhm. Oha. Was war das? Was galt... Wofür war das immer? Wenn du mal über die Straßen rennen würdest, hättest du das mitbekommen so. Verdammt! Entschuldigung! Wo stehst du? Ach, da vorne stehst du, okay. Nee, da hinten. Ja, ich... Du stehst da vorne? Nee, da hinten. Mhm. Okay. Ja, ich weiß auch nicht, wo Ginny vorne und hinten ist, also wirklich. Ich glaub, das müsste man nochmal üben, oder Ginny? Ja, vor allen Dingen, äh, so laufen. Oh, wenn ich mehr auf meinem Bike können, wir schlecht zu dritt sitzen, ne? Vielleicht können wir mal klären, wo wir dann hinwollen. Na, ich selber weiß nicht, weil mein Auto steht noch in der Tiefgarage, also... Ja, dann haben wir uns doch perfekt aufgezeigt. Mein Bike steht da, Sumis Bike steht da vorne und dein Auto steht da in der Tiefgarage. Passt doch. Ja, wir sind Profis, würde ich behaupten. Voll Profis. Ja, wenn, dann richtig. Ja. Oh Mann. Ja, aber Tatsache, wohin jetzt? Keine Ahnung. Weil irgendwo rumstehen ist halt auch so ein Semi, glaub ich. Du hast mir ja noch keine Antwort gegeben, Sumi. Ja, ähm... Ah! Weil ich mir, glaub ich selber noch nicht so sicher bin, tatsächlich. Soll ich dir in den Arsch treten? Du... Mir? Mhm. Wieso willst du... Okay. Soll ich weggehen, nicht? Ich weiß nicht, weil ich hier am Fehl am Platz bin. Also bei Genie ist das normal, die... Ja. Bitte? Aber das ist okay, Genie, mit deinem Gehirn, das ist in Ordnung. Ey! Wieso? Ja, Genie, warum? Was ist mit deinem Gehirn? Mit meinem Gehirn ist hoffentlich mittlerweile wieder alles in Ordnung. Wieso, was war? Mhm. Hirnschwellung am Freitag durchs Boxtraining. Okay. Ja, ja. MRT... Und hast du Dexter bekommen, ist richtig. Ja, genau, so hieß es halt Medikament. Und dir geht's wieder besser. Bitteschön. Das geht's auch wieder gut. Paracetamol hilft immer gegen alles. Ja, bin ich eigentlich auch so immer dafür. Paracetamol, Ibo-Kräfte immer so machen. Der Arzt, also ne, die Ärztin, die mich behandelt hat... Danke für die Zähne, das ist sehr erklärt. Wie geht es dir? Der die, ähm... Hier diesen, diesen... Ja. Wisch da ausgefüllt hat, wenn man die Tabletten kriegt. Rezept. Rezept. Wir haben alle von Paracetamol geredet, ne? Ja. Aber ich hab Ibuprofen gekriegt. Okay. Setz mir aber auch gerade nur auf, weil ich nicht alle genommen hab. Nee. Okay. Ich nehm keine Tabletten, wenn ich keine Kopfschmerzen mehr hab. Hast du dir vorher das Rezept angeguckt? Stand da Paracetamol drauf oder stand Ibuprofen drauf? Da stand meine ich Paracetamol drauf. Vor allem, weil die die ganze Zeit Paracetamol von geredet haben. Okay. Dann kann es natürlich sein, dass Paracetamol alle waren und... Aber es ist trotzdem nicht zu entschuldigen, weil du auch eine Unverträglichkeit haben könntest gegen Ibuprofen. Ja. Bam, bam, bam. Da wurde gar nicht nachgefragt. Bam, bam, bam. Oh mein Gott. Ja. Hab ich aber nicht. Na gut, ich meine, du hattest ein Gehirn-Ideem. Vielleicht haben sie schon danach gefragt und du warst so ein bisschen noch im... da ist man so ein bisschen eingetrübt vom Bewusstsein her. Das kann natürlich auch sein, dass es nicht mitbekommen ist. Aber das ist trotzdem nicht zu entschuldigen, dass die Leitstelle die Ibuprofen gegeben hat, obwohl Paracetamol auf dem Rezept steht. Oh oh. Ja. Ja. Na gut, hätten wir das jetzt auch in Lauf. Nein, ne? Schlimm. Ja. Fang da ja nicht an mit arbeiten, ey. Ich sag's dir. Definitiv nicht. Oh man. Na, Arizona. Ich weiß nicht, wie sind wir da rausgekommen? Ja, die kommt am Dienstag. Die, ähm... Dass die jetzt ins M, die will dich... Und ich bin ja Ausbilder. Hahaha. Nimm sie hart ran. Ja, ey. Wird erledigt. Okay. Ich brauch das. Ja. Denk ich auch. Nein. Haben wir jetzt eigentlich schon geklärt? Wo wir jetzt... Nein, haben wir nicht. Nee, also gut, hätte es sein können, dass ich irgendwie so eine Idee hätte oder so. Das ist nicht mitbekommen. Ja, ihr seid ja nicht mit der Sprache raus, die Frau. Ja, ich... Ich weiß es doch nicht. Boah ey. Tatsache ist erstmal... Lass mal jetzt einen Platz suchen, wo man überhaupt erstmal hingehen kann. Aber du bist gerade nur geil auf den Kuchen, Zoomi, ne? Ja, bin ich auch. Ich hab das auch. Ich hab das auch. Ich hab das auch. Ich hab das auch. Boah. Boah. Da drüben auf der anderen Straße sein ist eine Bank. Ja, die ist doch wunderschön. Neh mal die. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Ja, ne? Solange sie nicht anhalten und fragen nach Geld oder wie viel Geld wir bekommen sollen, keine Ahnung. Boah, darfst du auch in die Mitte, Zoomi. Oh, das ist aber toll. Ich setz mich doch gleich 100 pro E auf diese scheiß Trendinger hier. Wahrscheinlich. Ich kenn mich doch. Hast du sehr gut gemacht. Profi. Ja. Falls du es noch nicht wusstest. Kuchen. Oh ja, Kuchen. Kuchen. Will ich meinen. Mhm. Oh, ne Katschiges Cake. Die drei Teller von nebenan, ey. Boah, das T-Shirt ist echt hart. Das T-Shirt ist echt hart. Bei Zoomi war das vorhin ein bisschen unangenehm, dass ich auf die Knie gegangen bin. Sie hatte Angst, dass ihr das gesehen haben könntet. Ne, also Rick hat nur von oben gesagt, die sagten, guck mal hier, da winken welche. Und wir so, hä? Es war nur eine Person, die gewunken hat. Ja. Ich war es nicht. Du war es nicht. Dir war das peinlich, oder was? Ach komm, komm her auf. Denkst du, warum ich gewinkt habe? Es war auch ein wunderschöner Ort, Genie, um mich das zu fragen. Ich sag's dir. Ja. Ich hab so meine goldenen Momente. Ja, ich weiß. Hast du immer öfter, tatsächlich. Was soll das jetzt wieder heißen? Nichts, Genie. Ich mag dich, alles gut. Ich mag mich auch. Das ist schön. Und ich erst. Ich mag mich auch, ja. Das ist sehr wichtig. Mhm. Ich sitze mich an der Straße, das ist auch irgendwie. Saßt du in dieser Zeit, wo du hier schon auf der Insel bist? Einmal hier auf so einer Bank an der Straße? An der Straße? An der Straße direkt, nein. Und da siehst du? Ja, Premiere. Eben. Und das hat auch nur über ein Jahr gedauert, dass wir das mal machen, was so nicht. Ah ja, okay. Okay. Ja. Gut. Ich glaub, das ist jetzt auch nicht so ein herausragendes Ereignis, tatsächlich. Vor allem in der Bank, wo Maryweather Werbung drauf ist. Ja. Da direkt wieder ein Freier denkt, ne? Hm. Oh Mann ey. Apropos, äh, was heißt Apropos? Nein. Bevor ich das hier weiter mit mir rumschleppe. Bitteschön. Oha, mal schauen. Wie komm ich denn dazu? Ich hab, ich hab das echt Angst, das wieder in die Schublade zu. Tu es nicht in, also nicht in die Schublade. Nein, die komm ich ja gar nicht mal rein. Ich muss das echt, oh. Du musst am besten in den Kleiderschrank, also. Weil wenn du da nicht rankommst, ist sowieso vorbei. Ja, dann, okay. Und dann muss es mir nur noch passieren, weißt du, ich komm nicht mehr in meinen Kleiderschrank, weil das Schloss klemmt. Oh Gott, das ist... Und dann wache ich irgendwo mal auf und bin im Stadtpark, weil ich schlafgewandelt bin. Oh, oh, oh. Ne, da hab ich... Oh, 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 oh. Das können manche Menschen richtig gut. Ja. Ja, bei mir ist es bis jetzt einmal passiert, also... Nicht jetzt? Ja. Aber ich war zum Glück angezogen. Da hast du nochmal gefragt. Irgendwie, irgendwie hab ich's noch so hinbekommen, mich anzuziehen und dann dachte ich, okay, wo ich munter geworden bin, wieso bist du jetzt hier im Stadtpark? Hm. Nicht schlecht. Wir mussten John mal in seiner Unterhose vom Stadtpark abholen. Ich weiß gar nicht, wenn das passiert ist, ob das Rick schon mal passiert ist. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Nee, nee, mein dammlichen, besten Kumpel, den Kleiders, das passiert, der hatte sich im Gebüsch versteckt, weiß er. Ja. Hat John auch mal vorbeigelaufen. Dann ist so ein kleiner Pfixer da rausgerannt. Sir, kann ich Ihnen helfen? Nee, nee, gehen Sie weg. Oh nein. Das ist, glaube ich, ziemlich unangenehm. Oh ja. Mir ist das tatsächlich, also nicht in der Nacht passiert, aber da war ich arbeiten und irgendwie war ich ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube ich war geistig abwesend und bin dann mal eben von einer Farm in den Stadtpark gerannt. Ja. Wie ohne. Oder auch von, ich glaube, vom Friseursalon aus tatsächlich auch mal. Das ist schon so einen leichten Bewegungsdrang, ne? Ja. Bin ich auch ruhig, dass es nicht nur mir passiert, Mensch. Nee. Aber ich war wenigstens angezogen. Ja? Guck an, jetzt. Ja, Genie, nee, also, widme dich deinen Dingen, glaube ich. Ich widme mich meinen Dingen? Ja. Widme dich deinem Leben. Sehr schön. Ich fahre ja nicht nach Hause. Okay. Das hat mir gerade, du hast mir gerade das Herz gebrochen, Genie. Aber ist okay. Ja, das passiert ja öfters, ne? Du bist so neumel, ey. Ja. Ist okay, machst du mir. Ist okay. Ja, ist gut. Mhm. Das heißt, du legst dich wieder hin, oder wie? Ich hau mich jetzt zu Billy, ja klar. Ja, dann hau dich mal zu Billy. Okay, erzähl dir von deinen Planen. Mal gucken, vielleicht komm ich später nochmal oder so, ich weiß es noch nicht. Denk mal aber eher nicht. Naja, ist schon okay. Mach's mir gemütlich mit Billy. Entweder auf der Couch oder im Bett oder weiß ich nicht wo. Ja, wo ist mir eigentlich auch egal. Ja. Ja. Und du hast ja jetzt was zu bereden, das finde ich gut. Okay. Genie, war mir eine Ehre dich kennengelernt zu haben. Ja, ebenso. Jo. Ich schaue mal meinen 70 mal, irgendwann mal die Tage oder so. Oh, klar. Jo. Bist mal zusammen ins OP rumkommen oder so. Wenn ich es mal wieder ins OP schaffe. Ja. Mit dem GT ist ein bisschen enttäuscht. Was? 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 Ich habe gesagt, mit dem Flash GT sind wir auf alle Fälle schnell im OP. Ach so. Ja. Das stimmt. So, und was hast du gesagt, Genie? Bin schon schwer enttäuscht, habe ich gesagt. Ja, ich bin auch enttäuscht, aber gestern war ja nicht offen. Entschuldige, ich hatte eine Hirnschwellung. Ah, naja, okay. Ist angenommen. Du durfte nicht aufmachen. Ah, sehr gut. Ja. So. Bye, bye. Komm gut nach Hause. Ja, ja. Sei du mal mutig. Irgendwann klatsche ich dich weg. Warte, bist du das nächste Mal beim Boxen? Äh, weiß ich noch nicht. Genie. Kommt drauf an, wie nett ich noch diese Woche zu dir bin. Okay, tschüss. Ja, es ist eigentlich eine gute Entscheidung, ja. Ja, das war Genie. Oder das ist Genie. Ja, ist aber cool drauf, ne? Natürlich, meine Freunde sind alle cool drauf. Da hast du recht. Also, die sich bis jetzt kennengelernt haben auf alle Fälle. Ja, es sind auch eigentlich im, mehr oder weniger im Grunde die wichtigsten. Also, ja. Okay. Du wirst ja jetzt nicht in keinen mehr sonst, tatsächlich. Wo ich sagen muss, den musst du kennenlernen. Das glaube ich, nee. Okay. Aber Genie ist auch ein bisschen passiv-aggressiv manchmal. Ist okay. Jo. Das gehört halt dazu. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was wollen wir machen? Ähm. Ja. Sitzen wir uns irgendwo anders? Nicht unbedingt an den Straßenrand. Wollen wir gerne machen. Dann würde ich behaupten, gehen wir erstmal wieder Richtung MD, oder? Mhm. Ja, ich habe ja mein Auto noch in der Tiefgarage. Ja, deswegen, ja. Ich habe auch keine Ahnung, warum ich aus der Tiefgarage hier hochgefahren bin. Das macht keinen Sinn, aber ja. Ja. Mit so, mit zu deinem Bike heimfahren, oder? Mhm. Ja, ich denke mal. Okay. Also, du kannst ja mit dem Bike fahren, denn ich will meine Wulschspende. Also, mir ist das egal. Wir können auch eine Bike-Tour machen. Wie du magst. Mhm. Nee, ich glaube, ich bringe das mal nach Hause. Äh? Dann machen wir das so. Dann treffen wir uns bei dir. Okay, bis gleich. Jo. Ja. Oh Gott. Das macht mich verrückt, ne? Also, sorry. Also, alle anderen Shirts, okay. Aber das Shirt macht mich kirre. Ja. Oh Gott. Ich weiß. Ich weiß. Oke, ich habe nicht die crave. Ja. Da habe ich mich eher vor. Dann habe ich wieder zu mir. Ich bin damit vorbei. Da habe ich mir sofort, wenn du dich bist. Und dann habe ich próprio 많은 rüber. Ich bin damit. Da. Hey, es ist schon wieder so hart laggy ist, ne? Wir wollen ja nicht vor den Bus fahren. Wir wollen ja nicht vor den Bus fahren. Ja, Sumi. Schwierig, schwierig. Die Grafikkarte ist so hart ausgelastet gerade, ne? Das wird wahrscheinlich das Problem sein, warum das hier gerade alles drehen ist. Warum flirken ist. Das ist schon wieder so hart. Ich habe die Befürchtung, ich muss den Stream ausmachen und nur die Aufnahme starten. Beziehungsweise ich starte schon mal die Aufnahme und wenn das wirklich zu schlimm wird, dass mir das hier die ganze Zeit abkratzt oder so hart rumhackt, dann werde ich umswitchen, dass die Aufnahme, ähm, weiterläuft. Das ist schon wieder so hart. Ich bin schön, dass alle gut befinden. Das ist schon wieder so hart. Ich bin schön, dass alle berichten sollten. Ich bin schön glät Himmere Silber und Jägen sind. Ja, gehen dann teilen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ging aber fix. Was fühlst du dich denn an? Sicher, sicher. Oh, ähm. So, warte. So, ich... Jetzt, okay. Ähm... Wie wär's... Ähm... Kennst du den Ententeich? Den was? Okay. Ähm... Ist es da, wo Arizona wohnt da oben oder was an der Tankstelle? Nein, das ist nicht der Ententeich. Was ist bitte schön ein Ententeich? Guck mal auf die Karte. So, guck dir die Teiche sehen, was auch immer an und guck dir deren Form an. Kannst du dir denken, was sein soll? Also, was... Was soll, hätte, könnten... Ach, da oben an den Staudamm oder was? Hätte, könnten tun, tun, was? Ja. Ein Staudamm da oben. Das ist ein Staudamm, aber kein... Ja, da möchtest du hin? Ja. Ich denke, da kann man ganz schön sitzen. Ähm, Gucko Sumi. Weiß ich nicht. Da ist es mal. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir das. Warst du da noch nicht? Und dann mit der Impulenz bin ich mal rumgefahren, aber... Ja, gut. Ich fände echt wie so eine besenkte Saune. Oh man. Alles gut soweit? Ja. Und bei dir? Bis jetzt noch, ja. Bis jetzt noch? Ja, ich weiß ja jetzt nicht, was auf mich drauf zukommt. Ist im Grunde nichts Schlimmes, also... Ja. Mir hat er heute richtig Bock. Wie? Wie richtig Bock? Äh? Also auf unangenehm sein. Ja, ich glaube, du malst dir da jetzt einfach schlimmere Dinge aus, als wie es eigentlich im Endeffekt ist. Ich weiß es nicht. Wir haben mal sehen. Keine Ahnung. Also ich bin jetzt... Ja, ich lasse mich nur überraschen. Ich weiß es nicht, warum man dieses Shirt trägt. Genie, ich habe... Also Tina, ich habe keine Ahnung. Irgendwas wenigstens mal behandelt im MD. Ich? Äh... Heute tatsächlich gar nichts. Boah. Aber ich war auch nicht lange da. Ich glaube, anderthalb Stunden. Oho, okay. Ja. Weil ich tatsächlich den Termin ein bisschen verschlafen. Sie hatte gestern angesprochen. Ähm... Aber ja. Ich habe es ein bisschen verpeilt. Ich müsste so sehr lachen. Das war so unangenehm. Das war so unangenehm echt. Oder wolltest du unten hinten? Ähm... Also ich glaube, ich finde unten ganz schön, tatsächlich. Oder was sagst du? Egal. Genau. Hier. Ja, der von unten hin. Aber ich will da nicht drüber reden. Ich will das wirklich nicht. Also... Ach. Mir ist das so unangenehm Oozäne. Ich frage mich echt immer wieder, warum ich... Ich möchte dir zu schnell fahren, musst du sagen. Und alles gut. Kommst du darauf, dass du mir zu schnell fährst? Wollte ich nicht? Bist du ruhig? Nicht, dass ich hier so einen Angstgriff habe, weißt du? Nein, nein, nein. Ich glaube, ich... Ich weiß auch nicht. Ich versuche, glaube ich, einfach nur Worte in meinem Kopf schon zusammenzulegen. Irgendwie. Oh. Nein, oh Gott. Es hört sich schon wieder... Nein, 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 nein. Oh. Nein. Kann man hier drüber dann, oder was? Äh... Also nicht mit dem Auto, sondern... Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich kann man da runterlaufen. Ich weiß nur nicht, ob wir das Auto hinstellen können. Wir müssen reden, der Arme. Ja! Tut mir so leid. Aber es ist halt was, was er wissen muss, im Grunde. Es ist halt... Ach. Das war ein eleganter Rückwärtsgang, ja. Und langsam vor allen Dingen, oder? Mach das. In meinem vordersten Kofferraum, will ich meinen. Ich hoffe, die Tasche ist okay. So auch mit der Farbe. Ich dachte irgendwie... Grün? Ja. Grün passt eigentlich mega zum Honorary-Zug. Ha? Ja, es gab irgendwie kein besseres Grün. Grün ist geil. Na, da bin ich ja froh. Was bekommst du für die Tasche? Nichts, alles gut. Wie, nichts, alles gut? Ja, das, was ich gesagt habe. Nichts, alles gut. Ja, eine Umarmung. Okay, die würde ich akzeptieren. Oh. Hattest du schlechtes Gewissen, weil du gesagt hast, da bleibst du im MD oder so? Was? Wir freuen bei den Nachrichten. Ach so. Ich muss dir sagen, das ist im Endeffekt die Versammlung jetzt, dass es immer so kinderkacke ist. Ja, hm. Ich bin kitschig, ich bin kitschig, ja. I know. I'm sorry. Ja, hm. Nicht schlecht. Ich weiß, ich bin... Ich habe mit vielen Antworten gerechnet, aber mit, ähm, hm, jetzt nicht unbedingt... Ich bin wieder sehr wortgewandt, ich weiß, ja. Ich weiß auch, mit Wörtern kann ich sehr gut umgehen. Ja, ja. Du redest ja auch wie ein Wasserfall. Mann. Aber heute Morgen habe ich mich echt viel mit der Gesunde unterhalten. Also, wie gesagt, manchmal geht's. Ja, schön. Es tut mir leid. Ach so, die kann man wegschieben. Okay, musst du hier ziehen. Machtest du die im Endeffekt, oder? Ja, manche. Weißt du? Das macht die jetzt alle hier. Vielleicht haben wir in der Auto weiterfahren können. Wäre noch gar nicht aufgefallen, ne? Warte? Bisschen Bewegung schadet auch nicht. Bist du eigentlich heute zum Joggen gekommen? Ja, so zwischendrin, so ein bisschen, ja. Zwischendrin ein bisschen. Ja, ich habe es mir mittlerweile angewöhnt, so, weißt du, so auf den Ohrstöpsel einfach drauf und dann wird das schon. Ja, ja, ich verstehe. Oh, nee. Oh, Leute, ich... Also ist der Ententeich ein Enten-Staudamm? Gut. Ja, wenn du es so willst, ja. Mach mich fertig. Ihr macht mich einfach fertig. Wieso hast du eigentlich so geschmunzelt wegen meinem T-Shirt? Ähm... Ähm... Ich habe dir gesagt, ich habe spezielle Klamotten. Ja, 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 ich weiß. Es ist, ähm... Das T-Shirt ist nur, ähm... Ist jetzt eine Nummer zu krass, oder was? Eher so ein bisschen. Echt jetzt? Ey. Aber es ist, es ist okay. Es ist, äh... Es bist du. Ja, ich könnte auch ausziehen, wenn es die Störle ist. Oh, Mann. Jetzt fang ich mich an zu grunzen und so ein Scheiß. Scheiß, ey. Hier? Tja. Tja. Nicht? Nee, bei mir aus. Okay. Und hier aus. Hat sich so gezwungen an? Nein. Das ist echt, also teilweise ist das echt schlimm. Ja, ähm... Ähm... Wo soll ich anfangen? Wir waren schon mal bei sowas. Und dann habe ich gesagt, natürlich am Anfang. Eine Info am Rande. Die hatte ich für gut befunden. Okay. Weiß ich auch. Okay. Ja, also, ähm... Meinst du, habe ich jetzt so ein halbes Prüfsiegel, oder was? Und wenn jetzt noch Arizona mich für gut befindet... Ja, also hat sie tatsächlich auch. Okay. Scheiße. Also es war jetzt nur spekuliert, ne? Davon abgesehen. Ich wollte es dir nur mitteilen, weil du, ähm... Ja, damit angefangen hattest. Okay. Also, ähm... Ja. Wie gesagt. Da du dir Gedanken gemacht hast darüber, dass die es nicht für gut finden könnten... Nein. Also, das ist definitiv nicht der Fall. Okay. Ist halt, ähm... Ich würde behaupten, ich hatte ja gesagt, dass ich im Grunde ungern über meine Vergangenheit rede. Das ist so richtig. Ähm... Und das hat halt irgendwie auch was damit zu tun, tatsächlich jetzt. Das, ähm... Ja, ich... Fangen wir einfach mal, ähm... Fangen wir da an. Sagen wir einfach mal, ich bin hier und es hat sehr viel Überwindung für mich gekostet und es war ein sehr großer Aufwand. Weil im Grunde keiner weiß, dass ich hier bin. Beziehungsweise keiner wusste, dass ich hier bin. Das ist nochmal... Auf dieser Insel. Okay, okay. Ähm... Ja, und es soll, beziehungsweise darf, halt auch eigentlich keiner wissen. Ähm... Da ist nochmal so ein anderes Thema, aber... Ähm... Ähm... Okay, also kriege ich jetzt nur ein Stück von dem ganzen Kuchen mit, oder? Ja, also ich... Um das andere Stück zu verstehen, muss erst einmal das Hauptstück stehen, glaube ich. Okay. Und das Hauptstück ist tatsächlich der größere Brocken. Ähm... Weil, ja, also ich habe tatsächlich nicht so eine gute Beziehung mit meinen Eltern, was man wahrscheinlich schon denken konnte jetzt. Ähm... Es liegt einfach da dran, wie gesagt, ich, ähm... Wir hatten eine sehr große Firma, oder haben eine sehr große Firma. Ähm... Ja... Ja, ich war als Kind halt viel unterwegs mit meinen Eltern, Firmen, Treffen und alles. Und, ähm... Mein Vater war da so ein bisschen... Es gab da so... Beziehungsweise... Ach, weiß nicht, wie ich das... Sagen wir, seine Beziehung zu mir war ein bisschen... Nicht so, wie es gehört. Ah, okay. Alles klar. Wow. Wow. Okay. 4. Ja, ich... Ja, das sind so Situationen... Das... Wow. Okay. Ja, und es... Hat sich tatsächlich nicht nur auf meinen Vater beschränkt, sondern irgendwann halt auch ein bisschen ausgeweitet. Und dementsprechend bin ich da halt, ähm... Habe ich's da schwer? Gepranktmarkt, ja. Das verstehe ich. Das geht gar nicht, ey. Hast du schon mal mit Freunden drüber gesprochen? Ich hab mit Genie und Arizona drüber geredet. Ja. Und ja, im Grunde mit meinem Ex, der dann, wie gesagt, ein paar Wochen später halt ausgereist ist. Okay. Also ich glaube, dementsprechend kannst du dir vorstellen, dass das nicht gerade leicht für mich ist? Definitiv. Und das rechne ich dir auch sehr hoch an, dass du da drüber redest. Ich sag mal, gerade mit mir, also, weil... Jetzt, äh... So lange kennen wir uns ja auch nicht, ne? Ich find's schon mega, dass du diesen Schritt machst. Ich find halt einfach, du solltest das wissen, damit... Ich weiß nicht, dass du mich da vielleicht ein Stück weit verstehen kannst, in manchen Situationen. Ich mach's ja auch wirklich nicht mit Absicht, also... Ja, alles klar. Ne, versteh ich. Wahnsinn. Jetzt kann man manche so besser deuten, was du? Ja. Das ist halt so. Ja, und das war im Grunde, ja, das größte Stück jetzt. Keinere Übel kommt jetzt tatsächlich noch. Ich hatte ja gesagt, dass ich, ähm... Tatsächlich manchmal noch in der Firma so ein bisschen mittätig bin. Ähm... Es kommt im Grunde daher, ähm... Dass, seitdem ich weg bin, ähm... Musste logischerweise jemand in der Firma meinen Platz einnehmen. Also vom Arbeitstechnischen her, ähm... Und derjenige hat mich halt aufgespürt. Ähm... Ich weiß nicht wie. Aber er hat's. Und, ähm... Ja... Er hat halt gesagt, ich soll ihm helfen. Oder es könnte halt ein bisschen schwierig für mich werden, sagen wir so. Und dementsprechend helfe ich ihm da halt immer mal wieder. Ja. Das ist, ähm... Die Lage hat sich tatsächlich zum Glück auch ein bisschen entspannt. Ähm... Er ist jetzt mehr oder weniger der Einzige, der weiß, dass ich hier bin. Aber er erpresst sich oder was. Ja, in der Hinsicht, dass er das dann den Eltern erzähl. Wo du bist. Im Grunde, ja. Aber ich hab das alles im Griff. Das ist keine Sorge. Na ja, also richtig im Griff. Boah. Wüsste ich jetzt nicht. Wenn ich mich jedes Mal rumdrehen würde, dann würde dieserjenige welcher hinter mir stehen. Dann würde mich wieder irgendwas zwingen. Also das ist... Also ich könnte nachts nicht ruhig schläft. Da wöhnt man sich dran. Okay. Ja, es gibt halt Situationen, die kann man nicht groß ändern. Dementsprechend... Irgendwie muss man sich damit abwinden. Und... Ja. Ja, und momentan eine Aussicht in Sicht oder sowas? Das auch nicht. Nicht so wirklich. Okay. Okay. Ist jetzt die Musik ausgegangen? Ja, Freunde. Hm. Ja. Ja. Aber deswegen jetzt weißt du auch, warum Arizona da vielleicht ein bisschen geschluckt hat. Weil sie da auch tatsächlich dran denken musste. Und ähm... Ja. Ja. Da auch so ein bisschen... Ja. Sich halt gefragt hat, was da... Was da vielleicht in meinem Kopf vorgeht. In deinem Kopf vorgeht? In welcher Hinsicht? In der Hinsicht, ob... Ja, ob ich damit klarkomme, ob das irgendwie... Ich weiß ja im Grunde selber nicht, ob das vielleicht irgendwie für mich für Probleme sorgen könnte in meinem Kopf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, dass ich da irgendwie... Ja, irgendwelche... Dass irgendwelche Erinnerungen hochkommen, oder ich... Ja. Ich glaube tatsächlich, dass... Das ziemlich schlimm für mich wäre. Ja. Naja, sowas kann man halt von... Von heute auf morgen halt nicht abstellen, ne? Das ist... Dass du bist halt gebrannt mag. Das wird dir immer und immer wieder passieren. In gewissen Situationen, wo du getriggert wirst. Das ist halt dann so. Ja. Und man muss halt schauen, wie man damit umgehen kann. Das ist es halt. Ja. Wobei ich halt in einigen Sachen schon wirklich der Meinung bin, ich habe es gut im Griff. Aber... Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich das entwickelt. Ja... Ich würde sagen, das kann man im Grunde halt auch nicht voraussagen. Ja. 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 Ja, du musst halt nur sagen, wenn ich dir in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Du bist auf alle Fälle nicht allein. Ja, danke. Ich muss halt einfach... Es ist mir halt einfach wichtig, dass du dahingehend halt, wie gesagt, Bescheid weißt. Weil ich will dir ja auch wirklich nicht vor den Kopf stoßen, vielleicht mit irgendwas... Ach, gar nix. Ja, ich finde es halt super von dir, dass du jetzt so aufrichtig bist zu mir und dass du mir das halt sagst, was bei dir da halt vorgefallen ist und wie momentan deine Situation ist. Ich finde einfach, dass es wichtig ist. Ich bin klar, also... Für mich ging das jetzt alles ein bisschen schnell. Aber irgendwie, irgendwann hätte ich die sowieso zusammenfassen müssen. Ja, aber für mich ist es halt jetzt... Kann man das sagen? Für mich ist es einsichtiger, jetzt, wenn du in manchen Situationen halt so reagierst, was ich dann von dir nicht erwartet hätte. Wo ich aber das jetzt schon weiß. Aber da, wir haben bei mir halt dann ein Fragezeichen gewesen, wo ich sage, okay, Klaas, was hast du jetzt schon wieder verkehrt gemacht, ne? Ja, und genau das möchte ich halt. Ich will nicht, dass du dich dann irgendwie... Dass du dich fragst, ob du irgendwas falsch gemacht hast, weil im Grunde... Ist es dann ja nicht ganz so dein Fehler? Sondern es liegt dann in dem Fall halt wirklich irgendwie an mir, dass ich da irgendwie Probleme halt habe. Dieses Problem ist nicht dein Problem. Und du hast dieses Problem auch nicht verursacht. Hat ein ganz anderer. Jetzt kann ich dir ja verstehen, warum du so an Genie und an Arizona hängst, ne? Weil ich denke mal, du bist ihr kleines Küken, was sie beschützen wollen. Ja, die beiden sind meine Familie hier. Ja, ich finde es halt cool, dass man so eine Freundin hat, die auf einen aufpassen, ne? Ja, ich bin auch wirklich unendlich dankbar. Ich weiß nicht, wo ich ohne sie wäre tatsächlich. Also momentan haben sie alles richtig gemacht. Ja? Ja, klar. Wobei, wie gesagt, wer weiß, wo du jetzt wärst, wenn sie nicht wären. Das stimmt, ja. Dann würde ich auf jeden Fall nicht hier sitzen. Ne, dann würde ich hier alleine sitzen, denke ich mal. Ja, tatsächlich hat Genie mir gerade eben auch nochmal gut zugesprochen. Deswegen hatte ich das gerade eben so betont, von wegen, dass sie, ähm, dass sie im Grunde gesagt hat, ja, mach's. Okay. Naja, es ist halt für mich wirklich nicht einfach. Definitiv, definitiv. Also, wie gesagt, das kann ich jetzt, ähm, kann jetzt nicht so sagen, dass ich verstehe, wie es dir geht. Also, ich kann, würde es fühlen, dass es dir in der Hinsicht richtig scheiße geht. Aber, wie gesagt, von meiner Hinsicht aus, ist ja, ich hatte halt immer eine super Kindheit, ne. Bei mir war sowas, äh, nie irgendwo, wo ich hätte sagen müssen, da wäre jetzt irgendwas, wo ich sage, meine Eltern sind so scheiße. Ja. Also, ich hatte wirklich ein gutes Elternhaus. Deswegen, also, super, dass du mir das sagst. ich selber so, ich kann mir vorstellen, dass es für dich mega, wirklich mega schrecklich ist. Und für mich ist, wenn ich ehrlich bin, sowas auch, äh, Neuland, sag ich mal, ähm, muss meine Worte bedacht werden. Was aber, ich habe dann Angst, dass ich dich halt verliere. Weil ich, äh, so eine Situation halt noch nie hatte. Das ist halt, ja. Was für mich halt auch sehr schwierig war, war einfach, ähm, dieses nach außen hin, ähm, sollte halt alles in Ordnung scheinen. Dementsprechend, ähm, ja, ist es halt auch immer noch so in mir drin, dass nach außen hin immer alles gut und perfekt scheinen soll. Masumi, man muss auch mal einfach loslassen. Man muss auch mal, das muss nicht, das ganze Leben muss nicht perfekt sein. Und der erste Schritt, finde ich, dass du ja jetzt in kürzester Zeit mit mir darüber gesprochen hast, ist, ist halt der richtige Weg, Ja. Ja. ich versuchte tatsächlich auch stets und ständig irgendwie mit zu arbeiten dass ich da stück für stück irgendwie von loskommen ich finde tatsächlich bisher ist es recht gut gelungen ja ich muss schon sagen also wo ich dich kennen dann durfte also bis dahin hast du das gar nicht so nach außen getragen wie gesagt ich habe jahrelange übung da drin das nach außen hin alles gut scheinen zu lassen ciao ja aber wie gesagt wenn du wenn du hilfe brauchst sag bescheid ja ich versuche es kann es tatsächlich nicht versprechen mach da tatsächlich immer sehr viel mit mir selber aus oder versuche es ja alles ja okay aber du musst es nicht alles selber so mit dir ausmachen und deswegen wenn dir einfach mal danach ist wo du sagst ich habe jetzt einfach mal ich will einfach noch mal drüber reden sag es mir dann wollen wir zum ententeich setzt uns hierher und wir reden drüber ich haben hier ich 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 jetzt bin ich halt in so einer situation wo ich überlege muss was ich zu dir sagen nicht das ist irgendwie das ist falsch aufnimmst du so macht dir nicht zu viele gedanken du bist mir halt wichtig geworden was ja weiß wie sehr man dinge zu denken kann das ist nicht gut nur was sagen willst du sag es klar aus okay jetzt bricht durcheinander was willst du jetzt von mir hören oder meinst du jetzt irgendwann mal wenn mir irgendwas einfällt oder ich weiß jetzt nicht jetzt habe ich den varten verloren mein allgemein dass du da jetzt nicht nicht zu vorsichtig sein sollte nicht dass du jedes mal denkst dass du irgendwas kaputt machst weißt du ich muss ja und damit habe ich die stimmung gekonnt runtergezogen ja ja gut ist jetzt auch keine stimmung wo man drüber lachen könnte war oder ist halt so das war ein ernstes thema und war es zu ernst weil ich habe mit vielen gerechnet und du mir das gesagt hast dass dass du mit mir reden willst ja aber damit habe ich absolut nicht gerechnet ja wie gesagt meistens kommt das immer schlimmer rüber als es ist wenn ich sage ich will mit jemandem reden beziehungsweise mal hat man sich da glaube ich immer ganz schlimme dinge aus was einen betrifft aber oh ja ja aber deswegen habe ich gesagt du sollst dir da wirklich keinen kopf machen weil wie gesagt im grunde ist es es ist für dich nicht schlimm also ja es ist halt einfach eine sache die mich da halt betrifft ich halt einfach wollte dass du bescheid weißt die jetzt dich betrifft oder uns betrifft ja im grunde uns wir kriegen das hin wird zwar immer irgendwas übrig bleiben aber wir kriegen das schon hin ich hoffe es wenn ich boxe mir einfach einen ins gesicht jetzt wo du boxen kannst auf schuppen stehe ich nicht so weiße nicht nee muss auch darfst du mich auch mal boxen das möchte ich gar nicht möchte dir nicht wehtun und ich will dir nicht wehtun das tust du nicht ich will überhaupt nicht bin da hart im nehmen ich weiß nicht bis jetzt war ich noch recht standhaft aber ich freue mich schon dass Arizona anfangen will wird glaube ich ziemlich interessant ja ich also eins muss ich dir mal so schon so sagen ich tankstelle so hallo man in blau aber wir haben uns ja wie gesagt gut unterhalten ja und also ich habe auch einen sehr guten Eindruck von ihr das kann ich auch noch so weitergeben weil sie das ja auch von von mir jetzt hat aber die hat eine richtig coole Art an sich das was ich da mitbekommen habe aber im MD wird sie bestimmt nicht ganz so Zuspruch finden mit ihrer Art also ja ich sag es mal so ich denke mal ich werde mit ihr noch mal so vier Augen Gespräch oder mit dir sechs Augen Gespräch dass ich ihr das einfach mal ich weiß das ist ihre Art und ich finde es auch privat okay aber man muss halt dann gucken dass man sonst kriegt sie mega ich denke mal also wenn sie auf einen von der Verwaltung trifft dann hätte ich jetzt Angst um sie dass sie dann die drei Wochen nicht übersteht weißt du ja aber ich glaube das ist ihr tatsächlich auch schon so ein bisschen bewusst also hoffe ich zu mir das hatte ich auch schon so ein bisschen das ist gut aber ich würde behaupten ja man sieht dann was draus wird ne ach ich denke mal schon ich bin tatsächlich nur sehr begeistert dass sie jetzt wirklich den Schritt wagen will ja ja du hast jetzt zu mir gesagt sie war noch ein bisschen hin und her gerissen aber weißt du wie das dann war da kam sie zu mir ich hatte ja wie immer mal Leitstelle ja und sagt so zu mir ja ich suche den Herrn Anderson ob der im Dienst ist und ich so ähm 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 da würde ich nicht sagen und sie gleich interne aber ihre Art halt ne ja und ich sage ja na was mach ich denn jetzt und ich so warte mal die Stimme diese Art und Weise ich sage Harry so na bist du das ja Mensch klar weißt du und dann ging es halt los und dann ja ähm ja Herr Anderson ist im ähm beim Boxen und sie so ah danke weißt du aber nein sie ist nicht gleich gegangen weißt du und dann kam Arizona und gleich gehen das kannst du dir abschminken ja das haben wir ja im Eddies mitbekommen wo du gesagt hast sie wollte schon vor einer halben Stunde gehen und nach anderthalb Stunden stand sie immer noch da ne wie gesagt unsere Telefonate sind auch ähm sie hat bestimmt eine halbe Stunde vorher gesagt das hab ich heute mitbekommen sie hat eine halbe Stunde vorher gesagt ja ich mach mich dann auch mal langsam auf den Weg in die Wohnung und dann ging es weiter und weiter und weiter ich hab es mitgekriegt ich hab dann immer so zwischendurch versucht wo ist ein B, B, B ich sag okay na der wird sie ja telefonieren und da hab ich so auf die Uhr geschaut und dachte okay ich bin ja nach Arizona zu sein weil sie wollte ja aus äh irgendwann späten Abend oder so ne weißt du oder ja um 5 Uhr hatte sie irgendwie gesagt eigentlich genau dachte ich ja gut äh ja da haben wir ja weiter geschrieben das find ich ja faszinierend also du telefonierst und schreibst weiter gleichzeitig mit mir Nachrichten ich hab mir Mühe gegeben Multitasking fähig wo sie gesagt okay ich hab mir Mühe gegeben ich musste sie ab und an unterbrechen und sag warte mal eben ähm beziehungsweise ich musste dann auch mal nachfragen ähm was hattest du grad gesagt manchmal klappt es gut manchmal weniger ja und nach 10 Minuten dachte ich gut komm rufst du nochmal dö 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 okay das ist dann definitiv Arizona ach das hast du denn schon selber festgestellt ja 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 alles gut deswegen ich hab's glaube ich nur zweimal probiert dachte ich komm alles gut ja wir beide zusammen ist sowieso so ein ja ich glaub das ist gewöhnungsbedürftig was die Kombination von uns beiden manchmal also von Arizona und mir mhm aber das fühl ich ja dass wenn Rickman mit dabei ist oh also ich sag mal entweder lieben sie sich oder sie hassen sich weißt du wie ich weißt du wie ich mein ja dieses entweder es funktioniert oder die dissen sich so dermaßen gegenseitig ja aber das eskaliert total ja das genau ne das hab ich aber tatsächlich häufig wenn ähm Arizona irgendwen trifft das ist immer so ein so ein Glücksspiel ob ähm wenn die Person halt auch so ein bisschen so ist ob das dann eskaliert oder halt eben nicht vor allem wenn man die Person nicht so gut kennt hm der Mann im Blau er ist blau er ist blau ja ne gut ne es ist ein bisschen weiß war ja auch dabei oh oh shit ja das ist Arizona definitiv heute ging man ich drehe durch ich drehe durch äh warte mal ich will was ich will was schauen dann schau du mal ja okay ist ja gut was haben wir heute also für was für einen wochentag ja sonntag ne ja oh mein Gott du bist immer noch hier Montag Mittwochentag von 20 bis 23 Uhr was für Öffnungszeiten liest du mir grad vor Hanni Steiner wollen wir hinfahren ich hab echt Bock auf den Burger tatsächlich sehr gerne ich ähm war da tatsächlich noch nie nein oh nein wie lange bist du auf der Insel ja du es gibt so Dinge ähm die hab ich irgendwie nie geschafft und das war so eine Sache Restaurants ist bei mir echt ein bisschen untergegangen leider ja ja ich war glaube ich an dieser komischen Pizzeria ne wie heißt das Piazza Rosa ja das ist für mich wie gesagt immer eine Pizzeria da waren wir tatsächlich gestern auch ach okay mhm da arbeitet ein Freund von uns deswegen und Pizza gibt's ja da auch nicht ne nein aber Ginny wollte tatsächlich auch für ihre Hochzeit bestellen die da auch essen okay wann ist denn die Hochzeit eigentlich mhm oh Gott warte am 9.7 also offizielle Einladung kommt noch am 9.7 ja okay wieso nö ist da irgendwas ja ich hab ne ich Post bekommen vor meiner Cousine vom Festland ob ich am 9.7 zu ihrer Hochzeit kommen kann ist das geil ähm okay ja schade okay wieso schade naja sonst hätte ich dich tatsächlich gefragt ob du wieder hingehen möchtest das ist ja bestimmt abends oder um 17 Uhr 17 Uhr also die Trauung die Trauung fängt um 17 Uhr an ja boah ich glaub das könnte ich sogar darf ich das weiß ich nicht macht dir keinen Stress ja naja ich schau mal na gut ich hab ja offiziell noch keine Einladung bekommen auch nicht von meiner besseren Hälfte ja ich kann dazu nur sagen ich hab offiziell auch noch keine Einladung ich muss mal schnell eine Nachricht schreiben du hast gerade Essen ich hab's gerade Essen ohje okay ich hab's lecker und falls ich's noch nicht gesagt hab man sieht sich Tienchen ruselig dass du da warst aber hey oh man ey das Gespräch ist es echt schwierig gewesen so so ja mal gucken wenn ich jetzt heute oder morgen die Antwort bekomme Entschuldigung und das ist das die Geschichte schon leisten und das funktioniert und wir haben das mit dir das aus was ich dir versprochen hab was du denk ich mal ich sag mal nicht zu 100% weil darüber hast du eigentlich noch nicht erzählt aber zu 90% noch nie auf der Insel gemacht hast du verwirrst mich gerade schon wieder sehr ich weiß ich bin gut und liebe Grüße an deine Frau das was ich dir versprochen hab mir gerade eingefallen das was du mir versprochen hast was du nicht weiter erwähnt hast ja ja eben um dich richtig um dich richtig neugierig zu machen was ich glaub dafür braucht's tatsächlich auch nicht viel hey ja ich bin manchmal ein sehr neugieriger Mensch ja das gehört ja auch zum Leben dazu ne ja ja also ich bin ich würde sagen ich bin auch neugierig aber nicht so neugierig wie du also nicht so neugierig wie ich also hast du schon das Gefühl dass ich sehr neugierig bin ich denke mal schon also mich wundert es jetzt schon dass du nicht auf und abläufst und überlegst was es sein könnte vielleicht tue ich das in meinem Kopf schon ah ok wie gesagt ich mache viel in meinem Kopf aus aber wie gesagt auch für dich lass es ruhig raus du bist es nicht in dich rein ja ich ich geb mir da schon Mühe ja genau es ist halt nur auch immer wieder dieses Problem bei mir mit den passenden Wörtern halt dann einfach finden irgendwie ja deswegen hast du ja auch neben dir den Erklärbärsitz oder so wenn ich dann manchmal schon denke und dann ach das wollte sie jetzt bestimmt sagen ja so bitte Dankeschön wird hier richtig gut versorgt ja also Essen und Trinken habe ich auch noch irgendwo irgendwo weiß ich jetzt nicht naja alles gut mit Essen und Trinken bin ich tatsächlich auch noch versorgt lass mich raten Tee unter anderem ach du musst mir unbedingt beibringen wie du Tee kochst gerne wir müssten das mal einkaufen da gibt es ja so viel einzukaufen für ja also trocknen muss ich die jetzt nicht oder was nein die kriegst du fertig so fertig getrocknet die also bereit dass du halt einfach im Grunde nur noch das Wasser drüber kippen musst so ich dachte ich muss das noch irgendwie klein hacken oder sowas nee nee du fischest ja sowieso wieder raus also du kannst es natürlich auch drin lassen aber ich würde es nicht empfehlen weil je nachdem es dürfte auch nicht zu lang ziehen weil sonst wird es bitter da renne ich dann auch im MD mit einem Tässchen rum weißt du ach man das fühle ich ja der Tee muss halt immer dabei sein wenn er nicht dabei ist dann könnte es ungemütlich werden ja das schlimm ist halt bei mir es ist halt immer Energy ich weiß nicht warum aber es ist halt eigentlich nicht gut jetzt fange ich ja schon an ne und ja ich nehme ja ab und zu mal Wasser und am wann war das Dienstag glaube ne war da immer Salatag aber warte mal du trinkst sonst wirklich wenn du Durst hast auch einfach Energy ich pfeife mir das Zeug rein wie das blanke Zeug das ist echt schlimm ach ja deswegen will ich jetzt mal andere Geschmacksrichtungen ausprobieren was dann so ein so einen Saft aus der Packung trinken finde ich dann schon ein bisschen eklig findest du eklig das sieht ja ein bisschen komisch aus weißt du wenn ich jetzt ansetze und trinken Saft aus der Packung du weißt schon dass du dir die Packung also dass du dir das auch abfüllen kannst nö ich hab das war da gar nicht probiert weißt du das lach nicht ist so hast du dann immer die ganze Packung auch direkt ausgetrunken ja aber hast du ja für den ganzen Tag dann bedient oder nicht ja mir ging es dann auch ein bisschen in den Bauch rum das eine Mal war so weiß ich so Multivitaminsaft weißt du da hab ich so ein bisschen so einen Vitaminschock bekommen oh war jetzt nicht so hallo das habe ich ja noch nie gehört deswegen brauche ich auch eine Frau an der Seite wahrscheinlich ich weiß es nicht um Saft abzufüllen ich bitte dich ach so das hat dir keiner gesagt ja das auch erst mal einen Tee ne jawohl ich weiß möchtest du auch einen kriegst einfach einen bitteschön danke also haut er mich jetzt auch nicht um ne eigentlich also mich auf jeden Fall nicht mehr also du ja oh oh so guck doch hier ich bin ja nicht so ich teile ganatapfel okay ja soll ich dir mal sagen die waren im wo jetzt mal das sieht sehr professionell aus ich müsste nur noch trainieren dass der kleine dass der kleine Finger so ein bisschen wegsteht ja so kleiner Finger ist der kleine Finger oben wird man dich loben und so jawohl jawohl genau das nein die waren beim MD hier so die Angestellten von Wallis Browser ja und meinten so ja wir machen hier eine Umfrage äh wegen Geschmacksrichtung mhm da hab ich gesagt dann haut mal einfach Zitrone raus und die alle so nehmen wir iiii Zitrone ich sag klar Zitrone ist mega lecker halt stopp Tee also Eistee Zitrone oder Pfirsich Zitrone wahrscheinlich ne wenn du so über Zitrone willst ja nein aber ich das war jetzt so eine allgemeine Frage bitte was ja ob du eher Eistee Zitrone oder Eistee Pfirsich bist also wenn ich ob ich das bin warte mal ich könnte mich jetzt so einschätzen als Eistee Zitrone will ich will ich meinen ich sage mal aber du bist eher Zitrone ja ok wieso ja weil das doch bei vielen irgendwie weiß ich nicht so eine Streitfrage ist tatsächlich das gibt das gibt Ehekrieg wieso ja du stehst auf Zitrone und ich auf Pfirsich genau ja na er ist doch bei manchen sowas das noch nie mitbekommen weiß ich jetzt nicht das ist so ich weiß gar nicht irgendeine Frage gab es noch die bei vielen hin und her sorgt nicht mehr was es war tatsächlich aber ja oh Gott erzähl weiter ich wollte dich nicht unterbrechen ich habe doch gar nicht war doch was gesagt doch weil dies Browser ja ja weil dies Browser ne die haben sich nur aufgeregt weil ich ja auf Zitrone halt so ein bisschen stehe ich weiß nicht die wollten euch irgendwie ach was wollten die warte mal was gibt es Melone und ne ich habe keine Ahnung ich kenne mich tatsächlich nicht aus ach genau Melone wollten sie haben genau also es gibt ja Waldmeister und Granatapfel ok und dann denkst du dann ja Melone das ist viel leckerer ich sage Melone da gibst du dich in an Obst und Gemüse dann hol mir selber eine Melone mach die auf und ess die so so brauche ich ja kein Energy trink ja voll aber so in die Zitrone beißt das dann schon eklig weißt du das deswegen also kann das ruhig in so ein Energy trink rein was ich finde ist also Dinge mit Melonengeschmack wonach schmecken die im Grunde ich meine Melone ist doch weiß ich nicht einfach nur Wasser und Süß oder nicht eben und alles was sie dann so versuchen zu erzeugen das ist alles künstlich ja das ist ich finde weiß ich nicht das schmeckt doch auch nicht nach Melone das ist genau so beißt meine Erdbeere rein weißt du Erdbeere ist mega lecker aber so Erdbeermilch die Kombination finde ich auch ein bisschen komisch Frucht und naja ja aber wie gesagt bei Energy drinks bin ich tatsächlich ähm meistens raus äh ist nicht so mein Bereich tatsächlich wenn ich mich müde fühle trinke ich einen Kaffee oha ja wie also hat eigentlich eher Tee aber mittlerweile ist das so ein bisschen ja ich glaube da müsste ich erst mal drei Liter Tee in mich reinkippen du willst du bescheid gehen was du oben reinkippst es ist einfach so ach Manu was ist jetzt von deinen Freundinnen gar keine mehr da oder was jetzt heute nicht mehr nein bin ich schlafen gegangen habe ich so nah ist wieder in der Heimat in der anderen Westland ach das ist alles ja blöd fertig was na gut dass du mich noch hast ja 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 ich weiß nicht äh jetzt noch ein bisschen hierbleiben wollen wir später zu Hannis oder wollen wir jetzt zu Hannis oder also von mir aus können wir auch jetzt zu Hannis jetzt zu Hannis also wenn du willst ich ähm ja na klar will ich das ist nur die Frage ob du willst oh man oh man ähm mm mm ja hast du Bock zu fahren oder eher nicht ich glaube heute eher nicht na gut ich meine ich würde gerne heile überall ankommen deswegen wie verstehe ich jetzt nicht du bist das letzte Mal alles gut deine Verhältnisse sind ziemlich zügig gefahren sag ich es mal so ja das war auch letztes Mal wie gesagt heute ist so ein bisschen wieder alles klar nein das ist ja kein Ding da fahre ich ich fahre du dringst was nicht ach ne das ist immer der Spruch zwischen mir und Rick ich fahre er dringend gut ja wollen wir ja ich glaube sonst sitzen wir hier in drei Jahren noch was ist mit drei Jahren ich habe gesagt ich glaube sonst sitzen wir hier in drei Jahren noch ach so oh ist 20 wie ich will noch 20 u 31 die Besprechung noch im vollen Gange ist wer weiß wer weiß wer ist denn eigentlich da weißt du das so kann dann ist bestimmt da oder nicht so gut wie gar noch Rick hat schon gesagt da ist glaube kurz nach mir dann aus dem Dienst gegangen Rick hm halt gemeint ich ja 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 du keinen Bock auf so einen Scheiß er war noch mal im Dienst Rick ja da stand noch die ganze Zeit oben die ganze Zeit nee wer war denn Kuhleitstelle hallo er grüße ich bin also du bist doch Kuhleitstelle du musst das Leitblatt pflegen Leitstellenblatt pflegen und du musst ja wissen wer wo da ist stimmt oh Gott ja ich oh oh aber weißt du was das Schöne war hm nicht nur dass ich heute vor Nachmittags Leitstelle war nein ich war natürlich dann auch später nochmal Leitstelle ja ja Rick darf keine Leitstelle machen ja habe ich schon gehört und Conan soll auch nicht ja aber es war keiner war da da Rick war in Behandlung und Conan war noch da ja aber es ist doch total bescheuert ich meine die können sich groß schätzen dass überhaupt jemand da ist der die Leitstelle übernimmt also oder ja ich meine was können die Leute denn dafür dass sie halt die sind die ständig da sind ach alles ein bisschen ja verstehe ich auch guck mal jetzt auch noch hingestellt finde ich ja mega und diesmal springen nicht rüber ja nee wie es muss ich jetzt hier über die Mauer wasser das geht es hier nicht weh ja toll jetzt rufe ich nochmal an dass sie nochmal herkommen sollen dann soll das wir uns zurückstellen städt auch niemanden dieser kann das auch du gesehen doch ziemlich unauffällig erzähl mal was hast du gestern schönes gemacht so gestern bitte gestern ja gestern was auch wenn heute Sonntag ist war gestern Samstag stimmt heute haben wir den 12. also war gestern der 11. ja ja ist ja gut ich war bei meinem Turnier deswegen ja ich war gerade schon ein bisschen alles gut die Tage sind bei mir momentan irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht die verschwimmen irgendwie alle so ja was habe ich gestern gemacht ich war im Dienst ja ich weiß es nicht ja rhetorische Frage an mich selbst was soll ich das vorher einmal ankündigen okay nein du kannst nicht mal hast du jetzt gesagt du kannst nicht mal ich weiß nicht was du gehört hast naja anscheinend was verkehrt ist ja nein aber ich war ich war gestern im Dienst und dann genau dann kam Arizona hat sich gemeldet und dann hieß es ganz schnell okay ich bin weg und dann war ich mit Arizona unterwegs mit Arizona Genie Victor ähm Tony Tony was Tony äh Tony den hat Arizona beim Bewerbertag kennengelernt vom MD okay ähm ich glaube der hat tatsächlich jetzt auch eine Mail geschrieben ja also den kennen wir auch noch nicht so lange also ich zumindest nicht habe ihn gestern das erste Mal den gelernt aber scheint auch ein ganz netter zu sein ja und ansonsten ja wir waren kurz und da war dann eine Pizzeria ja wir waren erst waren wir ähm ich glaube am Stadtpark zu dritt dann sind wir zum Alice und dann sind wir als Genie dabei war noch wieder zur Piazza und dann kam Victor irgendwann noch wieder dazu und es war wild aber es war sehr schön tatsächlich hallo Freddy ich habe mich sehr gefreut ja war ein schöner Abend achso ich dachte jetzt die Freunde sich am Stopp-Shirt angehalten aber was nein das ist noch bitte das ist ähm ja nee ist doch schön wenn du so alle deine Freunde so zusammen hast ja es kommt tatsächlich ja auch irgendwie ziemlich selten vor vor allen Dingen dass ich was mit Arizona und Genie zusammen mache das ist ähm leider weniger geworden machst du mal das Fenster zu irgendwie fliegen hier Vögel rum ich weiß nicht lass die Vögel doch fliegen okay ich kann nicht mal aber ja ist halt ein bisschen weniger geworden leider tatsächlich direkt nach unserem Einreisejubiläum da gab es einen mehr oder minder großen Streit deswegen ja oha ja es ähm war schwierig zwischen den dreien oder was zwischen eigentlich nur uns vier also ähm Lia kennst du tatsächlich nicht aber mit Lia bin ich auch eingereist mit Lia, Ginny, Arizona und mir da war so ein bisschen ja war dann ein bisschen schwierig sagen wir es so ähm okay aber hat sich zum Glück alles wieder so einiges eingepegelt das wollte ich gerade fragen ob sich das ja ja also ja tatsächlich zum Glück dank ihres Freundes der gesagt hat sie soll bloß wieder herkommen und das klären ähm weil sie ist in der Nacht halt wieder geflogen also wir waren an dem Tag ich glaube den Sonnenaufgang anschauen also so bis 5 Uhr unterwegs alle zusammen und da war halt ein bisschen miese Stimmung dann zum Schluss zum Schluss ist sie dann halt irgendwie morgens auch wieder geflogen weil sie ja momentan wie gesagt pendelt naja ist schön dass ihr es in den Griff bekommen habt ne ja das war auch echt nicht schön vor allen Dingen ja ich hab einfach nur eine SMS gekriegt und war ziemlich ähm sagen wir es ich war wirklich mal wütend das soll schon was heißen wenn ich wütend bin wenn ich die Tür aufmache mache ich kurz dann mein Auto mir ist jetzt erst aufgefallen ja 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 bei mir ist das nicht aber auch nicht gerade besser tja das Auto ist ziemlich tief ne komm du fährst auch gern damit ich hab auch nicht gesagt dass es nicht so ist oder ja wo man rein oder was mhm bemüht ah bei die schlafesüchte ich das t-shirt ne was zu mäßig das traut oh man josey ja hi du hast schon wieder ne neue Frisur ähm moment die hatte ich genau vor allem ja auch schon ja das kann sein Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, hattest du die noch nicht. Nee, das stimmt vielleicht. So, Achtung, ich schubse jemanden. Jojo. Da. Auwa. Was? Nicht? Da. Habe ich dich getreten? Ich wäre immer getreten, von daher. Nicht von mir. Nein, war ein Spaß. Das ist Süßi. Oh, was da steht. Oh, nee. Nee. Aber nicht nur da. Guck mal, da hinten auch. Hallo. Hi, hi. Hi. Ich wäre nur bewunken. Okay. Überall winkelkatzen. Ja. Du hast so ein Glück und Geld bringen, oder? Ich dachte immer, viel Kundschaft. Na gut, bei euch. Es kommt darauf an, mit welchem Arm sie winken. Ach so, ja. Das weiß ich gar nicht. Ähm. Ähm. Ja. Äh. Ich nehme. Ach Gott, ich kann das so nicht aussprechen. Einen scharfen Burger. Einen Burner. Einfach Burner. Ja, machst du mal zwei davon. Mhm. Für mich. Und, äh. Was gab es als Getränk? Da gab es so einen Schoko... Ich bin Schoko-Poki-Shake. Genau, den nehme ich. Und dann noch die Dame. Was möchtest du haben? Ähm. Ich glaube, du hättest den Chisi-Chiliad, oder? Ja. Ja. Dann würde ich den nehmen und auch so ein Shake. Ich kann mal ein bisschen neben mir. Einen? Ja. Ja. Ja, von dem... Wie bitte? Das ist ein Koki-Shake. Das ist ein Koki-Shake. Wir machen so ruhig zwei Bürger für die Dame, der hat immer großen Hunger. Was soll das dann heißen? Kannst du ja auch mitnehmen. Eben. Verpackung hält schon was aus. Guti, wenn man nicht mal... Ja, wir sind draußen. Ja, alles gut. Dann sind wir jetzt draußen. Alles klar, danke. Oder willst du hier drin bleiben? Nee, alles gut. Ähm. Wie vor, ich, ähm, folge, unauffällig. Ja, hier oder da drüben oder... Hm, ich glaube, hier ist schon gut. Nebeneinander, übereinander ist jetzt nicht so produktiv, aber gegenüber, ich weiß nicht. Ja, so. Ja, siehst du, und das ist, ähm, okay. Gibt das was? Nee, das ist jetzt schon wieder so ein Scheißwitz gewesen. Alles gut, wie gesagt. Ich wusste gar nicht, dass das hier so niedlich aussieht. Ey, da warst du echt noch nie hier? Nein. Okay. Hättest du mir mal vorgenommen, weil ich, ähm, ja, hab's irgendwie nie geschafft. Ja, ich bin ja das Gefühl das dritte Mal hier, ne? Gefühlt das dritte Mal? Wieso? Nee, nee, ich bin das dritte Mal hier. Aber die Burger, die sind halt mega lecker. Ja, das, äh, das glaub ich dir. Aber weißt du, was auch sehr gut ist? Das wirst du mir bestimmt gleich sagen. Die Rippchen aus Mopi. Wenn ich mich reinlege. Das hab ich, äh, tatsächlich, äh, noch nicht probiert. Was? Ja, ich warte aus einmal. Schande. Oder zweimal. Einmal. Einmal. Schande. Ja. Das müssen wir aber, ähm, ne? Beheben. Ja, auf alle Fälle. Und wie gesagt, in die Rippchen kann man sich echt, ich kann, ach, kann man sich reinlegen. Also, ich mich auf jeden Fall. Ja, die sind sehr, sehr gut. Ja, das hab ich mir, ich hab mir das Bild nicht vorgestellt, das ist, sorry, ja, aber, ja. Hab ich für ein gutes Bild gesorgt, ja? Ja. Dann würde ich behaupten, war das ja ein voller Erfolg. Oh, ja. Okay. Hm. Weißt du, wie lange Arizona bleibt Dienstag? Das ist eine gute Frage. Hat's jetzt noch nicht so gesagt, ne? Wann hat denn den Termin gehabt? Ähm, ich glaub, sie hätte was von 19 Uhr gesagt, aber sie ist wohl schon ein bisschen früher da, oder? Nee, wobei, gar nicht wahr, ich konnte kein genauer Termin. Oh mein Gott, warte mal. Hi. Hallöchen. Ich. Wo steckst du gerade? Was? Ich dachte, du bist schon weg? Wo steckst du gerade? Ich, äh, bin bei Honey's Diner. Du bist bei Honey's Diner. Bock auf einen Burger? Einen Schnellen? Ähm, hä? Okay. Ja, bleib, bleib da, ich komme. Hä? Du wirst nicht glauben, wer mich gerade angerufen hat. Hm. Es war Arizona. Okay. Ich bin gerade richtig verwirrt, tatsächlich. Ich dachte, sie ist schon weg. Diese Frau, diese, diese Frau. Anscheinend hast du gesagt, sie will gleich fort. Und gleich ist bei Arizona anderthalb bis zwei Stunden. Aber wir haben's, äh, wir haben's, äh, drei Viertel neun, weißt du? Das ist ein Viertel vor neun. Sorry, den kriegst du immer wieder, ne? Das weißt du. Yes, ist gut. Ich, ähm, irgendwann werde ich mich dran gewöhnen. Ja, aber, ähm, äh, Gott, ja, sie, äh, hat gesagt, sie, äh, ich soll hierbleiben und sie kommt vorbei. Ich, äh, hab keine Ahnung, was, ähm, es tut mir leid. Ja. Was tut dir leid? Ja, ich, ich wollte's nur sagen, das, so. Was ist Arizona so? Äh, pff. Äh. Du brauchst mich jetzt hier nicht anzuschritten. Das ist einfach... Doch, extra. Das war einfach, echt, das war nur ne einfache Frage, weil dann würde ich nämlich noch drinnen, was ist, ist sie auch so? Warte. Nein, weißt du, ich würde, ja, ruf sie mal an. Frag mal, was er haben will. Ja, warte, 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 wenn mein Handy jetzt ein bisschen Tackengas gibt hier. Wenn ich zurückrufen wollte und ich hab's nicht getan, scheiße. Madame, was, äh, was, äh, was, äh, was isst du? Ja. Was ich esse? Ja. Sag mal. Ähm, was, was esse ich? Ich glaub, äh, so ein, so ein Chiliad Burger, oder? Cheezy Chiliad? Cheezy Chiliad? Weißt du, ja? Ja. Ja. Ja, willst du? Ich komm mit meinem Date, warte mal, ich frag mal, was ich essen möchte. Wir kriegen gleich noch ne telefonische Bestellung rein. Auch so ein Chili Chiliad? Ja, 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 zwei, zwei Chili-Dings. Okay, wollt ihr was trinken? Wollen wir was trinken? Hm. Ein Bierchen. Ein Bierchen. Okay. Ähm, gut. Okay, gut, dann, äh. Okay, ja, gib uns, äh, zehn Minütchen. Ja, kriegen wir hin, okay. Okay, ja. Bis gleich dann. Ähm, ja, zwei Cheezy Chiliad und zwei Bier. Wer kommt noch? Ich weiß nicht, wer. Okay. Wird gesagt, ihr Date. Ich... Ja, jetzt, pass auf, wir machen uns mal das eine, sagst du mir, was, äh, was du jetzt bekommst? Ja, würde ich gerade sagen, ich muss bei ihm selber gucken. Ähm... Sie bringt jetzt nicht Aiden mit. Sie bringt jetzt nicht Aiden mit, oder? Ey, wenn sie Aiden mitbringt, ich... Ich bin buff, wenn sie das tut. Das wären bis jetzt, äh, Platz, äh, 70 Dollar. 70, ja. Ja, die zwei Cheezy und die zwei Logger hab ich noch nicht dazu gezählt. Die kannst du ruhig dazu zählen schon, du bezahlst dir gleich ganz. Ach so. Äh, waren zwei Cheezy und zwei Logger? Genau. Äh, muss ich noch mal locker? Ja, Frau. Dann wären das 112. Äh. Bindeschön, ich danke dir. Dankeschön. Dann bringe ich noch mal die anderen Sachen. Danke. Ja, subi. Das ist jetzt gut mit den anderen Sachen, also, meine Hände sind voll. Wie sieht's bei dir aus? Kito. Ähm, ja. Oha. Ähm, sorry, ich bin grad... Ich bin grad echt damit... Sie will jetzt aber nicht, also... Was? Sie hat sich so, was heißt, so aufgeregt, also nicht aufgeregt, aber so hyperaktiv angehört irgendwie. Ich bin grad echt, ähm... Wie gesagt, sie hat gesagt, sie bringt ihr Date mit. Ich bin, ähm... Oha. Ja, das Ding ist, ich frag mich gerade, ob sie eventuell wirklich jemanden mitbringt, also... Na gut, wenn ich trinke zu zwei Bier und isst zwei Bier und damit hab ich jetzt auch kein Problem, weißt du? Nein, ich mein, ähm, ich spekuliere, wen sie mitbringt und, ähm... Hast du eine Vermutung, oder? Ja, aber ich weiß nicht, ob's wahr sein könnte, also... Weil, wie gesagt, ich weiß nicht, ähm, ihr Freund ist halt, ähm, vor ein paar Wochen ausgereist. Ähm... Ja, und da ist sie halt auch immer wieder, deswegen pendelt sie auch so ein bisschen. Da pendelt sie halt immer mal wieder so ein bisschen hin. Ähm... Nicht, dass sie den jetzt so... Ich... Ja. Ähm... Unsere... Warte, ja, warte, 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 ich, ähm, trinke das mal eben, so, ja. Oh, da geht das bei dir. Ja, jetzt, ähm, am besten die Cheesy Cheat jetzt einmal erst mal. Mhm. Gut. Ja, okay, und jetzt, ähm, könnte ich helfen. Super, dankeschön. Da-da. Supi, danke. Bin doch Profi im Managen hier. Ja, aber... Ja. Und Profi, Profi im Teekochen bist du aber, weißt du. Das sowieso. Schön. Ja, und jetzt, ähm, haben wir tatsächlich noch drüber gesprochen gehabt, weil wir erst so waren, ja, ähm, auch wegen Genies Hochzeit. Ob er es wohl schaffen würde, da vielleicht mal vorbeizukommen und dass es ja an sich mal schön wäre, wenn er vielleicht, auch wenn es nur einmal oder so am Wochenende einfach ist, mal kurz vorbeischaut. Weil zum Beispiel, er hat es nicht geschafft, sich von seinem besten Freund zu verabschieden und wie gesagt, eigentlich ist er wirklich komplett ausgereist. Und das war halt so das Ding. Und da war halt immer so die Sache, sie hat ihn halt immer wieder drauf angesprochen und ihn angehauen, so, hey, komm, ne, wenigstens, weiß ich nicht, einmal oder so mal, Wochenends oder, ne. Und dementsprechend bin ich gerade echt, ich bin gespannt, sagen wir so. Ob er doch da ist, oder was? Ja, ja, ob er es jetzt geschafft hat, oder ich, ich habe keine Ahnung. Hm. Also sie hat sich auf alle Fälle anders angehört, wie sonst oder was am Telefon. Ja, wie gesagt, sie hat auch super schnell aufgelegt, also das, ich bitte dich. Ich bitte dich, das ist nicht Arizona. Ja. Mich wundert es ja sowieso, dass es noch da ist. Ja, ja. Wie gesagt, eigentlich wollte sie um, wann habe ich aufgehört mit ihr zu telefonieren, beziehungsweise ich hatte sie ja nochmal danach angerufen, als wir dann telefoniert hatten. Aber eigentlich, ja, das letzte Mal telefoniert habe ich mit ihr um, um eins. Und eigentlich hatte sie immer gesagt, sie wird spätestens um vier oder fünf, äh, liegt sie zurück. Ja. Es ist ein bisschen später als vier oder fünf, glaube ich, oder? Nur ein bisschen. Ja, ich, ich bin echt gespannt. Es tut mir leid für den Überfall. Wieso tut es dir leid für den Überfall? Ja, weil es mir leid tut. Ach, die Borde ist doch cool. Mein Gott. Wie gesagt, Freundschaften sollen wir hegen und pflegen. Ja, ich weiß. Aber ich weiß auch, dass es vielleicht ab und an ein bisschen fies sein könnte. Für mich jetzt, oder? Ja. Ach, Quatsch. Alles gut. Ich kippel's ein bisschen. Alles gut. Ja, da bin ich ja beruhigt. Ah, die Bänke sind wirklich bequem, ne, oder? Du kannst dich schön drauf fläzen. Ich finde das mega geil. Finde ich Farbe gut. Nice. Wollen wir pink und weiß, oder was? Ich mag den Stil irgendwie. Es hat was, ja. Ist ein Rockabilly-Style, oder was? Ist mal auf jeden Fall was anderes, als die, was man sonst sieht hier so. Das ist. Ich bin schon mal gespannt, was sie zu meinem T-Shirt sagt, wenn sie es sieht, weißt du? Ja. Ich glaub tatsächlich, so ein T-Shirt haben wir Ginny mal geschenkt. Äh? Glaub ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwoher kenn ich das. Also irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Hätte das irgendwer auch schon mal... War das Lya, die so ein T-Shirt hat? Irgendwer hat so ein T-Shirt. Ja. Achso, wir haben auch so eine Tradition. Zum Geburtstag kriegt von uns jeder, ähm, von den anderen so ein... So ein richtig schönen Pullover. Ja. Ein richtig schönen Pullover. Ja, so ein richtig schön. Definiere bitte... Ja, so... So was, was die Person vielleicht nicht unbedingt tragen würde. Zum Beispiel Ginny hat von uns zu ihrem ersten Putzer-Kirfer-Insel hat sie ein Pommes-Pulli gekriegt. Ja. Und ich hab, äh... Nee, gar nicht wahr. Erwisona hat so ein Chihuahua-Pulli gekriegt. Ähm. Und ich hab ein Pisswasser-Pulli gekriegt. Ein Pisswasser-Pulli? Mhm. Okay. Mach mich nicht. Und den hast du heute noch im Schrank? Den natürlich, der bleibt im Schrank. Ja, ja. Also, ja. Und Tradition war es dann halt eigentlich immer... Der muss dann halt, sobald er geschenkt wurde, den ganzen Tag weiterhin getragen werden. Ist das jetzt zum Geburtstag oder zum Geburtstag hast? Nee, 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 zum Geburtstag. Okay. Aber es ist eine coole Idee. Ja, das... Ich weiß gar nicht, ich glaub, das ist tatsächlich einfach daraus entstanden, dass wir damals... Ja, als wir halt eingereist sind, ne? Man kennt's nicht so viel Geld und so. Und Ginny hatte schon recht zeitnah Geburtstag. Und dann, ich weiß gar nicht, kam irgendwie so ein Gag auf von wegen mit dem Pulli. Und dann gab's den Pulli und dann ging's halt weiter. Ja, gab's den Pulli und dann ging's weiter. Ja. Ja, ich weiß. Gah! Was heißt ja... Nichts. Ich spür nur so ein... In meiner Hand. So. So ist es so. No way. Hallöchen! No way! Hallöchen! Hi! Oh Gott, Entschuldigung, Klaas, aber ähm... Komm her! Komm her! Ich war mit dem Entschuldigung unterwegs! Ich weiß! Oh, ich freu mich! Ich hab gerade... Ich hab gerade zu Em gesagt, ich sag, wer weiß, was Abyssona zu meinem Job sagt. Sag her, sie kommt mit dem Date. Oh, du weißt gar nicht, mein Kopf, ey, huch! Der hat angefangen zu qualmen! Was, wegen dem Date? Ja! Ja, ich wollte halt die Freude nicht verderben. Ich war tatsächlich schon so, hm, meint sie jetzt? Also nein, das ist doch, also... Ich war tatsächlich schon super verwundert, dass du überhaupt noch da bist. Ja, also, ne, man, immer mit allem rechnen. Ja, ich hab sie angerufen, ich hab gesagt, ich brauch einen Schlüssel. Ja. Ja, ja. Also, sie wurde eigentlich nach Texas, aber, naja. Ja. Das hab ich mir dann gespart, ne? Im Moment, ja. Ja, ja. So, ähm, ähm... Wie geht's dir? Klaas, Aiden, Aiden, Klaas. Achso, hallo. Ja, erstmal so. Hallo, moin. Äh, meine bessere Hälfte. Ja. Also, tatsächlich die bessere Hälfte, ja. Ja. Absolut. Aber, aber nicht die schönere. Das stimmt. Ganz recht, danke schön. Oh, ich freu mich. Ah, wie geht's euch? Ja, wollen wir uns jetzt erstmal setzen? Habt ihr schon was zu essen? Ja, ich, ich hab schon, ich, ja. Ganz ruhig hier, Madame. Bitte schön, das musst du immer bitte aufteilen. Was? Ja, ich, ähm, hab nicht mehr so viel... Huch, oh, jetzt hab ich... Hä? Okay, ich hab alles abgegeben. Super gerne mit dem schönsten... Ich wollte gerade sagen, das sind aber viele Burger. Ja, das krieg ich auch noch. Möchtest du auch einen? Ähm... Ja, ich nehm auch einen. Nee, nee, ich hab meinen speziellen Burger. Äh, okay. Ja, die zwei anderen waren für mich. Achso, okay, warte dann. Okay. Ja, ich hab einen. Hast du jetzt einen, ey? So. Ich sag schon. Aber warum hab ich... Hä? Moment. Wem hab ich denn? Hab ich jetzt noch... Ach nee, doch. Alles gut. Du müsstest jetzt einen Burger und einen Logger haben. Ja, ja, hab ich. Okay. Wollen wir nochmal alle durchtauschen? Nein. Wir setzen uns jetzt und essen gefälligst. Ja, okay. Okay, das ist gut. Ich lauf einmal im Kreis. Das ist ne Weile her, ja. Ein wenig. Irgendwann Ende April. Was? Anfang April? War das doch... Nein, Ende April. Ende April? Ja, natürlich. Unsere Abschiedsparty war am 24. Ja, haut rein, Leute. Das war ganz kalt. Guten Appetit. Zu wem soll ich jetzt Danke sagen? Achso, ja, wer hat das dann bezahlt? Wer kriegt denn Kohle? Der Herr neben mir. Nein, nein, alles gut. Alles gut, lasst euch schmecken. Oh, vielen Dank. Oh, danke schön. Fühlt sich ja gut ein. Nicht behalten, war. So, ja, spendier's. Danke. Aber bitte nicht so kurz an die Leine nehmen, ne? Nee, nee. Ich spendier dann die Würmer fürs Fischen. Da haust du aber auf die Kacke jetzt. Muss ich jetzt. Ja, ne? Hab ich gedacht. Die guten Würmer. Also, ich kann mit Mehlwürmern und mit Regenwürmern liegen. Oh Mist, wie war nochmal dein Name? Ich hab's vergessen. Meinung. Ja. Glas. Hm? Ah, okay. Ich kann nicht so guten Namen merken. Das finde ich ganz schlecht. Ich eigentlich. Ja. Deswegen heißt sie bei mir auch M. Ach ja, stimmt. Du reduzierst die Leute auf einen Buchstaben. Ne? Klaus? Ja, wenn er sie M nennt, weil er sich den Namen nicht merken kann. Nein, das war am Anfang. Mein Gott. Es geht doch jetzt. Jetzt weißt du, wie sie heißt. Wie heißt sie denn? Masumi. Und weiter? Noboko. Weißt du, was ich immer gesagt hab? Ich hab immer das Tsunami gesagt. Tsunami? Stimmt, ja. Ach man. Ja, es war unangenehm. Fannst du? Vor allem, ich war völlig überzeugt und hab dem Tsunami gesangt und dann sagt sie, ich weiß nicht so. Also, es würde mich auch wundern, wer sein Kind Tsunami nennt. Ja, ich... Warte, wie? Kürill. Okay. Kümmel. Kürill. Ach, Kürill, echt? Ja. Das ist ein ganz normaler russischer Name. Ach, immer diese Russen. Aber Glück gehabt mit mir vor. Immer diese Russen, ja. Sehr schön, wie geht's dir? Ja. Was machst du hier? Ich hab gehört, du bist MD jetzt? Ja, ähm... Tatsächlich schon, ja. Also, Ari erzählt das gerade. Ich weiß auch nicht, wie ich kann. Alter, aber jetzt... Meine Güte. Wie kommst du denn dazu? Ähm... Tatsächlich hat, äh... Ich weiß nicht, kennst du noch Christian? Nein. Kenn ich Christian, Ari? Kennt er Christian? Ich überlege gerade, ich weiß es nicht. Also, wir haben uns bestimmt mal irgendwo gesehen, aber nicht wirklich. Ja, auf jeden Fall, äh, ne. Ähm, ich hab mich halt... Ach doch, warte mal. Ich glaub, da habt ihr mal von denen erzählt. Das kann durchaus sein. Aber das schimmert, das schimmert. Aber erzähl weiter, Entschuldigung. Ähm... Ja, ich hab mich mit dem einfach... Also, wir hatten uns unterhalten und, ähm... Ich weiß nicht, irgendwie sind wir auf das Thema gekommen und... Ich würd behaupten, er hat mich ziemlich gut bequatscht. Und dann... Hast du auch was bekommen? Waschmaschine oder so? Kugelschreiber? Vollstock oder so? Ich glaub, ich hab den falschen Zettel unterschrieben. Was hast du unterschrieben? Ich glaub, ich hab den falschen Zettel unterschrieben. Die Waschmaschinen kamen noch nicht an. Ach so. Ich dachte, er kommt so mit, mit... Werbesachen. Wir haben schon Spiele gehört. Man muss, glaub ich, mit seinem Blut unterschreiben und verkauft seine Seele, wenn man da anfängt. Echt? Wieso denke, du fängst auch an? Ja, ja, deshalb überlege ich ja tatsächlich noch. Ich hab den zuerst mal das Gespräch. Ich weiß nicht, ist das üblich? Will man mir nochmal auf den Zahn fühlen? Mh, naja, du würdest dich eigentlich nur so als Person, was deine Schwächen, was deine Stärken sind, blablabla. Mh, ich glaub, so ein paar Fallbeispiele waren auch dabei irgendwie. Ey, was sind denn meine Schwächen? Nein, ich weiß das schon. Du hast gar keine. Ach bitte. Ja. Ja, was soll ich denn jetzt sagen? Leute, jetzt kam ich im Bedrängnis. Ja. Ach, sehr schön. Ja, MB, also wie lange bist du denn schon da? Äh, zwei Wochen. Ich glaub, ich hab jetzt die dritte gerade angefangen. Wollte grad sagen, waren's nicht drei? Ah, denn also noch frisch. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich jetzt schon weg war. Ja, zu lange, Aiden. Zu lange. Wir haben schon Juni. Ja, okay. Den ganzen Mai, also im Grunde fast anderthalb Monate, fast zwei. Ui, 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 ui. Ja. Okay. Ja. Aber ich werde aber nicht immer hier sein, ne? Also. Ja, das ist mir schon bewusst. Ich, ich, ich schlepp ihn dann hin und wieder mal mit. Ja. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Also nicht mehr Friseur und was hast du noch? Was ist eigentlich mit dem, mit der Schokolaterie? Tja. Was ist da denn los? Die Schokolaterie ist die Schokolaterie, würde ich sagen. Wir sind nicht mehr dabei, wir wissen es nicht. Wir haben keinen Plan mehr. Äh, okay. Ja. Ja gut. Ja, das ist so. Und der Knast? Der Knast, der bleibt, der bleibt. So, Quatsch, das hab ich ja Sumi vererbt, das mach ich ja gar nicht mehr. Ja, das, ja genau, das war der Knast, das, ja. Da bin ich jetzt, äh, mhm. Hat sie ausgesourced quasi an Sumi. Ein freundliches Date-Present, ja. Ja, ja. Schön. Gute Hände in gute Hände übergeben. Ja, ja. Wo man die, ähm, Gefangenen nochmal so ein bisschen zudeckt, ne? Ja, ja. Und das hat Rick gesagt, das hat Rick gesagt, das hab nicht ich gesagt. Richtig. Wieso Gefangene zudecken? Ach ja, Viktor fängt ja übrigens auch an, ne? Nee. Oh, stimmt, den hab ich erfolgreich angeworben, ja. So eine Küche, oder was? Ja. Die stellen den tatsächlich ein. Also. Ach, Viktor. Ich weiß nicht, was du jetzt so lachst, Klaas. Du hast doch Viktor auch schon kennengelernt, oder nicht? Doch, der Viktor war doch dabei im Abend. Beim Ellis. Was heißt kennengelernt? Also. Ah, er lebt. Und nicht miteinander kommuniziert. Ich weiß nur, dass er doch so ein bisschen ausgefallenen Kleidungsstil hat. Ja. Ihr würdet euch tatsächlich mit dem Hemd, oder mit dem T-Shirt, gut harmonieren, ihr beiden. Viktor läuft auch öfter mal als optische Belästigung rum. Ja. Ja, sorry. Möchtest du jetzt sagen, dass Klaas jetzt noch Belästigung ist? Ja, also, Klaas, stehst du mal wieder auf? Also, ich bin schuldig. Was sagst du? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das Brusthaar ist dir nicht aufgefallen? Ja, das erinnert mich an Brusi-Haar. Am Ambrusi-Haar. Am Brusi-Haar. Am Brusi-Haar. Am Brusi-Haar. Am Brusi-Haar. Am Brusi-Haar hatte doch dieses schöne Brusthaar. Was hatte er denn noch einrasiert? War das nicht so ein BH oder so? Ja, genau. Ja, genau. Er hatte die BH rasiert. Ja, Datsch-Propo-Klatsch, ne? Ja, genau. Das war eine geile Type. Nein, Idiote. Überraschung ist auf jeden Fall gelungen, wa? Mhm. Aha, Überraschung. Hätte ich tatsächlich... Also das ist echt das Geringste, womit ich gerechnet hätte. Da bin ich ehrlich. Hast du jetzt echt gedacht, ich schleppe einen neuen Typen an? Nein, aber ich war verwirrt. Ich war ziemlich verwirrt. Hättest du jetzt sicher gesagt? Natürlich! Eben. Oh, das hat Ärger gegeben zu Hause. Ich will's doch hoffen. Ich hätte's ja nicht mitbekommen. Ja, aber ich muss trotzdem unter Bett schlafen. Oh, oder im Schrank. Auf dem Stuhl. Ja, genau. Ich weiß wo, ne? Gut. Ich weiß wo. Du wolltest dich ja schon anketten. Ich würde behaupten, das klärt ihr unter euch. Genau. Ich sag... Aber jetzt mal unter uns, ne? Hm? Habt ihr da gerade ein Date? Ach ja, habt ihr gerade ein Date? Stören wir euch? Sind wir jetzt voll reingeplatzt? Aber das macht... Ich würde behaupten, kann man bestellen, wie man mag? Okay, jetzt haben wir ja gegessen. Klasse, hat einen ausgegeben. Und jetzt gehen wir auch gleich rein. Ja, gesättigt. Obwohl, ich hab noch ein Bier. Warte mal. Stimmt. Trinken wir auch nicht verkehrt. So, Prösterchen auf... Auf das Wiedersehen, möchte ich mal sagen. Ja. Ja, super. Ich hab ganz frech mein Bier schon getrunken. Arizona. Ja, kennt man ja nicht anders. So ist er halt. Der Burger war scharf. Mhm. Sorry. Aber nicht so scharf wie die Currywurst. Wie geht's eigentlich... Eigentlich Ginny und Billy. Gut. Tatsächlich. Ich kann gerade sagen. Sehr gut. Den beiden geht's super. Hochzeitsvorbereitungen laufen. Oh, Arizona, 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 Arizona. Ja. Ich betraue Zeugin. Nein. Nein. Doch. Ich, ähm... Gibt es auch noch so einen Junggesellenabschied? Den wollte... Der hat Fia mich tatsächlich gestern drauf angesprochen. Den müssen wir unbedingt organisieren. Aber bitte an einem Wochenende? Ja, also ich wollte das jetzt nicht mitten in der Woche planen. Okay. Und dann werden beide mitgenommen, oder? Wer wird mit... Was? Beide mitgenommen? Beide mitgenommen? Oder wollt ihr die trennen? Ich... Ich denke mal getrennt, ja. Also eigentlich ist es ja eher so Freundeskreis von Ginny und Freundeskreis von Billy. Ich meine, auch wenn das mittlerweile natürlich so irgendwie eins ist. Ja, deswegen meine ich. Ja, aber eigentlich trennt man ja. Ja, eigentlich schon. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so die typische Trennung Männlein-Biblein, weil das ist fair. Ja, das glaube ich allerdings auch. Aber ich will tatsächlich den Dresscode, ne? Der wird dich freuen. Also genau so, wie du jetzt aussiehst. Ja, so darf ich hin. Ich kann in Alltagsklamotten, ne? Ja. Und ich hoffe, es gibt Essen. Ja. Also ich... Aber ich... Na gut, ich muss noch gucken, ne? Also ich... Ja, ob du zu Trauung schaffst, ne? Wollte gerade sagen. Ich hab's eingetragen. Ja, so die Trauung soll wohl um 17 Uhr halt beginnen schon, ne? Die freuen sich auch, wenn du nur zur Party kommst. Das stimmt allerdings. Ja, und dann hören wir gute Musik. Ja, das glaube ich allerdings... Ich hab gehört, der Priester soll auflegen. Ich weiß es nicht. Der Priester soll bei der Party auflegen. Sehr schön. Ja, da wissen wir ja, was uns blüht. Und traut er auch beim Priester? Äh, nee, ich glaub nicht. Also das ist irgendwie... Ja, also wir waren heute ja kurz bei Paradise, Ginny und ich. Nachdem sie mich dann gefragt hat, ob ich ihre Trauzeugin bin. Ähm. Ja, und da haben die so ein bisschen was geklärt. Also Paradise richtet hauptsächlich die Trauung dann halt aus und dann geht's weiter im After Hours. Wo wir halt gesammelt, ähm, hinfahren sollen, ne? After Hours? Mhm. War ich tatsächlich noch gar nicht. War ich da schon? Äh, weiß ich nicht. Nein, nein. Bestimmt, nee. An dem After Hours waren wir noch nicht, nee. Nee. Ja, stimmt, Arizona war er ja auch noch nicht. Ja, ich war da noch nicht, seit es das After Hours ist. Ja. Wir waren da letztes Jahr mal. In der Hitzewelle. Mhm. Aber, das Schärfste hab ich dir noch gar nicht erzählt, Aiden. Viktor hat gestern tatsächlich seinen ersten öffentlichen Auftritt gehabt. Er hat gestern das erste Mal als CJ aufgelegt. Nein. Ja. Und das kam los. Ja, weiß ich leider nicht. Ich war nicht da, war zu spät. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es war keiner von uns da. Und das ist irgendwie... ...wande. Ich schäme mich. Ja, aber es ist... Ja, blöd. Ja. Ja, du schämt euch. Aber ich hab... Echt. Aber wir haben ihn schon im OP gehört, der macht das ganz gut. Ja, der kann das. Im OP? Ja, echt. Ja, muss ich mir nochmal anhören. Ja, bis zur Gelegenheit zu haben, denke ich. Ja, ja. Ich hab schon mit Viktor gesprochen, also von daher. Hast du? Ja, ich hab mit ihm telefoniert. Oh, schön. Wie gesagt, ich hab hier, ne, last minute Ticket und... Er hat sich doch bestimmt auch riesig gefreut, oder? Ja, auf jeden Fall. Jedenfall. Das Erste, was er macht, ist, er schreibt mir. Kein Witz, dein Mann ist da. Okay, ähm... So, ja, so nach dem Motto, äh... Du weißt das ganz bestimmt nicht. Trotzdem süß, oder? Ja. Alles in Großbuchstaben. Ich hab mich quasi angefühlt. Ja. Ja. Ja, ja. Naja, wir treffen uns nochmal an Abend und dann schnacken wir mal ganz ruhig. Ach, schön. Ja, das macht ihr dann auch mal schön unter euch. Dann nehmt ihr euch die Angel. Ejo. Ich hab mir erstmal mal meinen Dukes wieder geklaut. Oh. Obwohl, das war eigentlich Ares Idee. Ja. Naja, natürlich. Also, wenn du mich schon durch die, durch die Gegend fährst, dann bitte standesgemäß. Ja. 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 Stimmt, jetzt fährte ich jemanden durch die Gegend, ja. Ja. Das ist schön. Was soll ich sagen? Ja, sehr cool. Ja gut. Also, ich weiß nicht, ich will euch jetzt nicht stören. Ja. Ja, die sind wieder weg. Anführungsstrichen Date. Anführungsstrichen Date? Ja, das war jetzt nicht ganz klar. Ich hab's nicht so rausgehört. Also, von mir aus können Sie ruhig bleiben. Man könnte es wählen. Nee, 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 nee. Wir wollen ja auch noch ein bisschen tatsächlich, so, sehr zu zweit und so, ja. Ja, man sieht sich ja so wenig. Ja. Texas, Tennessee, Texas. Dann bist du hier. Ich muss grad sagen. Ja, ist so genau. Ich bin eine schwerbeschäftigte Frau. Ja, ja, mach mir einen schlechtesten. Hallo? Er hat auch wenig Zeit. Hallo? Ich hab ja auch keine Zeit, ja, echt. Also, ne? Also, da schaffen wir uns jetzt beide das gerade. Richtig so. Ja, was tut man nicht alles? So, genau. Wir lassen euch alleine. Vielen Dank für Spaß und Frank und jetzt geht's mal. Ja, vielen Dank. Nächstes Mal sind wir dran. Ja. Ach, alles gut, alles gut. Einen wunderschönen Abend noch. Danke, gleichfalls. Gleichfalls. Wir sehen uns Dienstag. Ja, ich hoffe doch. Ja, bis dann. Auch mein neuer Trainee. Ja, ich hab mir schon gesagt, dass du mir gedroht hast. Viel Spaß mit dir, würde ich mal sagen. Ja, aber. Also, Aiden, merkt ihr bitte das Gesicht? Das ist der, wenn ich dann sage, da hat mich jemand gemobbt. Da hat mich jemand gemobbt, dann war er das. Setz mal kurz die Brille an. Dann geh dir den Regen an, dann weißt du, von wem da eins aufs Maul ist. Muss man die Brille abnehmen. Aha. Okay. Nein, alles gut, ja. Ah, okay, okay. Hast du gemerkt? Ja. Okay. Morgen weiß ich's nicht mehr, aber ist egal. Ich zeig ihn dir dann nochmal. Okay. Macht's gut. Tschüss. Habt einen schönen Abend. Bye. Ja. Ja. Jo, tschüss. Ciao. Ich wusste es. Ach, schön. Das freut mich, das freut mich sehr. Jo. Ja, jetzt hast du auch Aiden kennengelernt. Jetzt habe ich auch mal Aiden kennengelernt, siehst du? Ich habe ja schon so Aiden hier, Aiden da, Aiden hat mich verlassen, Aiden kommt dann und doch nicht und jetzt ist er da. Ach ja. Ich wusste doch, aus ihrer Stimme konnte ich das tatsächlich schon sehr gut ableiten, doch, doch. So kann man den Abend doch mal ausklingen lassen. Definitiv. Dieses Oberteil macht mich fertig. Was ist die für eine schicke Hose an, ey? Ich? Mhm. Die ist cool, oder? Mhm. Weißt du, was ich echt gerne dran mag? Man kann ganz leicht mit ein Tattoo-Arm. Hehe. So, mit einem Knöchel so. Ah, okay. Find ich gut. Ich hab tatsächlich gestern extra mit Arizona nach U-Tool gefahren. U-Tool. Ja. Der Baumarkt. Ja. Im Grunde kannst du sagen, es ist Arbeitskleidung, was ich trage, ja. Ich glaub, kein Schild dran steht, Arbeitskleidung ist alles gut, ne? Ich wollt grad sagen, würdest du sagen, ich geh arbeiten so, also... Nö. Mhm. Nee, 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 nee. Hm. Ach, ja. Ach, nee. Wieso? Wieso auch nee? Weil du auch ja gesagt hast. Und du musstest direkt wieder auf ein Nein? Ja, nein. Okay. Na. Ja, erzähl mal was. Außer, dass Aiden da ist, das weiß ich jetzt. Echt? Ja. Du, weißt du was? Aiden ist da. Nein, sag bloß. Bin mal gespannt, wann ich ihn kennenlernen darf. Ja. Ja, guck mal, jetzt fehlt im Grunde nur noch, dass du Billy kennenlernst, ne? Dann, ähm... Billy war jetzt die zukünftige von Ginny. Genau. Genau, genau, genau. Ja, gut, der mit... Mit Victor hab ich ja auch noch nie so wirklich geredet. Ja, stimmt. Mal gesehen, ja. Aber der bleibt außen vor, oder? Oder Billy, sag ich mal. Nein, also ich glaub tatsächlich, er triffst du Victor als Billy, weil Billy seh ich auch sehr, sehr selten. Aber, ja. Victor triffst du tatsächlich auch beim Boxen. Also, er ist Boxtrainer da jetzt. Ja, er hat ja auch das T-Shirt angehabt, ne? Ja. Das stimmt. Das war doch der, wo wir da standen und hat sich hinter der Holzmauer versteckt. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Seit ich nicht, dass ich das ganz erzählen soll, ist, dass nicht viel passiert heute sonst. Dann warst du schon fertig mit dem Erzählen, was du gestern alles gemacht hast, ja, ne? Ich war arbeiten, ich hab was mit Arizona und Ginny unternommen. Ja. Ah, ja. Und dann war er noch in der Biazada-Sach. Genau. Achso, hast du noch Zigaretten? Warst du eine? Alles gut. Ginny hatte mir vorhin noch welche gegeben, weil ich, ich wurde ja, als ich gerade eine rauchen wollte, wurde ich ja von Rick angerufen, wegen ihr. Und da hab ich mich erst mal bei ihr beschwert, dass sie mir eine Zigarette schuldet. Aha. Ja. Muss halt so, ne? Also zwischen Ginny und mir, das ist auch so eine Hassliebe. Also, ich weiß nicht, ob dir das schon aufgefallen ist. Bis jetzt ging's noch. Ja, da hattest du tatsächlich sehr viel Glück. Ja, ja. Ja, Ginny und ich haben da so eine besondere Beziehung irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, okay. Dann ist es halt so. Das klingt sehr begeistert. Eine besondere Beziehung. Habe ich dir jetzt Angst gemacht? Nö, ich denke mal, die wollen doch heiraten am 9.7. Dann hat sie jetzt mit dir noch eine Beziehung. Wow. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt davon halten soll. Ja, ähm. Ja, weil, und schon wieder also verlegen. Nein, alles gut. Ich hab das schon verstanden, wie du das meinst. Ähm. Es gibt da tatsächlich noch so eine Story, aber, ähm. Lass ja auch. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie ich das erklären soll. Also, ähm. Also du fängst wieder von Anfang an an, ne? Ja, ja. Okay. Also damals, als wir eingereist. Ähm. Ja, Arizona und Ginny haben ja auf der Union Grain angefangen. Ich glaub, das hatte ich ja schon mal erzählt. Und ich bin dann irgendwann dazu. Ähm. Und da haben wir mal so einen Farmausflug gemacht. Angefangen hat dieser Farmausflug damit, dass wir, ähm, von einem unserer Vorarbeiter eingeladen wurden und mit der Limousine zu diesem Wanderausflug vorgefahren sind. Das war schon sehr interessant, tatsächlich. Wow. Ja. Ähm. Ja, und dann während dieses Wanderausflugs hat sich so ein kleines Drama abgespielt zwischen mir und Ginny. Also, es war Schauspielkunst auf höchstem Niveau, sag ich dir. Ähm. Es hat tatsächlich im Grunde eigentlich niemanden mitbekommen, obwohl wir es sehr offensichtlich gemacht haben. Ähm. Ja, das ist, ich weiß nicht, ähm, inwieweit ich das hier jetzt ausführen möchte. Ähm. Na, wenn dann richtig. Oder wäre ich jetzt geschockt? Nee. Okay. Alles klar. Nee, danke. Nee, weißt du, da brauchst du nicht mehr sagen ja oder nein, weil die, dieser kurze Moment, wo du jetzt still warst, das sagt schon alles. Wie gesagt, es war Schauspielkunst auf höchstem Niveau und, ähm, wenn es dann, dass wir so ein kleines Beziehungsdrama irgendwie hatten. Deswegen, Ginny und ich haben eine spezielle Bindung. Ähm. Ja. Hat tatsächlich, wie gesagt, niemanden mitbekommen, bis wir irgendwann wirklich offensiv jemanden mit reingezogen haben. Die, glaube ich, irgendwann auch echt ein bisschen verzweifelt und überfordert war. Ich glaube, wir wurden tatsächlich sogar von ihr gefragt, ob das jetzt ernst gemeint ist. Okay. Ähm. Ja. War sehr lustig. Und seitdem ist das immer so ein bisschen... Also, wundere dich nicht, wenn wir da mal so ein bisschen, ähm... Ist gut, alles gut. Alles gut. Ja. Also, ja, zwischen mir und Ginny ist das sehr viel Spaß tatsächlich. Weil, wie du ja mitbekommen hast, ja, sie heiratet auch, ne? Also, das ist... Ähm, muss man sich wirklich... Ja. Ach, ja, äh... Linne, Linne, danke für deinen Follow, schön, dass du da bist. Ja. Das war's. Ja, mir habe ich tatsächlich da nichts zu erzählen. Ach, schön. Achso. Hat sich auf alle Fälle schön angehört, die Geschichte, ja? War auf jeden Fall sehr, sehr lustig, ja. Überlegt hat sie... Überlegt hat sie... Ich bin echt am überlegen, ob... War da noch eine lustige Geschichte? Mit Ginny irgendwie mal? Hm. Ich kenne keine lustigen Geschichten. Wollte sich jetzt an Teilen bei mir nichts ein. Was? Hast du noch nie irgendwas Lustiges erlebt? Jeden Tag ist lustig. Das ist jetzt nicht so, dass ich... Ja, ich meine, da, wo ich meine Angel zerbrochen habe, das war ja nicht schlecht, ne? Ich hätte das auch echt zu gern mitbekommen. Ja, schön, ne? Ja, ich weiß nicht. Achso. Die Angel, die biegt sich. Ich halte mich am Geländer fest und mit einmal macht es knack, knack, knack. Ist ja wunderschön. Und dann habe ich dann nur noch den Herrn Sendersen neben mir. Was? Na ja. Ist alles in Ordnung? Ich sage, aber ja. Und dann hat er angefangen mit lachen. Toll. Weiß er? So ist das. Hast du eine andere Reaktion erwartet? Ich glaube nicht. Ja, jetzt stell dir mal vor, ich hätte mich verletzt. Ja, also ich glaube nicht, dass... Also da hätte er dir schon geholfen, denke ich mal, nachdem er dich ausgelacht hat. Aber, ähm, gehört doch so. Wenn irgendwas Dummes passiert, natürlich lacht man erst mal. Ich meine, als ich mal eine Treppe runtergefallen bin, Arizona hat mich auch erst mal, ähm, ein bisschen ausgelacht und war schockiert. Aber ich glaube auch eher wegen meiner Reaktion, ähm, ja. Ja, es tat ein bisschen sehr weh. Das einzige, was ich rausbekommen habe, waren... Autschi. Autschi? Autschi? Vor allem. Ein Ding. Ja, ein Autschi. Okay. Ja, es ist, ähm... Ich glaube, ich stand einfach ein bisschen unterschockt, ob das wirklich passiert war, weißt du? Mhm. Es, ähm... Hält mich aber trotzdem nicht davon ab, Leitern hochzuklettern. Sag ich dir, wie es ist. Ja. Toll. Das musste man machen bei Gewitter, war es so. Oh, bei was? Bei Gewitter. Eine Leiter hochklettern bei Gewitter. Ja, 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 ja. Ja, okay, so geisteskrank bin ich jetzt nicht. Da hatte ich hier einen Einsatz, wo das, äh, das letzte Mal jetzt so war, wo das so gewittert hat, wo Stromausfall war. War natürlich, da klar, sieh ja wieder Impulenz 1, ne? Wurzeln gerufen, hilflose Person liegt auch vor, da ist von der Lade gestürzt, ist da eine ganz prima. FD war nicht verfügbar, weil die waren am E-Werk, um zu gucken, dass die Sicherung alle wechseln, dass das Strom wieder da ist. Mhm. Es hat aus Eimern gegossen, ich war komplett durch. Das glaube ich. Haben wir den Ohr mit Schlitzverband angelegt und haben den zu zweit, also Buch stand unten, haben wir versucht dann hier so runterzubringen. Oh, ich sag das. Wegen. Leitern wunderschön. Wenn man es so vermeiden kann. Mhm. Ja, ich, ähm. Und der hat aber auch größeres Autschi gehabt, also. Ja, das glaube ich, ja. Ich hatte mir nur so ein bisschen mit dem Fuß und dem Arm so ein bisschen, ja. Aber das ist auch alles nur passiert, weil Arizona mal wieder am Telefonieren war. Wir waren zusammen unterwegs und sie war einfach, sie hat auf einmal, ähm, mit ihrem Chef angefangen zu telefonieren. Und das halt echt, das war bestimmt eine halbe Stunde und dann war mir halt irgendwann langweilig. Und, ähm, ja. Ja, ich bin mir langweilig, es ist manchmal kommen mir ein paar ganz dumme Gedanken. Okay. Ja, da bin ich halt einfach weitergegangen. So, von dem Gespräch her, ne, was ich mit Arizona hatte im MD. Ja. Ja. Wie hast du dich verhalten, wo du von mir hier weg bist, wo wir, wir saßen ja da hinten irgendwo, ne? Du bist ja zu Arizona und zu Victor gefahren, oder? Ja. Wie warst du da drauf? Wie, wie war ich drauf? Warst du ein bisschen so hibbelig und so, so ein bisschen durchgedreht, kann das sein so? Wir haben nur gesagt, du bist rumgerannt mit der Taschenlampe, also hat mir Arizona erzählt. Seine. Das verstehe ich jetzt nicht so, das müsstest du mir wohl nochmal erklären. Was soll ich dir denn da erklären? Warum du so, wenn du von mir wegfährst, so. Du hibbelig bist. Es, es war halt einfach so, also. Komm, komm, komm. Ich weiß nicht, was du von mir hören willst. Also ich glaube, sie übertreibt da auch einfach ein bisschen. Ah, ah, okay, okay, ah. Jetzt ist er natürlich weg, das ärgert mich. Ja, Schande aber auch, das ist aber auch blöd. Aber ich könnte sie mal anrufen, oder? Mach, was du nicht lassen kannst. Aber interessant, dass ihr da auch drüber gesprochen habt. Das hat einer von euch mit einem Wort erwähnt bisher. Ja, das ist mir jetzt auch nur so eingefallen. Dahin bleib ruhig, das war gerade Rick. Da richtet sich gerade schon wieder auf, warum die Vorschule nicht so flexibel ist, weil er am Dienstag einen Vorschulterminen hat. Oh, Mann. Ich glaube, da kann er sich glücklich schätzen, dass er am Dienstag schon einen hat. Ich bin froh, dass ich alle Führerscheine habe, die ich brauche. Und die damals wirklich gemacht habe, direkt. Hm, schön. Hm. Hast du auch einen Bootsführerschein, ne? Ne, Bootsführerschein nicht. Aber Arizona hat einen. Aber, ja, ja, ich weiß. Das hat sie mir gesagt. Ach, das hat sie dir erzählt? Okay. Das war auch noch in dem Gespräch, weißt du? Sag mal. Also, war ein ziemlich intensives Gespräch, ja? Auch intensives Gespräch. Nein, wir haben uns einfach so unterhalten. Ich dachte, du warst am Arbeiten. Ja, ich war auch sogar Leitsteller, weißt du? Aber die anderen haben für mich gecheckt, das war alles gut. Ähm, nein, äh... Warte, neben wem hast du denn dieses Gespräch geführt? Neben Rick. Okay. Und gegenüber stand mir Arizona... Ich kann ja schlecht Arizona mit in der Leitstelle nehmen. Das wird ja nichts. Das funktioniert ja so nicht. Ich meine, dann, wenn sie ihre Gürkchenklamotten anhat, dann schon, aber... Ihre Gürkchenklamotten? Ja. Okay. Ja, aber... Aber so, ja. Da sind wir nur auf das Thema gekommen, ne? Wegen Angeln, dass ich mir keinen Stress machen soll. Und... Ja, es hat halt so angefangen wie... Nicht, dass es wieder so rüberkommt, als ob ich jetzt hier ihr aus dem Weg gehen wollte. Und das hat sie aber verstanden, dass ich da wohl keine... Keine Zeit hab. Einmal kurz... Ja. Hast du Lust, zum OP zu fahren? OP hat offen, oder was? Ja, der Außenbereich. Ja, wo ist denn der Außenbereich? Ja. Es ist Außen halt. Also hinten. Ach. Okay. Mach mal. Also nur, wenn du willst. Ich wollte dich jetzt auch nicht... Ja, ja. Ist klar. Ist klar. Oh. Nein, war ein Spaß. Klar können wir hinfahren, Mensch. Dachte ich, ich hab eine Chance gewittert, weißt du? Ach so, stimmt. Da kannst du mir jetzt vorsingen, ne? Ja. Was? Ne, nicht? Doch. Ne, nicht? Doch. Mich wirst du nicht singen hören. Bitte. Mm-mm. Bitte. Niemals. Ich glaube, ich singe... Du kennst den Spruch, gell? Welchen? Sag niemals, nee. Ja, den kenne ich, aber da bin ich mir tatsächlich sehr sicher. Ach, ich werde dich irgendwann schon mal singen hören. Meinst du? Hm. Wie kannst du dir da so sicher sein? Weil du bestimmt so eine bist, die unter der Dusche sinkt. Meinst du? Meinst du? Ja, definitiv. Also, ich komme jetzt nicht ins Bad, aber ich lausche da mal von außen. Und dann sing's. Vielleicht nehme ich es sogar mal auf, ich weiß noch. Was? Mich? Okay. Kannst du ja schon mal die Tage zählen, ne? Was für Tage? Ja, bis das vielleicht mal passiert. Ich meine, wenn du dir das sicher bist. Ja, immerhin, das ist keine Wochen, sind nur Tage. Ich meine, davon abgesehen, das ist ja dann gut. Definitionsherre, ja. Ja, das liegt jetzt nicht an mir, das liegt ja an dir. Mit dieser Definition. Es können auch 365 Tage sein, also es sind trotzdem Tage. Ich hätte auch sagen können Sekunden. Bitte? Kannst du nicht mit Meime stehen bleiben? Doch, kann ich. Wenn ich entsetzt bin, kann ich alles. Was? Du bist entsetzt? 365 Tage? Bitte? Das ist doch noch nichts. Blas! Aber bitte weiter. Dankeschön. 365 Tage ist nix. Okay. Ja. Ich sagte, ich bin schon länger als 365 Tage auf dieser Insel, also von daher. Naja. Verstehe. Wer ist jetzt, ist Genie doch da oder was? Ja. Ich habe gerade geschrieben, sie konnte nicht schlafen. Beziehungsweise, sie konnte nicht liegen bleiben und hat das OP aufgemacht draußen. Nachdem sie gestern ja nicht konnte. Naja, da willst du auch schon ein bisschen was einnehmen, ne? Das ist halt als CEO. Sie ist ja CEO, ne? Ja, sie ist CEO. Wir können gleich, wenn du was willst. Okay. Auto wackelt. Ja. Okay. Mm-mm. Was holt er jetzt? Holt er sich ein anderes T-Shirt? Er holt sich ein anderes T-Shirt. Okay. Die Frage ist, warum holt er sich ein anderes T-Shirt? Die Frage ist, warum ich ein anderes T-Shirt? Okay. 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 Danke dir. Da hatte ich glatt schon wieder diesen Druck auf den Ohrn, Entschuldigung. Ja, ich habe es gemerkt. Und Whisky? Okay. Oder möchtest du doch lieber ein alkoholfreies Bier? Nee, alles gut. Was kriegst du? Zahlt er zusammen oder getrennt? Zusammen natürlich. Natürlich. 30 Dollar bitte. Dankeschön. Bitteschön. Ja, Prost hier zwei, ne? Ja. Und ihr Kampai? Bitteschön. Und was hat dich jetzt dazu verleitet, das OP doch noch aufzumachen? Langeweile. Okay. Ja, ich konnte nicht schlafen. War zu früh. Aber Billy war doch da. Ja, die ist auch gleich immer noch da. Sicher. Ja. Ja, wenn nicht, kriegst du Kasala. Bitte, was kriegst du da? Ich dann ärgere. Ach so, okay. Kasala. Was hast du gerade trotzdem gesagt? Kasala. Das ist etwas von Fia und mir. Ah. Fia. Ginny? Mhm. Ich habe ihm vom Farmausflug erzählt. Da schlägt dich nicht. Ja, der war schlägt. Das war ein toll, Ginny. Hast du mir auch erzählt, dass das kurz davor war, bevor das mit Tobi angefühlt? Nee, das habe ich für nicht so wichtig empfunden, tatsächlich. Ach so. Ja, aber der hat es ja auch nicht mitbekommen, also von daher. Ja. Und dabei waren wir so schön unauffällig. So auf den Baumstämmen vor den anderen. Ja, das ist klar, ja. Wir waren einfach nicht interessant genug, Sumi. Ja, ich merke das schon. Kann ich gar nicht verstehen. Ich auch nicht bei unserer schauspielerischen Kunst, also. Ich finde, wir haben einfach alle entertaint. Ich habe das schon durch die Krise gekriegt. Ganz minimal. Ja. Ach man. Das war schon ein Trupp. Ja komm, die Anreise hat das Stil. Ihr hat da richtig Stil. Aber ich meine, das ist auch so ein Ding, das kann auch nur Otis bringen, ne? Jaja. Sprech mit dem. Hast du von dem mal was gehört? Nein. Wir befürchten tatsächlich schon, dass er wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommt. Also, soweit ich weiß, ist er immer wieder in Alaska. Ja. Das ist auch schön. Ja, ich weiß aber. Also eigentlich hat er mir versprochen, er meldet sich, bevor er wirklich komplett sagt Tschüss. Aber man kennt ja Otis. Ja. Ja, umso genau so schnell wieder weg. Komm wieder auf, doch. Ja. Das ist nur schade. Aber... Ja. Ein bisschen vermisse ich ja die alten Zeiten, Sumi, ne? Welche genau? Ja, auf der Farm. Oh ja. Wenn du jetzt auf der Farm arbeiten wirst, bist du irgendwie immer alleine. Echt? Ja. Das ist traurig. Nein, aber so dieses, weißt du, man sieht ja auf der Prio-Liste, okay, das und das ist Prio. Mhm. Die Leute, anstatt dass sie eine Prio erstmal gemeinsam angehen, fallen sich komplett auf. Aber ich hab das Gefühl, dass der Zusammenhalt ist auch irgendwie nicht mehr so da. Aber es sind ja immer wieder neue und die gehen ja auch immer wieder alle, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Irgendwie schade. Ja. 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 Mir soll es egal sein. Ich krieg mein Geld und gut ist, aber... Ja, aber es ist trotzdem schade. Ja, ist es auch. Ich mein, wenn du mal überlegt, was wir für'n Spaß zusammen hatten beim Böhnchen pflücken oder so. Beim Böhnchen pflücken. Beim Böhnchen pflücken. Beim Reis. Beim Reis, ja. Reis, äh, na. Mhm. Soll aber wohl besser sein, ne? Noch mal besser? Als, ähm... Ey. Ich soll jetzt mittlerweile schon mal zwei Säcke Reis befüllen können. Was? Ja. Fortschritt. So wie Fortschritt. Meine Güte. Ist ja Hightech hier. Ich hab's bisher noch nicht ausprobiert. Also ist das keine Selbstbestrafung mehr, also? Weiß ich nicht. Ich hab's bisher geschafft, nicht Reis ernten zu müssen. Du wirst es nicht glauben, ich hab damals tatsächlich, obwohl ich wusste, dass Reis schrecklich ist, mich freiwillig an den Reis gesetzt. Ich glaub, zwei oder dreihundert Reis wollte ich ernten. Ja. War zu dem Zeitpunkt wirklich Selbstbestrafung. Weiß nicht. Ja, okay. Weißt du, damals zusammen mit Arizona und CJ oder auch mit dir, ja, das hat selbst Reisspaß gemacht. Ja, zusammen ja. Aber ich setz mich jetzt nicht hin und mach über siebenhundert Reis alleine. Also siebenhunderts Ecke. Nee, danke. Das... Allein, wenn ich sehe, dass da siebenhundert steht, da würde ich das auch nicht alleine machen. Also... Ja, die Zahlen sind durchaus größer geworden in manchen Bereichen. Echt? Okay. Ja. Und dann halt, ja, und dann alles alleine. Das ist doch... Also es macht doch auch keinen Spaß. Ja. Tja. Klar, manchmal sind Leute zu zweit, aber die kommen dann auch gefühlt. Ja. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, anscheinend wollen die Leute keine Kontakte mehr irgendwie zu irgendwem haben, anscheinend. Dabei ist das doch so viel lustiger, wenn man mit mehreren ist. Ja. Ja. Vor allen Dingen... Ja. Vor allen Dingen auf der Farm. Es ist, ähm... Da hätt ich auch weiterhin alleine Bauxit abbauen können, du. Hm. Na, aber ich glaub, das war schon ein ganz gut Genie. Da wegzukommen, auf jeden Fall. Mhm. Wieso, was Victor mir erzählt hat, letztens, auf jeden Fall. Wieso, was hat er dir erzählt? Die Zustände immer schlimmer. Ah, jaja, okay. Okay. Weil, äh, kaum Personal wirklich auch da ist. Okay. Und er gefühlt immer alleine im Abbau ist, dann noch ein Sam die Touren macht und eine Kim in der Schmelze rumhängt. Hm. So, und dann kommen alle paar Tage mal ein Jimmy vorbei und das war's dann auch schon fast wieder. Oh, man. Ja, ich glaub aber momentan ist das wirklich so ein allgemeines Problem. Irgendwie hab ich das Gefühl, die Leute haben sich schon wieder alle, sind wieder im Urlaub. Mhm. Ich glaub auch nicht, dass heute großartig viele vorbeikommen. Ja, äh, hast du gepostet? Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, klar, das wär, das wär, wenn sie, wenn sie ein Laden oft macht und postet nicht. Ja, bei Genie weiß man doch nicht. Was soll das denn jetzt bitte heißen? Ich bin nicht Freya. Ja. Jetzt schiebst du die Schuld schon weiter, okay. Ja, Sumi. Hm? Guck mal, da drüben, da ist eine wunderschöne Bühne. Nein. Komm. Nein. Doch. Nein. Wir sind unter uns. Los. Nein. Doch. Ja, Sumi, das könntest du da mal machen. Gini, ich schlag dich. Ich hau dich weg. Los, komm. Hau einen raus. Du musst noch vorsichtig mit mir sein. Tch. Rick will auch nochmal auf ein Bierchen kommen. Ich hab mal ein bisschen gesorgt für deinen Umsatz. Ja, perfekt. Aber der ist nicht immer noch im Dienst gewesen, oder? Nein, nein. Ach, der hat jetzt auch, wo wir sind und ob er nicht stört und ich sag Quatsch. Doch, Rick stört immer. Nein. Echt, ja? Warte, ich bestelle ihn ab. Ich ruf ihn am besten gleich an. Ist das der, der gewunken hat, Sumi? Ja. Okay. Ach, der ist cool drauf. Wenigstens einer hat er dann zurückgewunken. Ne, ich hab dann auch zurückgewunken. Ich würde ganz sagen, ich bin jetzt nicht mehr mitbekommen. Na, schönen Dank auch. Also, ich war immer am gucken, weil du dich dann versucht hast hinter dem Stromkasten zu verstecken, Masumi. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen. Oh, ist mir das peinlich, oder? Ja, ja. Genau. Wie war die ganze Zeit am Meckern? Oh, guck mal, Ginny, die stehen da oben alle. Oh nein. Ja, das stimmt nicht. Ja, doch. Ich hab gar nicht aufs Hingel geguckt und ich so, wer steht da unten? Das M? Und dann habt ihr euch ja gegenseitig bewunken. Ja. Oh Mann. Los komm, schnapp dir das Mikrofon. Nein. Und hau jetzt einen raus, komm. Ey, du hast so eine schöne Stimme. Ich fang hier nicht an zu singen. Nein. Ja. Ginny. So nicht schon mal. Du kannst doch mal ein schönes Lied singen. Das zieht die Leute an. Ich glaub, das stößt die Leute eher ab. Ginny macht Umsatz dabei. Ja. Na. Ich hör dich singen. Ich hör dich singen. Nein. Ich hab einmal was gesungen und nie wieder. Ja, da war ich aber nicht da. Hä? Ginny warst du da nicht bei? Mit den ähm. Ähm. Ich glaub, war das? Dann war das Arizona die dabei war. Ähm. Die Bananas in Pyjamas oder Charlie mit der Banane im Ohr? Was? Okay. Dann warst du nicht da ruhig. Ja. Gut. Also hast du. Kann sich Arizona etwas vorsingen und mir und hier dem Klaas auch nicht? Eben. Also. Das geht. Das geht. Bitte. Also Masumi, jetzt ist noch kein anderer. Nein. Was sind denn übrigens diese Pyjama, Banana, was weiß ich da für Dinge? Frag lieber nicht. Ja, aber ich frag doch gerade. Ja, wollte ich gerade sagen. Es sind halt Bananen in Pyjamas. Also. Oh, geil. Es sind halt, ja, es ist äh. Ich weiß nicht, warum ich sowas kenn. Wie kann das bitte aussehen, eine Banane im Pyjama? Die Dinger haben doch noch nicht mal Arme und Beine. Ja doch, die haben Arme. Also. Nein, also. Also die Banane würde ich nicht mehr essen wollen. Ja, weil. Okay. Ganz mein Humor. Oh man, das ist ja doch doof. Fench hat doch einfach mal Bananas in Pyjamas, bitte. Dann habt ihr das. Schön. Ja, mach das mal. Da gibt's auch so ein Wunder. Das ist, glaube ich, so eine Kinderserie gewesen. Hm. Jetzt wird's interessant. Hm. Da gibt's ein wunderschönes Intro zu und das hab ich ab und an mal so in meinem Kopf stecken. Na dann hau. Was ist los? Nein. Böde. Nein. Ist ja unangenehm sonst. Ne, ne. Ach quatsch. Wir sind doch unter uns, Mensch. Ginny, wen schaffst du jetzt? Ich hab zwei Sequenzen davon mir angerufen und jetzt schon verstört. Oh, warte. Warte. Wieso verstehst du das? 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 Da läuft auch immer so ein Schrott im Fernsehen. Okay. Aber, nee, grad da gibt's ja auch eine animierte Igitt. Igitt? Igitt? Eine animierte Banane? Ih. Nein, aber ich mein tatsächlich schon die alten. Also, die älteren. Also, die... Genau. Heißen die Banane 1 und Banane 2? Ja. Das ist sehr praktisch. So kann man sie auseinanderhalten. Ja, das steht sogar auf deren Pyjamas drauf. B1 und B2. Ich seh da so ein B1 und B2. Mhm. Ja, die sind ja richtig kreativ, was die Namen anbelangt. Ja, ich glaub, die haben auch... Ich weiß gar nicht mehr. Die haben irgendwie welche Freunde. Die sind auch irgendwie ganz komisch. Also... Aber, weil... Wisst ihr was? Die wollten eine Party schmeißen. Das kenn ich noch. Ne. Echt? Doch. Im Pyjama? Ja. Die laufen immer im Pyjama rum. Mein Gott, jetzt hab ich wieder... Die Bananas im Pyjama. Ach ja. Schön. Schön. Komm, sing. Los, komm. Schön. Wir haben uns das Lied vor. Auch Französisch. Natürlich. Du hast gesagt, das ist eine französische Sendung also. Ja, aber ich kann kein Französisch. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Aber ich bin keine... Ich bin keine Französin. Ja. Ja. Wann kommt Jen wieder mal? Irgendwie? Keine Ahnung. Die hat mir geschrieben gehabt. Aber ich wurde daraus nicht so ganz schlau, ob es jetzt gerade da ist oder nicht. Wie? Ja, sie hatte geschrieben. Salute, Jenny. Mir geht es soweit gut und dir bin zur Zeit immer noch viel unterwegs und froh, wenn ich endlich mal wieder zu Hause sein kann. Okay, das verstehe ich. Das hat sie schon gestern geschrieben. Ja, gut. Das ist echt... Also, da weiß man nicht... Okay. Ich verstehe schon. Aber ja, vielleicht kann Jen euch das irgendwann mal vorsehen. Dann können Sie anzurufen. Bananas in Pyjamas sich gut verstehen. Mir geht nichts dran. Ob ihr Ehemann dran geht? Mir geht doch nie ran. Also... Ab und zu erwische ich ihn mal, die Barbie-Puppe. Ne, ich nie. Aber okay, ich versuche auch nie ihn anzurufen, nur wenn ich irgendwas will. Ups. Ja, vielleicht geht er deswegen nicht so oft bei dir ran. So. Ey. Ich will ihm doch nur Umsatz bescheren. Ach, ihm wird es Umsatz bescheren, ja? Aber Genie nicht. Hä? Wieso? Genie? Nein, du sollst ja singen. Nein, ich bestelle jetzt Rippchen. Hast du Rippchen? Auch noch. Ja, natürlich habe ich Rippchen. Ja, damit. Aber ich glaube nicht, dass du meine möchtest. Ja, mit denen habe ich auch verstanden. Einmal, zweimal, wie viel? Ähm, viermal. Viermal? Ja. Was hast du vor? Die hat Hunger. Ja, das glaube ich auch. Das ist ein Rippchen. Hallo. Ah, ich will meinen, ein Rick Sanders ist gerade vorbeigefahren. Was? Meinst du? Ja, ja. Dann stell ich mal für dich den Grill an, ne? Ja. Oh, das war jetzt so ein bisschen... Genie, du bist dein Schatz. Kannst du dich mal? Ja. Sag doch, Hassliebe. Eine Liebe unter den Freunden. Ach, das geht noch schlimmer, sag ich dir. Warum lachst du? Ich hab grad einen Standort geschickt. Ist ja vorbei. Ist ja... Hallo. 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 abend ich werde gerade reingehen ich habe doch ich habe doch geschrieben wir sind draußen da bin ich gerade hier vorne an der einfach vorbeigelaufen ich hab dir noch mal extra noch einen standort geschickt mit meinem gelben flitzer ach mensch weiß nicht wo er das opi ist wo man dann ist ja ich habe dich schon wieder vorbeigefahren ist hast du ja mein auto ist laut da haben wir die gläser in der schrankwander drin macht euch alle über mein auto das finde das kohle nein um gottes willen ist das ist hässlich und das mitgebracht ja eine gurke da was sie da fährt hat er für 600 dollar zu jahren gekauft also hast du eine meise wieso für 600 dollar ja die sind teuer ich glaube 50 dollar eine also so eine normale was ist eine normale was ich glaube eine normale kostet 50 dollar oder nicht kommt drauf an es gibt 50 ich glaube die günstigsten kosten 30 oder 35 oder so okay guck mal hier damit mein outfit komplett ist lila ist der letzte versuch oder wie war das keine ahnung ist lila ist mazumis lieblings vor aber ich sag ja nicht schlimm jetzt rennt ja komplett in lila rum ja mein auto wird irgendwann auch noch lila ist gut ich habe mir jetzt auch noch das t shirt gekauft die cap hat rose ausgesucht finde die kohle mehr so was fünf sechs stück mitgebracht und die nice aber da gibt mir das mal dass das kipp der feld ist ja gar nichts auf beim jaja vielleicht fällt es gar nichts auf bei meinem haus ich glaube schon er macht ja mal vernünftigen haarschneid dann geht das auch jetzt aber ich bin ich aber nicht mal klar mittlerweile haben sie sich was ist so anziehen weil ich mich mal so mit der bunten irgendwie irgendwie ich finde es cool was sag ich mal so mit was wozu mein stil ich habe mich ja so ein bisschen jetzt verändert er nämlich mit rose zu tun habe ein bisschen mehr solche farbenfrohren klamotten an keine ahnung ich glaube ich kann das nicht beurteilen zu vorher doch immer so stark doch sag einfach ob ich das tragen kann ob das scheiße aussieht sonst nütter ich finde es gut ja ich finde das passt das einzige wo sie geschluckt hat war mein t-shirt was für ein t-shirt mein erstes das ende deswegen habe ich mir schnell noch angezogen jetzt aber das viel besser besser was denn das her alter heute steht was sind da drauf einmal deine rips rippchen einmal die kleinen der kleine teller wie viel kriegst du nicht wird sich dollar bitte wird es denn gehen meine ich oh warte ich hab's warte nein warte ich gebe dir alles was ich ich gebe dir alles was ich habe warte hier so viel bist du mir wert danke ich habe jetzt das ist schon ärger von meinem angestellten was kriegst du davon alles gut ja du warst viel zu lange danke ich ja okay dann erst mal ich hab noch nie eine zugarie auf der erse geraucht warst du bei mich schon meiner wohnung wollte mich meinen land aber er hat eine richtig geile wohnung ich finde die nicht so toll das sind diese wo es so ein großes das ist eine etage ist es ich weiß ich weiß wie die geschnitten sind ja ja wenn ich wählen müsste finde ich tatsächlich eine besser also vom schnitt her also also ich habe mir vorher noch mal kurz getroffen aber ich war jetzt die meiste alleine unterwegs ich bin ich außer dienst gegangen 19 uhr 20 oder so habe konnte noch eine hose geschenkt und dann bin ich abgehauen was können in hose geschenkt in der hose ja der wollte eine haben ich hatte noch eine über eine spezielle und das ist sowas da denkt doch nicht mal ein glas er sollte erst mal gucken ob sie passt ist diese diese helle jeans sich immer anziehe ich habe mir jetzt noch ein paar gekauft und habe ich erst mal im schrank guckt und da bin ich eingereist also hatte ich die zwei mal die gibt es von tricks empire ist die du kennst diese grün also wie die glührende hose ist die hier wie die hier bloß in so genstoff ja ist gut dass du den geschenkt hast ja hätte die aber auch gestanden glaube ich aber da müssen wir ein paar vernünftige t-shirts tragen nicht so eine lappen immer so meinst du mich jetzt ja klar ja klar zu mir hast du noch zugritten oder ja alles gut jetzt noch so eine schöne eckehafte gold kette und so eine schöne fette goldene uhr habe ich habe ich gesehen wieso hast du die nicht neben deinem whisky gebungen oder was da habe ich abend dann noch gehabt ja die sammeln noch genug sein eine uhr habe ich eine platin in platin band und so ein ja das war die die vom ex bekommen hast oder was und wen das ist die das ist die das ist die selber na ja genau aber ich müsste auch noch eine goldene haben arbeitet zwei stunden am tag und hat hier reichen ich war gestern acht stunden im dienst davon vier und halb die leitstelle das war so dumm und wer hat das zu dir gesagt dass river hat es mir verboten heute aber wer ist da noch groß da ja ich sollte also heute hat er gesagt ich soll ich soll gucken dass wir die verteilen mehr und dieses aufgewandertes oft das mache und einige andere auch noch und das war mal lieber andere noch machen und ja die verwaltung hat da wohl letztes mal extrem darauf hingewiesen dass wir wohl ja aber auf wen sollte es denn verteilen wenn keiner da ist ja das habe ich auch gesagt wenn du den fehler das ist das ist das ist halt so es ist halt wollte er noch was trinken ja wir haben noch gar nicht angefangen die zwei ja schon ach so da muss ich noch nachholen hat der irgendwas zum aufholen da irgendwie was knallt hier in long island nee warte mal was hat denn vier prozente das was am meisten prozent bei uns hat ist der absinth ja dann zwei bitte okay gut nur die harten kommen gerade ich muss mein geld holen fällt mir gerade aber ich habe 60 dollar dabei 60 dollar dabei reicht es ja wollte ich auch noch was trinken hätte ich auch noch alles gut das lachen ich bestelle hier euch du musst wirklich gleich noch geld holen ich hoffe das reicht einmal das böse grüne Zeug das ist gut das ist nur wunderbar wenn es wieder den hals hochkrabbelt und anfängt zu dann weiß es ja gut war das kommt manchmal wieder das wirkt dann dreimal so gefühlt naja zweimal ist es immer gebrannt aber dann sollte man aufpassen vor offenem Feuer weil das könnte dann auf jeden Fall ja dann halte ich vielleicht von der einen Seite ein bisschen fern weil da haben wir unsere Feuertunnen soll ich mal dahin hauchen denn wenn es kurz geknallt hat dann der holzt so eine Flamme auf die aber sind meine Haare nicht mehr weiß auf jeden Fall sind die weg das glaube ich auch das könnte gut sein ja aber ich habe kein Problem ich habe so eine andere Verkleidung wenn ihr mir so eine Brille gibt wie ich jetzt auf habe bloß mit durchsichtigen Gläsern dann sehe ich aus wie Steve Urkel ohne Witz dann muss ich da habe ich bloß ein paar Hosenträger und ein Hemd was ich in die Hose stecke und dann geht das los das ist kein Spaß so ist das so das ist wirklich jetzt mal getestet habe ich gesagt so ein Scheiß ey du kennst doch die Brille wir haben die doch da warst du dabei Klaas ne diese Runde da die ich von Daryl da aufhatte vor euch was bekommst du dafür 30 bitte 30 alles klar hätte ich ja vierer nehmen können oder hätte ich ja noch wollt ihr auch noch was trinken nein alles gut leo hi 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 du wieder hier ich bin wieder hier ja 30 waren das ja das freut mich genau gibt's dir gut Leon auch ja 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 Prost ne ok ich hab ihn wieder nach Hause genommen konntest ihn überreden wenn ich mit jemandem nach Hause fahren kann muss mit Taxi fahren hallo der hat mir mit Chat lecker als ich der ist schon schlafen ja ja dann lass ihn schlafen ne muss auch mal sein genau ach aber schön das freut mich ja war froh dass er wieder mitgekommen ist ja das glaube ich ähm hat sich glaube ich auch echt überrannt oder jetzt nicht ich hab da nur so nebenbei das äh ich wusste nix davon bis er es hier gesagt hat ja ja hab ich den Boden unter den Füßen weggetogen ja ich glaub das war einfach ne Schnapsidee oder von ihm äh nein er braucht eigentlich die Auszeit sagen wir es mal so aber da er die Leute hier und so trotzdem auch vermisst hat tatsächlich da ich nicht fahren muss ja äh ist er mitgekommen wieder aber er ist noch nicht voll da sag ich es mal so ja 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 aber nehmt sich jetzt halt einfach so die Auszeit dass er mehr zu Hause Dinge macht und so ja ja was soll er machen also natürlich ab und an braucht man halt ein bisschen freier Raum würde ich sagen aber ja ähm ich bin jetzt jedenfalls froh dass er wieder da ist das glaub ich glaub ich dir wirklich ja ja sag ich dir nicht ich bin jetzt jedenfalls froh dass er wieder da ist das glaub ich glaub ich dir wirklich ja 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 bei dir läuft im md und so ja alles paletti würde ich sagen das klingt doch ja ab und an muss es einfach mal laufen oder wenn ja nicht immer nur das stimmt kann ja nicht immer alles scheiße sein also kann bestimmt schon aber ähm ich glaub sonst ja wir haben ja eine Bühne hier ja können wir nachher einfach dort die Lieder singen macht die nicht oh ja ich bekomme ich bekomme Azumi Rick ja Klaz hat mir grad versprochen nein nein ich bin ich bin gespannt nein ich bin wirklich gespannt ok sie sinken auch ich hab gesagt du hast mir das versprochen irgendwann klatsch ich euch um bitte nein ey das was hat er dir erzählt jetzt hat er dir doch gerade gesagt was er mir erzählt hat ich du ihm lediglich gesagt dass du nicht singst außer unter der Dusche das kannst du gar nicht zu 100% sagen ach so jetzt jetzt prozentuieren wir die ganze Sache ok also bin ich doch schon mal auf dem richtigen weg ja ok du arsch schön weiß nichts was ist los schöne frau nichts alles gut aber mein t-shirt ist nicht mehr so auffällig oder es geht nicht nein das ist das ist das ist besser wie das andere ja also tut mir leid aber das andere war echt also das ja ist gut ja ist doch gut ne aber so und ne so hast du ja aber was also was sage ich ziehe jetzt auch keinen Anzug an ja ne gott musst du auch nicht das hat keiner verlangt ich laufe ja auch nicht in Anzug durch die Gegend oder nein denn ach so ne das wird ja wird das ne Lederhochzeit ja gell ja 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 es ist immer ne geile Hochzeit ja wie gesagt also ist halt auch also man soll wenn möglich mit Bike ankommen also jawoll 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 das fühle ich ok was hab ich verpasst Genie wir haben nur über deine Hochzeit gesprochen ja von meiner Hochzeit ja dass ihr wollt dass man dass das mal mit Bike anreist und Lederklamotten ja deswegen hab ich gesagt ja aber ey das fühle ich wir wollen keine schnitzige kitschige Hochzeit aber aber Genie Arizona kriegt das Aprikotkleid ok ich hab's ihr geschrieben ja das kriegt sie auch sie wollte mir ein Aprikotkleid aufs Auge drücken bis sie gesagt hat dass ich ihre Trauzeugin werden soll da hieß es dann auf einmal ne ok das ähm du wurdest befördert und so das musst du nicht mehr Aprikofarbenes Rüschenkleid ja mhm so seh ich aus ey du arbeitest nicht hallo ich nehme mir nur was raus Lass ich dir deine Karte sperren du Lass ich dir deine Karte sperren du Lass ich dir deine Getränke raus Lass ich dir deine Getränke raus ja die Stimme kenn ich auch irgendwo ja Genieße heute wirst du von deiner Chefin bedient das ist Theo oha Theo äh klein ah alles klar ah weißt du das alles klar ja ok und das heißt warte 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 ok dein Mann sind ja schon verheiratet ja sind sie schon länger ja ach jetzt komm ich nicht auf den vorne Leon Leon genau ja was ist es mit dem ne die hab ich schon mal behandelt im mb frage ist wen hast du noch nicht behandelt das war einmal Folienkartoffeln das war da Theo stimmt ja ist alles schon nix in der Stellung hin du denkst es an mich hier zu kontrollieren oder was aber ich glaube das muss tatsächlich auch nicht ach so ja das kam so fragend es sei denn du fällst wieder in der Leiter runter oder sowas alles heintragen was war das schon normal so aber es geht schneller wie gedacht ja vor allem wenn wir dummen Gedanken im Kopf kommen ja der Mitarbeiter des Monats rückt immer weiter weg ja ja was ich steh hier gratis ne und ich helfe dir und Ed was denn ne 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 oh ich liebe diese chaoten sind super achja hm 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 und Rick ist jetzt auf Toilette oder oder ja 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 das ist so was der herbe checkt wo hier die toiletten sind ja 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 hier draußen ist leider nur ein dixi ne ach ja da hinten steht er okay man wartet wahrscheinlich behalte ich noch zugeschlossen ich weiß es nicht wenn wir zu ins bettchen wenn 20 jahre ja spätestens oder ist es jetzt oder ist mir jetzt was ja ist es kompliziert was ist das da was ist das da was ist das genie genie sie hat nichts gesagt ich habe sie gefragt hat er auch keine aussage gesagt wo hat er eigentlich seine brustbarung gelassen somit die hat er gewechselt ist das was ist das kompliziert beziehung verheiratet verlobt einmal drüber reicht ich weiß nicht was ich dazu sagen soll das ist ihr arbeitskollege ja arbeitskollege plus freundschafts plus was gibt es da noch alles offene beziehung ich würde jetzt keine rechnung machen was so wie lebst du poliamor nein aber ich der mund bewegt ich 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 glaube ich habe es mit der vorte habe ich sie jetzt kaputt gemacht ja hast du ich ja ja ich sag einfach mal sumi weitermachen ja das ist eine gute idee nein gut ok oh maa ich kann nichts dafür sumi ja ist klar genie ist klar ich habe nichts gesagt was denn was denn was denn alles gut alles gut nein nein jetzt will ich es wissen nein alles gut das ging bestimmt wieder um mich oder ja und ein bescheuert t-shirt dieses alter das ist bescheuert grace and grey ja genau ich würde da als ich nehme noch locker ich weiß nicht was die rechts und links nehmen wir hier wollen und du weil sie ja ich nehme auch noch locker sumi nimmst du auch locker sumi nimmst du auch locker sumi nimmst du auch locker mm oder brauchst du was härteres mit wieder ein whisky nehmen na mach ruhig ich muss eh von hm hm was hat er gesagt nichts wichtiges alles gut sumi seit wann sagst du sumi wenn ich es ernst meine m nein alles gut war wirklich nicht so sumi thank you und für die beiden jungs bitteschön dankeschön so hau raus was größer was größer 33 so ungerade zahlen machen musst verstehe ich gar nicht das ist kacke ich weiß lang schön machst du mit absicht deswegen ich sehe auch das was sie kriegt 48 was war das 83 naja ja ja arschknochen hallo arschknochen ok kleines stück füßchen will ich meinen und dann muss man das kleinköcher andrücken den haust du teo gut ich fühle mich aus irgendwie weiß ich nicht und tokyo drift oder sowas irgendwie geil mit den klamotten hier geisterfilm hier fast and furious hier ja ganz geiler film oder ja du fast aber wenn du ein bisschen schneller sein würdest dann würdest du auf uns passen nur one fast und einen einen so langsamer also ich habe schon gehört wir haben vor der besprechung nicht viel verpasst nicht arsch ok lass mich raten es ging bestimmt darum dass ich das fd vom imd getrennt habe ja woher wusstest du das war die verwaltung direkt da oder war nicht dabei ach war nicht dabei ich war nicht dabei ich war nicht dabei ich war nicht dabei ne ich auch nicht nicht wo warst du denn ne ich hatte ich hatte einen Termin ich war an deiner Seite ist das so ich hatte noch einen Termin hat nicht gepasst um die Zeit heute ja und was ist jetzt mit der Vorschule machst du Dienstag oder was ja Dienstag habe ich Motorradführerschein mal gucken ich will mal wissen wie die Zeit haben dann wenn ich meine Schulden habe Zeit habe ich habe schon mal gehört so 25 oder so das wäre echt fett ey und dann kannst du noch nicht mal ein Segelboot ausleihen ne das ist ja mega mega scheiße Segelboot musst du hier schon selbst kaufen nur freilich ne also der der ein Segelboot hat der darf es nicht verleihen das sind bestimmt übel teuer ja die Segelbude wo zu kaufen oder ne es kommt auch das Boot drauf an da kriegt man es zum EK ja bestimmt gibt er uns zum EK ja ja bestimmt du kannst nur einschätzen ne 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 Du bist ja auch ein Turnier da bist du da äh ich bin natürlich da am Mittwoch erst wieder ach alter kann ja auch nicht wahr sein am Mittwoch und äh ja aber dann aber dann das habe ich glaube nur Sumi gesagt hier noch gar nicht äh dann äh Donnerstagabend ähm ähm reise ich äh über bis Sonntag Ok RDP rumgefummelt Es hat das alles nicht gespeichert Dann konnte ich wieder alles neu eintragen Das ist ja richtiger Fummler Ich habe ihn angezogen Wir waren gerade kurz warm Da brauchst du bestimmt noch einen Absinthe Nee, nee, reicht erst mal Oh Mann So was von Lia gehört in letzter Zeit? Ich? Also ich kenne sie nicht Davon abgesehen Ja, ist ja gut, verdammt Genie, nein, also ich nicht Ich habe nichts von ihr Sie ist nicht ausgegangen, du Naja, Sumi anscheinend ja schon Mann Kann ja sein Ich, nee, nein Nein Oh jetzt Jetzt wird sie zickig Ich habe sie gleich So, zum Thema zurück Wenn man kleine Leute zum Weißblut bringt Dann gehen die hoch Echt, ja? Es ist keine Atombombe, sondern Atombömmchen Der Sumi sucht Atombömmchen Der Sumi sucht Atombömmchen Hallo? Alter Ja, bitte Ey Aber weißt du, was beruhigen ist, Nimi? Hm? Singen Singen beruhigen Nein Das macht er noch aggressiver Ja, was ist jetzt? Warum bist du jetzt aggressiv? Wir machen gleich eine Runde Zwergenwerfen hier Wenn du dich hier aufregst Das kann ja auch nicht wahr sein Dann stell den Tag und ich mal über den Hof hier Und dann Was? Hm? 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 Gut, ich höre jetzt aus mit meinen Alterssprüchen Das macht kein Spaß mehr So, um zur Frage zurück zu kerlen Ähm Im Grunde, also nicht viel tatsächlich Ich hatte sie letztens versucht einmal kurz anzurufen Wo sie erstaunlicherweise dran gegangen ist Also sie ist wohl wieder, da Jaja, das weiß ich Ja das wusste ich tatsächlich nicht Ich hab einfach mal auf gut Glück versucht, sie anzurufen Mit einer Nacht, also Ja sie hat letzte Woche Am Mittwoch für eine Freundin das PPK gemietet. Okay. Warte da gerade so ein bisschen auf die Rechnung, ne? Okay. Hm. Ja, vielleicht ist sie, ich weiß es nicht, wie sie wieder unterwegs ist oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe auch nichts gehört, dass sie wieder groß da war. Eigentlich wollte sie sich melden, aber gut, dann nicht. Ja, sie bleibt auf. Wie? Also, sie bleibt hier? Ja. Okay. Also hat ihr der Urlaub gereicht? Ja. Das ist gut. Ja, und sie hat neben der Schokolaterie jetzt wohl noch eine neue Aufgabe. Wie? Also, ich weiß, dass sie bei Redwood ist. Ja, da ist sie jetzt Co. Stimmt, stimmt, das hatte sie ja erzählt, dass sie jetzt Co see, oh ja. Mh. Ja. Boah, weil Redwood muss ich immer noch eine Mail hinschicken. Warte mal. Von wen redet ihr gerade? Ria. Die orange Haare. Rot so, oder? So Kupferfarben, ja. Oh, äh. Klapp, was wer das ist? Nee. Das ist die Cousine von Jay. Ah, okay. Ja. Ich kenne auch nur vom Sehen einfach und, ja, ja. Ja, Jay ist eine, naja, Bekannte von mir. Okay. Okay. Gewesen. So kommen wir es auch ausdrücken. So kommen wir es auch ausdrücken. Ja. Jetzt bin ich neugierig. Soll ich das sagen? Ach, da brauchst du nicht neugierig. Nee. Dann glaubst du mir. Schwierige Geschichte, lass gut sein. Hm. Die Antwort war jetzt nicht befriedigend für dich, Sumi, ne? Nee. Nee. Das habe ich schon am Sieben gehört. Was willst du denn wissen? Wiß ich nicht. Wirklich. Ach so. Ihr kennt auch Jay, dann denke ich mal, oder? Flüchtig. Bisschen. War vorgestellt. Ja, ich habe mich ja mal ab und zu das Blitz geteilt. So, was? Gibt's halt? Da gibt's nicht viel zu sagen. Okay. Was ist los, Theo? Kannst du bitte nicht vor unserem Kühlschrank stehen und sagen, du kriegst das Kotzen? Jetzt habe ich vergessen, beim Logo aufs MAD zu gucken. So ne Scheiße. Jetzt kriege ich Magenschmerz. Was sagst du denn? Ich habe ein bisschen Magenschmerz jetzt. Oh, du auch? Ei, ei, ei. Warte mal, kann jemand mal schnell das MD anrufen? Oh, jetzt, jetzt. Die belehren uns noch, weil wir privat unterwegs sind vielleicht heute. Ja, oder? Ja, egal. Komm, man, die Lightsteller dann fragt, ob die auch nicht lachen können. Wobei die... Wer hat wieder? Conan. 47.11. Ja? Ach, nee, äh, ja. Nee, 47.11. Ach so, das habe ich jetzt verwechselt. Spezialcode. Okay. Es ist interner, heißt es. Was noch sonst? Ja. Aber du, was ich von Patienten so gehört habe, ist auch nicht schön. Hast du denn? Eine Genie, oder? Wer hat gestern... War alles gut. Ich weiß nicht, was hast du denn von Patienten gehört? Hab ich Scheiße gemacht? Warst du gestern Leitsteller? Äh, ja. War das nicht vorgestern? Freitag. Gegen Mittag. Vorgestern. Weiter? War ich auch Leitsteller, ja, aber nicht, äh... Ich weiß nicht, kommt auch an wann. Also, die haben bei der Behandlung die ganze Zeit davon geredet, dass ich Paracetamol unter anderem bekomme. Und dann habe ich auch dieses Rezept gekriegt, und ich meine, da stand auch Paracetamol rauf. Bekommen habe ich aber Ibuprofen. Oh Gott, das ist traurig. Und vor allen Dingen, da habe ich sie gleich danach gefragt. Ich sage, wie sieht es denn mit der... Mit der... Mit der... Vielleicht steht das auch schon in meiner Akte drin, dass ich keine habe. Ähm, ja, aber... Ich überlege halt, ich habe gestern auch Medikamente rausgegeben, war ich das? Ich war vorgestern da, am Freitag. Ja, oder vorgestern. Habe ich dir Medikamente gegeben? Ich weiß nicht, wer... Ich habe das mir jetzt nicht so genau angeguckt, du. Mein Kopf hat so gedröhnt an dem Tag. Wann warst du denn da? Äh, das war so gegen 22 Uhr, 22.30 Uhr so. Freitag. So, ich habe schon mal den Freund von mir rausgesucht. Wann bin ich Freitag? Am, 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 in Palito um die Uhrzeit hier, am, 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 am Wasser? Wo ich... Also, die Stimme, also du hast ja, sag ich mal, eine, ähm, auffällige Stimme. Also jetzt nicht... Jetzt sagen viele, ich höre mich an wie 40, aber ich bin 29. Aber, äh, ich meine nicht, dass du da warst. Das ist ein Kunde, Junge. Wir sagen wirklich, wir sagen viele Leute, ich höre mich mega alt an, irgendwie, keine Ahnung. Ja, weil du eine Nacht auch noch einen rauchst und solch... Ich habe mit 14 angefangen zu rauchen, aber... Das ist halt schon eine auffällige, markante Stimme, solch mal. Ist die schlimm? Hat sich die schlimm an? Nö. Okay, gut. Ich dachte schon. Ich will ja nicht nervig wirken, sonst hätte ich jetzt irgendwie anders geredet, so. Du bist nervig. Hi, ich bin Rick. Oh ja. Bitte, ja. Nee, ähm, wir waren noch, wir waren noch am Freitagabend in Palito, oder? Ihr seid sogar vor mir außer Dienst gegangen. Dann war ich das nicht, weil wir waren ja um die Uhrzeit. Wer war, wer war der Leitstimme? Guck mal, wir waren, ich war nur noch mit Rose oben bei dem... Ich weiß es, ich weiß. Hä? Ich weiß es auch. Ich nicht. War eine Frau. Nee. Nee. Nein, es war Sven. Es ist zwar eine Frau mit dabei, aber geredet habe ich mit einem Mann und behandelt wurde ich von einer Ärztin. Ja, verarbeitet die Ärztin gehabt. Blond, meine ich. Achso, alles gut. Bam, bam, bam. Mhm. Nee, denn ich war nicht da, definitiv. Also das wäre mir jetzt keinem. Aber ich war nicht da. Du hast vor mir Feierabend gemacht. Ja, ja. Ich hatte ja noch, äh, ich hatte noch einen Einsatz und danach sollte ich ja sofort wieder hochkommen. Ja, der war schon lange weg. Nee, sonst war ich Freitag schon lange weg. Und da hatte ich Sven Leitstelle. Ah. Einmal mit Profis zusammenarbeiten. Ja, wenn wir nicht da sind, dann läuft es nicht halt. Das wäre halt schwierig, ne? Wer weiß, ich stand ja doch Ibuprofen drauf. Ich habe es noch nicht gesehen. Ey, jetzt bin ich auf die Tour. Teenie. Teenie, jetzt nicht auf die Tour. Also weißt du. Wie viel hast du denn bekommen? Wie viele Ibuprofen? Ich habe gesagt, ich meine es stand drauf. 20. 20? Nee. Ich habe vier Stück gekriegt. Äh, kannst du eh nicht überdosieren. Oder? Warte mal, ich überlege. Nee, eigentlich nicht. Aber siehst du, was lernst du draus? Nicht ins MD gehen, wenn wir nicht da sind. Nee, kannst du nicht überdosieren. Die haben ja eine ganz... Warte mal, ich weiß gar nicht. Was für eine... 2, 3 ist ja auf dem... Warte mal, 8 schon. 6. 2, 3 sind eigentlich auf dem Festland, soweit ich kenne. Ich weiß nicht, was wir für eine Dings haben. Müss ich nochmal mal unter da angucken. 2, 4. 2, 4. Ivo 400, ne? Ja, na, da kannst du ja alle auf einmal nehmen, passiert nichts. Da kannst du sechs Stück mit einmal nehmen, da passiert nichts. Weißt du, wie ich meine Patienten immer unter Schmerzmittel, wenn ich nichts kann, einen Tropfer geben habe, nehme mal so ein Glas mit Tabletten drin, da ist so eine Mischung, und dann kippe ich das alles in den Mund rein, und die, die, die runterschlucken, die ist die richtige Dosis, ein, was rausfällt, ist dann über. Das ist so... Nein, das mache ich natürlich nicht. Das hört sich jetzt nicht sehr... Nein, das mache ich nicht. Ich bin jemand, der seine Arbeit sehr gewissenhaft macht, wirklich. Und der seine Arbeit liebt. Naja, ja. Das war jetzt auch sehr überzeugend. Was soll ich jetzt so sagen? Ich komme halt jeden Tag noch so, ne? Ich habe die mal geliebt, aber mittlerweile ist es so ein bisschen... Ich weiß noch nicht, wie ich mich befinde. Da befinde so. Vielleicht brauche ich mal zwischendurch noch eine Alternative. Willst du mal freitags zum Boxtraining kommen? Ja, war ich tatsächlich schon öfters. Ist auch meistens immer gut ausgegangen, ne? Dreimal war ich schon da. Oder zweimal mit, nee, zweimal mit muss. Und ansonsten immer nur dienstlich. Aber hast du es mitgekriegt, dass PD doch nicht am Freitag mitmacht? Weiß ich nicht. Die haben extra Termine. Ich muss mal beim Boxen mal aufpassen, weil ich immer auf der Fresse gekriegt habe. Das ist immer gar nicht so einfach. Vielleicht solltest du mal austeilen und nicht nur kassieren. Ich bin immer zu gierig. Wenn ich denn zwei, drei Schläge gesetzt habe, dann... Du weißt schon, dass man sich auch verteidigen und ausweichen kann? Ja, natürlich. Aber nicht, wenn Kim dich wieder gegen die Seile gedrückt hat. Der Genie, also... Der lief so gut, der kam. So gut. Der hat nur eingesteckt von mir. Und dann, ja, scheiße. Aber der Trainer stand daneben und er sagt, ja, und jetzt nochmal und zurück. Und das war super. Der hat mich richtig gecoacht. Das hat mir ja Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich zu gierig geworden und dann habe ich einen Knockout gekriegt. Dreimal, da ich keinen Bock mehr habe, den einen Tag. Also warst du dreimal gierig. Ich habe dreimal... Ja, doch, ich habe immer... Ihr seid ja vom Fach, ne? Ja. Ist das okay, wenn man Freitag wieder hingeht, oder soll ich über eine Woche aussetzen? Was hast du denn gehabt? Achso, was ist denn passiert? Wir hatten Hirnideben gehabt am Freitag. Also beim Boxen ist alles gut. Ja, Quatsch, klar. Ich kann nicht so einfach wieder hin. Logisch. Das ist sehr gut. Sumi, da kannst du dich wieder durchschütteln, dann passiert das auch nicht mehr. Bis dahin ist. Wieso schütteln? Wurde das eigentlich verteilt am Freitag, weil du nicht da war? Ginny, halt stopp, ich schüttel nicht mehr. Wie, du schüttelst nicht mehr? Wie, du schüttelst nicht mehr? Klasse, die schüttelt nicht mehr. Klasse, die schüttelt nicht mehr. Ja, ich verstehe deinen... Ja, das ist... Das ist halt so. Okay, das ist aber wild jetzt. Ja, naja. Und nur wann wirst du draus machen, ne? Oh, das ist... Klasse, sie schüttelt nicht mehr. Oh Gott. Gerade, Sumi. Ich dachte immer, du wolltest irgendwann mal in einer Cocktailbar anfangen. Wer, ich? Nee, Sumi. Achso. Aber ich würde auch gerne mal in einer Cocktailbar anfangen, so als nebenbei. Vielleicht mal so, möchte ich einmal in die Woche oder so, wenn ich schon mal in einer Bar arbeiten wollen, glaube ich. Go for it! Alles los! Ich will jetzt hier mal in einer Bar suchen, wo ich anfangen könnte. Ja. Ja. Und? Wenn du in einer Bar arbeiten würdest, Rick. Boah, ich muss unbedingt Mitarbeiter kommen. Ja. Dann wärst du ja dein bester Kunde. Nein. Nee, wär ich nicht. Na, Heini. Welcome. Die haben doch eh nicht mehr auf die Piazza. Ja, klar. Sag mal, ein, zwei gehen schon, aber ich kann mich zusammenreißen. Ein, zwei gehen schon, ich kann mich zusammenreißen. Ich kann ja nicht voll sein, wenn ich irgendwo arbeite, das geht nicht. Nee, aber so mal, weißt du nicht, ein, zwei Mal in die Woche so irgendwo in der Tresen stehen sollen, will ich ja nicht, weil ich schon mal warst. Ja, Palito Burger. Ein Palito Burger, wie gut, dass der gar nicht so heißt. Ne, ein Ding suchen sie doch hier, in der Pizzeria hier. Ne, wie heißt das hier? Ja, Zarrossa, das ist aber keine Bar. Ja, Zarrossa. Um Gottes Willen, da geh ich nicht hin. Wieso, der größte Kilometer-Geld? Ja, der ist voll der, voll der Gammelladen ist da. Da hat hier, ähm, Rose hat da vorher gearbeitet, die haben die da richtig, ach, bin ich auch so richtig demjenigen Grund auch gekündigt und, äh, ja, keine Ahnung. Schön, dass du da bist, Zinner. Wieso? Was, was, da war ich. Außerdem, die haben doch nicht mal Pizza da. Ach, noch mal zwei. Eben. Das heißt ja nicht Pizza, Rossa, das heißt Piazza, Rossa. Das heißt ja nicht Pizza, Rossa. Oder soll ich nur noch eine zweite Räume tun? Also ein Palito Papi-Börder und zwei Molien-Kartoffeln. Die haben alles mal reiche. Nein, also. Ich war da einmal da, hatte mir die ganze Speisekarte vorgelesen und da habe ich nur gesagt, scheiße und er so, was. Ja, ihr habt ja noch nicht mal Pizza hier. Ähm? Ich glaube, Pizza muss jetzt in Aldentis gehen. Piazza hat aber nichts mit Pizza zu tun, das ist ja klar, ne? Ja. Das ist sowas wie eine Freifläche, also so wie eine Plaza halt, so. Da gibt es auch eine Ching-Ding-Tankstätte, die hat auch nicht mit Ching-Ding zu tun, aber so. Du bist denn. Ich kriege die Sachen selber raus und bekomme sogar. Aber wo gibt es Pizza? Beim Aldentis? Bei Aldentis? Ja. Da brauche ich noch nie. Echt nicht? Du kriegst ja sogar, das ist beim Generic, gerade rüber vom Tiki-Lala. Hä? Nee. Das ist das Little Italy. Wollte ich gerade sagen. Meine ich doch, da gibt es aber Pizza. Ja, aber beim Aldentis auch. Und das Aldentis ist beim Stadtpark. Ja. Ach so. Da war ich noch nicht. Aber die, du kriegst aber auf jeden Fall, wenn du im Dienst gehst beim Little Italy, kriegst du kostenlos Pizza halt, hä? Da ist ja öfter schon mit Leo gewesen und so. Die gehen immer so, wenn du mit dem Immolenten gehst. Wenn ich da mit Dienstkleidung, Kind fahren, Bewegungsfahrt und ich bestelle, was zu essen und zu trinken, kriege ich das immer so ein Star. So schön. Ich nehme mal so eine Champions Pizza und einen Kaffee. Champions Pizza? Na ja, für Loser. Ach so. Trinken und Pilze. Ja, dass du sowas nicht isst, ist klar. Du bist ja nicht wie groß in der Welt. Das ist überhaupt schon die Pilze, wo du, was gerade sagen. Alter, reiß dich zusammen. Bremse deine Zunge, mein Freund. Du kennst doch sowas gar nicht, die Pilze, oder? Schluck's runter, will ich meinen. M? Hä? Der sammelt irgendwie ins Pilze, aber nicht im Wald. Ha ha ha. Hä? Nichts, alles gut. M weiß es ja mit meiner. Das war ein Witz. Ich habe ihn behandelt und getestet. Das ist alles sauber wieder. Mhm, okay. Was? Ja. Alles gut? Liebst du noch? Ich glaube, jetzt hat es ihm die Sprache verschlagen. Ich glaube, er ist gerade eingeschlafen. Okay, woher der Hass? Alter Sack. Was war das? Lass mal wieder rüber gehen, bitte. Du hast mich schon wieder... Geh mal wieder ein Stückchen rüber. Ich höre die Gespräche da drüben. Also gleich seit einem anderen Ende der Theke. Ja, ja, das ist... Ja, danke. Bitte. Ganz überhaupt. Wie se... Wie se... Unter den Naschenbecher. Äh, eh. Oh Mann, ey. Hast du's? Sag mal! Was? Was fabrizierst du hier eigentlich? Jetzt ist Rick wieder am Ende. Aber euch geht's gut, ja? Na klar! Und selbst? Ja Rick, wie sieht's alles morgen? 10.30 Uhr? Ich muss jetzt richtig viele Stunden schuppen. Ist ja mal schön, dass du dann mal überhaupt mal anfängst zu arbeiten. Schulden müssen abbezahlt werden. Ja, Schulden müssen abbezahlt werden. Na dann mach mal. Ne, das mach ich morgen, hab ich jetzt den Ehenteil schon. Aber wenn ich überlege, wo ist Sven gesäckelt mit seinen, ja... Wenn er noch da schon das Geschmack mitgelaufen ist. Was ist denn das, was ist denn das? Okay, ja. Drückt er 1.500 Euro die Woche ab. Ja, das ist recht gut gelaufen. Das ist ja gar nix, ey. Oh, das will ich mir auch mal besorgen. Wie viel kostet denn das Ding? Weiß ich gar nicht. Der Gesamtpreis hat er mir jetzt nicht gesägt, aber... Wenn es mir zu viel wird, dann hole ich mir auch so einen Camper und dann fahre ich damit in den Norden. Dann schlafe ich einfach irgendwo hier in der Welt. Wollen die aktuell eigentlich noch? Weiß ich nicht. Gute Frage. Weil dieses Consor-Camping gibt es ja nicht mehr. Und dann haben die ja damals, vor einigen Monaten, die Surfer und... Mit Informationsnetzwerk aufgebracht, oder was? Was? Oh, die Wohnung... Ich bin gespannt, okay. Die Wohnmobile nur als Miete. Hä? Ich will mich mal eben loslassen. Ich müsste auf die Toilette. Danke. Du kannst auch drinnen gehen. Nö. Ja, dann geh aufs Dixi. Ich hab's nicht gesehen, du warst zu schnell. Ähm... Was? Ne, ich weiß nicht, ich wurde von angemorst. Zina, komm schnell her, geht nur nicht. Wenn das jetzt funktionieren ohne meine eigenen Wohnung... Okay. Von wem wurde es angemorst? Jetzt bin ich gespannt. So, ich husch mal eben auf Toilette. Bin gleich wieder da. 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 Die Wohnung soll drinelle. Bis dann geht es nach meiner Mommyстве. Vielen Dank. 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 Ach, alles gut. Der macht sich schon mal Gedanken. War ich in Hänsel immer deswegen. Ich muss ein bisschen zurücktreten. Ich will ja nicht vor dir. Ich will ja irgendwie komisch dastehen lassen. Alles gut. Alles gut. Ich glaube, die Mütze. Ich will ja auch. Ich will ja auch. Ich will ja auch. Ich will ja auch. Ja. Das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Ich will ja auch. Ich will ja auch. Aber Rose hat gesagt. Ich will ja auch. Ich will ja auch. Ich will. Ich will ja auch. Das ist schon enttäuschend. Ich weiß, ich bin enttäuschend. Oha, es wimmelt. Nein! Hi, Barbie. Na? Ihr seid doch bescheuert, ey. Ihr habt echt Dachschaden. Du musst mitmachen, du bringst den ganzen Kreis hier durcheinander, ey. Weißt du, warum du gestrissen bist? Willst du dir auf Arbeit vielleicht ein pinkes T-Shirt anziehen oder so, damit du außen Masse stichst? Immer die Leute, die gegen Strom schwimmen müssen, ey. Das ist ein Kerl. Sie schon wieder am Telefonieren, okay. Nicht anpassbar. Nee, war ich noch nie. Die sich ständig über anderen stehen. Ist von sich selbst überzeugt. In allen Fähigkeiten. Oh, geil. Unter dem Strich trotzdem wird es auftreten. Oh. Akzeptanz für blöde Spitznamen. Tja, alles klar. Es gibt doch noch was Positives, okay. Ja, das ist ein bisschen. Ich kann ja nicht nur Negatives abgeben. Warum denn nicht? Das Negative muss ich überwiegen. Aber da muss man noch ein paar positive Punkte finden, damit keiner sagen kann, man hat das nicht objektiv bewertet alles. Ach so, okay. Das sind solche Schein-Argumente. Weißt du, was ich meine? Ja. Nein, alles gut. Ich kann nicht unter dem Strich gut leiden. Aber nur unter dem Strich. Nicht über dem Strich. Weiß nicht, was wollen wir dann trinken noch? Such doch was aus. Wer so fragt, der gibt es nicht gerne, hä? Doch, doch. Ach, dann fragt man immer nur alte Leute und Kranke. Ob die was trinken wollen. Oh, ähm. Und ja, also ich möchte was trinken. Bitte. Unbedingt. Ja, wenn die Bardame irgendwann mit Telefonieren wieder fertig ist. Junge Dame, ich habe einen trockenen Hals. Verdorst du hier? Wir haben Duas. Wir haben Duas. Bist laut rumgebrüllt? Jetzt kommt der Herr extra. Ja, klar. Du bist unmöglich, wirklich. Theo, du arbeitest nicht. Geh weg, Kusch. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Du warst am Telefon. Du warst am Telefon. Ohne Bisch. Lass mich das einfach kurz machen, OK? Kommst du vorbei, John? Jetzt siehst du, siehst vorbei. Okay, was hättet ihr gerne? Du siehst nach locker aus. Es ist so richtig. Und du siehst nach? Du bist gar nicht am Arbeiten aus. Und er dann? Ich muss nachher zum Auto. Äh. Ja. Ja. Bist Du sicher? Du siehst nach Vanille aus. Was? Ich sie... Was? Nein, nicht du! Ich dachte schon so, hä? Okay. Logger, logger, Whisky, richtig? Mach du mit kein Whisky oder was? Ginny, spring mal ein bisschen. Nee, alles gut. Okay, ich haue ja schon ab. Nein, nicht ich. Ich hab kein Gendel. Wo ist Riken? Okay. Ich weiß nicht, ob er auch mal kurz zum Auto ist. Keine Ahnung. Ich blicke hier nicht mehr durch. Wieso? Lieber ein Menschen. Bring sich hier mal so auf. Mensch. Ginny, spring mal bitte ein bisschen Freude durch die Gegend gleich. Dankeschön. Kann ich wieder entspannen, ja. Ja, schön. Ja, kannst du jetzt wieder entspannen, sagst du? Mhm. Okay. So, ähm, ja. Habt ihr jetzt alle, oder? Ich hab noch nix. Du kriegst noch. Dankeschön. Ich zahle. Ich zahle. Was möchtest du? Möchte? Ja. Möchte vieles. Unendlich vieles. Oha. 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 33 sind das. Wollte ich jetzt sagen. Nein. War das nicht vorhin auch schon mal so? Ja. Hm, ein Déjà-vu. Sag schon. Ach, ja. Badam. Na dann. Na dann. Tschüsschen. Hi. Salut. Na gut. Nostrovia, mein Freund. Ich bin halber Mexikaner. Was lachst du darüber? Du bist halber Mexikaner? Ja, meine Mutter ist Mexikanerin. Okay. Und mein Vater ist Texaner. Also ich bin quasi Tex-Mex. Oh. Oh, schön. Ja. So eine Mischung. Mein Opa hat auch den gleichen Vornamen wie ich gehabt. Also wegen meinem Opa habe ich den Namen überhaupt. Okay. Der ist gestorben, kurz bevor ich zwei geworden bin. Aber der war schon krank, wo ich auf die Welt gekommen bin. Da haben meine Eltern gesagt. Der muss ungeblich so heißen wie sein Opa. Mex. Ein Rick. Tex-Mex. Ein, ich bin Tex-Mex. Du weißt, was Tex-Mex ist, oder? Mein Opa hieß Rick, verdammt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Den weißen Hut, den ich zu Hause habe. Und den Namen, den Vornamen. Der ist bestimmt nicht aus wie ein typischer Senders. Wie sieht denn ein typischer Senders aus? Wollte ich gerade sagen. Also ich kenne nur nicht. Ja. Weiß ich nicht. Meine ganzen Verwandten. Die sind alle relativ hellhäutig, Alter. Und Dad auch. Hm. Ich bin nicht hellhäutig. Hm-mm. Was? Hm-mm. 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 Ist gut, Rick? Ja, ja. Alles in Ordnung. Warte über das Platz, weil ich mir wieder eine Zigarre anziehen wollte. Hm, ich glaube, ich müsste tatsächlich gleich mal... Ja. Hm-mm. 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 Kommst du noch mal wieder, Klaas? Kümmer? Warte ich noch so lange. Ja. So ein bisschen würde ich noch machen, aber dann stimmt die nur so. Okay. Naja, aber da kannst du doch... Da tue ich doch drüben. 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 Zu mir in die Bude habe ich auch noch was zu trinken. Wir können auch noch ins Tiki-Lader gehen. Ah. Wieso? Können wir auch. Können wir auch. Ich glaube, da ist auch was los. Sonntag war da meistens offen. Angst hast du mich jetzt gleich torkelt, tatsächlich. Wir können auch noch... Ah, ich versuche noch kurz ein bisschen hierbleiben. Komm erst mal wieder und dann können wir noch einen Plan machen. Jo, machen wir. Bis dann. Jenny, kommst du rum? Macht er die Biege? Ja, komm. Ein Problem. Auch wenn ich der Deckel bin. Dann kommt jetzt. Oh Mann. Die Nuss, ey. Die Nuss, ey. Die Nuss, ey. Die Nuss, ey. Grüß ihn, Libia. Mach ich. Ich geh jetzt schlafen. Mhm. 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 Okay. Ab und an muss man das, hab ich gehört. Ja, Schönheitsschlaf und so, ne? Hm, natürlich. Das ist immer schön. Das braucht sie nicht. Rutsch besser nicht aus, Klaas. Alter. Ich geb mir Mühe. Tschüss. Sehr gut. Tschüss, Rick. Tschüss, Em. Machs gut. Schönen Abend noch, ja? Ja, auch. Tschüss morgen oder so. Ja, bis dann. Bye, bye. Ciao. Tschüss. 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 Ich müsste mitschen im Glück weitergehen Sehr gut. Tee, tette, dutt, dut. Sie talkt nicht aber sie ist immer noch läggie-langsam. Ach, der Senders, oder? Das geht ja gar nicht. Wieso, was meinst du? Ein geiler Typ. Ach, mit dem macht das immer Spaß, es ist immer viel zu lachen. Ja, das stimmt. Jetzt ist die Zeit aber schon wieder verflogen, ne? Ja. Aber es war noch eine coole Idee mit OP. OP. Die hat noch ein bisschen Umsatz gemacht. Ich habe ein bisschen was zu tun gehabt. Ich finde, es ist immer schön im OP tatsächlich, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass ich halt, ja, die Leute eigentlich auch kenne. Ja. Aber da draußen war ich noch nicht, ist auch cool. Aber du hast immer noch nicht gesungen. Nein. Aber draußen hat tatsächlich sogar vor dem Innenraum geöffnet, also eröffnet, nicht geöffnet. Aber ich glaube, das OP war auch schon eröffnet, als du auf die Insel kamst, oder? Ja, müsste eigentlich. Ja, aber... Ja, aber... Wenn ich das zu Fuß bist, noch verliebt, oder was? Den Bus hätte ich gehen. Natürlich. Du, ich bin damals immer mit dem Bus hoch zur Arbeit. Echt? Ja, ich habe ja im Mountain Air angefangen. Ich bin kein Bus. Ich bin kein Busmensch. Ich habe keine Bushose, weiß auch. Ja, du, das Busfahren war auch ein bisschen schwierig, tatsächlich. Ähm... Ja. Blöd, wenn man den Bus gerade so verpasst. Das ist es, ja. Hm. Aber wie gesagt, mittlerweile gibt es ja die App, das ist ja relativ gut. Ja, ja, da weißt du wenigstens, wo sie sind. Aber es war echt, ähm, ja. Ich nie, hat mich tatsächlich damals auch häufig hin und her gefahren dann. Weil sie, ähm, von einer Freundin das Auto geliehen bekommen hat, als sie den Führerschein hatte. Mhm. Nee, so ist das immer cool, wenn sowas funktioniert, ne? Mhm. Hm-hm. Oh mein Gott, die D-Things, ey. Ich muss ja im Glendale, ich muss sowieso nochmal die Schlüssel austauschen lassen. Warum das? Weil den habe ich gekauft von Emma und sie hat gesagt, den, äh, wo ihr damaliger Freund ausgereist ist, hat ein Schlüssel mitgenommen. Oh, okay. Ja. Muss ich auch mal, das ist ja jetzt in Palito, ne? Ja, Quickie. Quickie ist in Palito. Da müssen wir mal sehen. Muss ich auch nochmal hin. Mhm. Ich muss auch immer noch zum ACLS oder irgendeiner Werkstatt tatsächlich. Ich schiebe da schon wieder Tage vor mir her, ey. Irgendwann kommt Genie wieder an und sagt, so, Sumi, wir fahren da jetzt hin. Bis kommen. Ja, wir müssen, wir können gerne gucken, wenn du, ich weiß ja nicht, wie das jetzt bei dir die Woche über so läuft. Melch dich einfach mal. Mhm. Wie gesagt, äh, mein Online-Turnier habe ich am Mittwoch. Ja. Sonst bin ich eigentlich dann immer da. Ja, ich versuchte. Melch dich einfach und dann schauen wir einfach mal, fahren wir halt mit dem Bikes hin. Wir fahren mal raus zu Markus. Der arbeitet hier in, äh, Ah, draußen bei Sandy, wie heißt die Werkstatt? Flywheels. Flywheels, genau. Und den habe ich ja hier den Flash GT gekauft. Ja. Müssen wir mal gucken, dann rufe ich den an, ob er da ist oder beziehungsweise ob die offen haben. Dann können wir da mal hinfahren. Das klingt nach einem Plan. So. Meine Bezaubernde. Von Zersinn. Ähm, dann wünsche ich dir, äh, eine, was ist denn hier schon wieder los? Eine, es ist die Stadt. Es ist die, es ist einfach nur die Stadt. Mhm. Dann ich wünsche dir eine wirklich schöne, ruhige, tiefschlafende Nacht. Ohne diese Sirenen. Ja. Wie gesagt, äh, wirst du sehen, wenn du mal schreibst. Ja, also, ich werde auf jeden Fall versuchen, Dienstag mal, äh, nicht aus der Wohnung zu schälen. Ehlen. Ehlen, meinst du? Also, ich glaube, Dienstag, Dienstag habe ich mich jetzt eingeschrieben, im MD mache ich eine Schulung. Ja. Eine Medikamentenschulung. Also, denke ich mal, die geht eine halbe, dreiviertel Stunde, dann bin ich da auch safe. Ja, also, ich hatte halt, ähm, gesagt, weil, wie gesagt, Arizona ja Dienstagabend vorbeischaut. Mal gucken. Ja. Schauen wir mal. Mhm. Kann ich ja mit dem Glendale rumkommen, da können wir sofort irgendwo rumfahren, wenn sie will. Schauen wir mal, wie sie backert. Ja, mal gucken. Genau. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Naja, so lange mache ich jetzt auch nicht mehr, ich habe schon viel getrunken. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Abend. Ja, 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 auf alle Fälle. Na gut, dann schlaf mal schön. Danke, du später auch. Und lass mich heute mal zuerst eine Nachricht schreiben, nicht immer du. Das überlege ich mir noch. Danke. Süß. Na. Zwei sind schon süß. Ist aber nicht über das Fahrrad gefahren, oder? Ja. Nur geknuddelt? Ja, nur geknuddelt. Arme Sumi, was? Ne, ich glaube tatsächlich, Sumi findet das gar nicht so verkehrt. Ja. Also. Bei Tee kochen, Freunde. Müssen wir bei Tee kochen. Warte, das ist halt Stuga ist da oben. Wer ist da? Die Rüppchen, ja, hängen halt hier zu rennen. Legomio, ja, Legomio. Ich weiß auch nicht, was hier schon wieder abgeht. Heute ist es wieder ganz, ganz schlimm. Aber das ist ja nicht so blöd. Also, das ist ja nicht schlä... Also, ach. Da war ich hier schon wieder für ein Schrott. Es ist ja nicht schlimm. Weil wir jetzt sowieso gleich beenden. Okay. Okay. So, und den Stream werde ich auf jeden Fall später auch hochladen. Weiß ich so schon. Frage, lassen wir ihn jetzt noch schreiben? Oder? Ja, alles gut. Ich fand das nur erstaunlich heftig. Was meinst du? Wie viel jetzt... Achso. Ja, vom Stream her, ja. Ich weiß auch nicht. Ich weiß wirklich nicht, was das Problem ist. Ähm. Ich sehe da auch kein Muster drin. Also, jetzt gerade ist meine CPU und meine GPU halt... Meine GPU ist zu fast 100% ausgelastet und CPU auch. Hab ich schon gefragt, wann ich die verpassten gucken kann. Was? Ja, also wie gesagt, also manche Streams lade ich auch tatsächlich auf YouTube hoch. Auch vor allem, wenn sie länger her sind, weil irgendwann werden sie ja gelöscht. Ja. So. Auch unbedingt eine neue Grafikkarte, ja. Die ist komplett down, ey. Ja, zu den hochladenden VODs. Ja. Aber wie gesagt, da ist Emma auf dem YouTube-Kanal. Ich glaube, der ist hier auch irgendwo hinterlegt, tatsächlich. Irgendwo... Musst du hier, glaube ich, draufdrücken, dann kommst du da hin. Oh, Leute, ich will eigentlich gar nicht schlafen gehen, ne? Wenn ich morgen aufstehe, das, ähm... ...wieg ich Panik, glaube ich. Ich glaube, ich kann auch einfach nicht einschlafen heute, aber ist okay. Oh, das wusste ich noch nicht. YouTube. Ja, YouTube. Ähm. Wie gesagt, da lade ich ein paar Streams immer mal wieder hoch. Ähm. Apropos. Weil die, wie gesagt, halt auf Twitch irgendwann gelöscht werden, ne? Spoilden, was? Wieso, wir spoilden. Was? Hä? Was habe ich getan, Zinner? Was habe ich getan? Habe ich irgendwas getan? So, da le, so, da le. Musst du irgendwo klicken. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht gerade wo, ob ich unten einen, ähm, einen, 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 einen Banner drin habe. Also so ein, so ein, ist, was ich meine. So ein Ding halt. Oder ob ich, das habe ich das verlinkt, direkt im Profil. Ich weiß es gerade nicht so genau. Ansonsten, ich heiße überall gleich. Also von daher. So, vielleicht die hier nochmal, die ich halt mit aufgeladen habe. Was habe ich denn da? Okay. Schöne Urheberrechtsbeschwerde drin. Naja. Ja, da sind Twitter und Insta. Oh, okay. Ja, aber unten auch nicht drin. Warte mal, jetzt, ähm. Die Begeisterung. Was? Wieso? Wovon ich irgendwo... Oh mein Gott, da kam eine SMS. Ich habe mir jetzt mal Zeit gelassen, da SMS zu schreiben, ja. Naja. Wir sind zu gnädig. Wir sind zu gnädig. Ich weiß überall gleich, ich habe dich gefunden. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, da gibt es halt so einige Sachen zum Nachgucken. Unter anderem Hurricane, Einreise. Ja, so ein paar Dinge halt. So ein bisschen was. Also jetzt nicht regelmäßig, aber so ein bisschen was gibt es da tatsächlich. Wir haben wieder Blindfisch am Werk. Ach, passiert. Gut. So. Ich hab bei den Bannern geguckt. Ja, alles gut. Ich wusste ja auch nicht so richtig, ob das jetzt bei den Bannern war oder nicht. Ich hätte schwirren können, dass es da eigentlich auch drin ist, aber okay, ist es nicht. Dann hab ich so, okay, einfach mal da oben verlinkt. So. So. Aber wirklich ins Bett. Ähm. Hab ich aber gar nicht mehr geguckt. Und wer hier jetzt noch so online ist, ich glaub tatsächlich der liebe Rick ist leider nicht online. Wird euch sonst sehr gerne zu dem geschickt. Hm. Dann ist Newbie online. Also der liebe, ähm, Theo. Ja, ist er. Gut. Dann schicke ich euch mal zu dem lieben Schätzchen. Ich hoffe, ihr grüßt ihn bitteschön. So. Einmal lieb grüßen. Und ganz viel Liebe da lassen, bitte. Hm. Und ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Bye. Bye, bye. Ich hab's sicher nicht mehr daran gepackt. Ich dachte, ja. Wolltest du diese Fliebteuse auspacken? Ich hab die Fliebteuse auspackt, ja? Ja. Ja, natürlich, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hat der Ende hier abgeliefert zu Hause? Ja. Wört das nicht. Hast du das eigentlich schon mitbekommen, sonst? Soll ich schön von Ihnen schließen? Ach so. Und Winnie ist jetzt auch ein Ende, nicht? Ginnie. Komm mal hin mit den Sprezen zu drüben. Hä? Komm mal näher hier. Ja, aber der steckt dich immer. Ja, danke. Okay. Vielen Dank.